Okay, wow, wir haben heute Transcoding, Leute. Wir haben es tatsächlich geschafft. Twitch überträgt diesen Stream in ganz vielen tollen Qualitätseinstellungen. Das macht mich ein bisschen glücklich. So, aber erstmal, ne, wir machen erstmal Intro, ihr fangt an zu tanzen und dann gucken wir mal, ne, was danach so passiert. So, bis gleich auf der anderen Seite. Wenn es jetzt... Ich weiß nicht, warum das so lange dauert. Eigentlich müsste das instant gehen. Naja. Schauen wir mal, was der Song so kann, ne. Ich habe immer noch keine Ahnung, was da läuft. Es ist random. Aber jetzt erstmal... Party! Musik Untertitelung des ZDF, 2020 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 Irgendwann steht da, dass du aufräumen musst und dann bist du tagelang weg Nee, kann da nicht stehen Oder? Warte, lass mich das mal nachschauen Aber ich meine, das kann da nicht stehen, lass mich mal ganz kurz nachgucken, was es da an Kombinationen gibt Und, äh, wo war denn das hier, ähm, unter R, es gibt tatsächlich nichts mit, mit Aufräumen oder so Böse Alter, du bist sicher, aber gib mir keine Ideen, weil, äh, ich bin immer auf der Suche nach neuen Wortkombinationen, die sich da ergeben könnten und, äh, Aufräumen ist tatsächlich gar nicht so schlecht, finde ich zumindest Finde ich schön, so gesehen So, wunderbar, sehr, sehr schön Ja, Leute, sorry, dass tatsächlich heute erst stattfindet, am Samstag, ähm, aber es ist, äh, vor allem nachdem ich letzte Woche so groß rumgetönt habe mit Freitag als festen Termin etablieren und, äh, bla bla blub, ne Man kennt's, Murphy's Law, es geht schief, was schief gehen muss, oder kann, und, äh, ja In dem Fall war es leider mein kompletter Schlafrhythmus Mit, äh, Schlafproblemen noch und nöcher gefühlt Ähm, heute geht's wieder, glücklicherweise, ich hab vorher nochmal auf der Couch gepennt, aber es ist, ich hätt gestern nicht durchgehalten Ich hätt quasi angemacht und hätte eine Stunde später wahrscheinlich schon Ja, ne, wieder aufhören müssen, weil es ist, ich war so fertig Aber hey, heute läuft und wir haben Zeit, ne, es ist jetzt gerade mal 18.08 Steht zumindest da auf meiner Uhr Und, äh, ne, wir haben ein bisschen was zu tun, glaube ich Also, zumindest habe ich ein bisschen was geplant, sagen wir es mal so Und hey Souls, hi, Hallöchen Ich muss mir angewöhnen, dass ich innerhalb des Greenscreens winke, weil hier wird einfach abgeschnitten Weiter geht mein Greenscreen leider nicht Das sieht dann irgendwie immer, das sieht so unglaublich dämlich aus, wenn das, wenn, wenn, ne, wenn irgendwo da plötzlich das, das, ja Wenn einfach irgendwo dieser pumpharte Cut kommt von der Kamera Am liebsten hätte ich ja so einen komplett grünen Raum hinter mir und eine Kamera mit richtig Weitwinkel, wo man, wo ich hier rumfuchteln kann und, ne, alles läuft, aber Dafür ist meine Wohnung tatsächlich ein bisschen zu klein Naja, was heißt ein bisschen zu klein, arg zu klein Aber hey Was, das nächste Mal mache ich einen Sleepstream draus? Ja, nee Ich, äh, habe das tatsächlich schon öfter mal gesehen, dass Leute in irgendeiner Art und Weise auf Twitch schlafen Schlafen, meistens auch noch in der Kategorie Moment, wie, wie hieß die? I'm only sleeping Ähm, glaube ich Sache ist allerdings Das ist keine Kategorie für Schlafstreams, sondern das ist tatsächlich ein Spiel Und, äh, im Grunde genommen hat jeder, der dann schläft, währenddessen Die falsche Kategorie eingestellt Und irgendwo, glaube ich, hat sogar Twitch selbst mal erwähnt, ich bin nicht mehr ganz sicher Wenn du schon on-stream schlafen willst, dann nimm die Kategorie raus So, ne, keine Kategorie, das kann man tatsächlich einstellen Und, äh, ja Aber, äh, ja, genau Du hast mal einen unter Touch-Chatting gesehen Ja, das ist halt so die, ja, auch so eine Fallback-Kategorie, wenn man gar nicht weiß, was man tun soll Aber ich meine, wenn du tatsächlich schläfst und, ne, nicht aktiv am Stream selbst als Streamer teilnimmst Dann sollte man einfach die Kategorie entfernen Irgendwie so war das Ich bin auch nicht mehr 100% sicher Aber, ja, sowas in der Richtung I'm only sleeping ist es auf jeden Fall nicht Das ist nämlich tatsächlich ein Spiel Dass ich auch mal auf Steam suchen wollte, tatsächlich Das gibt's doch sicher auf Steam, oder? I'm only sleeping Puh Ja gut Vielleicht gibt's das auch nicht auf Steam Zumindest noch nicht mit meiner Suche Und ich glaube, ich hab grad die Steam-Suche damit kaputt gemacht Ja, tatsächlich Ja, ups Das war jetzt auch nicht ganz der Plan Dann gucken wir mal Auf IGDB Für die, die nicht wissen, was das ist Das ist die International Gaming Database Ähnlich der International Movie Database Imdb Gehört auch tatsächlich zu Twitch Oder wurde von Twitch aufgesetzt Und sämtliche Spiele, Kategorien Die hier auf Twitch zur Verfügung stehen Werden auch tatsächlich von da gezogen Das ist ein Community-Projekt Eigentlich ganz cool Ähm Kann man seine ganzen Kann man die ganzen Spiele Äh Sag schon Ähm Kann man Spiele drin pflegen Kann man Links dazu setzen Wo es die zu kaufen gibt Wann die veröffentlicht wurden Ob man sie durchgespielt hat Ob man sie spielen will Und so weiter und so fort Ähm Tatsächlich Ziemlich Ziemlich cooles Ding So gesehen Kommt auch irgendwann Hier nochmal eine Integration Hoffentlich Ähm In den Stream Ich hab mich noch nicht mit der Schnittstelle Von dem Ding beschäftigt Aber das Äh Es soll irgendwann mal so eine Art Wenn wir in einem Spiel sind Sollte Hier Oder irgendwo Ne Wenn Wenn jemand quasi fragt Was ist das für ein Spiel So eine Kleine Einblendung kommen So Wir spielen gerade das Gibt's da und da und da Ist von dann und dann Und sowas in der Richtung Muss ich aber noch bauen Ja Hallo Hund Die nicht mal hier ist Die macht einfach nur Lärm Schade Du warst mal bei einem Dem nicht klar war Dass er streamt Der hat in einer Stunde Nicht einmal in den Chat geguckt Und du hast alles zugespammt Ja Es gibt auch tatsächlich Die Leute die halt streamen Um Ja keine Ahnung warum eigentlich Weil Die machen das halt genau so Also Kein Plan Warum man das tun sollte Weil Ich sag mal so Im Normalfall Erfordert es ja auch Ein bisschen Aufwand Also Tatsächlich nicht viel Nur ein bisschen Überhaupt streamen zu können Und Dann halt tatsächlich Gar nicht in den Chat gucken Ist halt auch so eine Sache So Ja gut Okay Kann man machen Ist aber nicht cool Das war auch ein komisches Setting Okay Ja vielleicht hat er Tatsächlich aus Versehen Irgendwie den Stream gestartet Wobei es mich echt Wundern würde Normalerweise muss dann halt OBS laufen Oder sonst was Vielleicht wollte er was Aufnehmen Das kann natürlich auch sein Und den falschen Button Angeklickt oder so Das wäre natürlich auch Eine Möglichkeit Man sah ihn ganz Er saß in dem Sessel Okay Ja gut Ja Keine Ahnung Was dann da schief lief Hauptsache du hattest Deinen Spaß Ne Und Hallöchen Rotpest Hi Hallöchen So ich habe übrigens Hier gerade das I'm only sleeping Spiel Aber da gibt es tatsächlich Relativ wenig Infos dazu Außer dass es ein Point and click ist Keine Website dazu Nichts Naja Okay Schade 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 Aber Auch nicht so schlimm So War auch sehr vergesslich Da haben wir ja Manuell kontrollierte Ob noch alle Geschlechtsteile Da sind Oh Ja gut Ja gut Okay Das ist Hm Ja Schwierig Auch nicht schlecht Kann man auf der Playstation nicht einfach so streamen? Hm Das ist tatsächlich Eine gute Frage Ich überlege gerade Also man kann von der Playstation Auf Twitch streamen Das weiß ich Habe ich noch nie gemacht Aber Ich weiß nicht genau Was man dafür einstellen muss Wahrscheinlich muss man irgendwie Twitch und so verknüpfen Dann geht das wahrscheinlich Sehr sehr schnell Und sehr sehr einfach Ich bin mir aber gar nicht sicher Hatte die Oder hatte Sony Nicht auch mal diese Eigenen Playstation Internen Äh Livestreams Oder sowas in der Richtung Ich meine die gab es auch mal Naja das lief dann irgendwie Nur Also du konntest diese Streams Nur auf der Playstation gucken Oder sowas in der Richtung Das äh Weiß ich nicht Man möchte sie doch Vergewissern Siehst du kein Problem darin Nachzuprüfen Ob noch alle Geschlechtsteile Da sind Ja okay Also nachrücken Okay Das kann ich nachvollziehen Ne Das verstehe ich durchaus Aber nachschauen Das klingt jetzt eher so Als Hose hochziehen Gucken Okay läuft Und äh Passt Also Hochziehen So im Sinne von Gummibund nach vorne Und äh Weitermachen Und einmal reinschauen Hi Rick Hallöchen Hi Streams von der Konsole Auf den Rechner packen Capture Card Ja Ja Das ist ja auch das Was ich nutze Capture Card Gibt halt auch die Gibt halt auch Sämtliche Freiheiten Wobei es inzwischen Auch ganz coole Services gibt Wie man Von Äh Konsole Tatsächlich auch Mit Overlays Also ne Zum Beispiel so nem Chat Overlay Wie hier Oder keine Ahnung was Streamen kann Ohne nen PC Und ohne Capture Card Aber das machen die dann Irgendwo Serverseitig Ich weiß jetzt auch gerade Nicht wie die heißen Ähm Aber an sich Cooles Konzept Dahinter Sehr sehr cool Für Leute die halt Tatsächlich nur Konsolen haben Und vielleicht noch Ein Laptop dazu Der halt Nicht zum Streamen Geeignet ist Über längere Zeit Können Genitalien abfallen Wusste ich das nicht Ne War mir neu Tatsächlich War mir neu So Jetzt habe ich Besuch vom Hund Was ist los Hm Jetzt habe ich Besuch Vom Hund Und ich glaube Ich weiß warum Die hatte noch Nichts zu futtern Tatsächlich Die hatte noch Kein Abendessen Das Darf ich dann Nicht vergessen Das wollte ich Ja eigentlich Jetzt noch Vorm Stream geben Und dann habe ich es Voll und komplett Verpeilt Ich Held Ne Ich Absoluter Held Oh man Naja Ich schreibe mir mal Einen Zettel Und Steck den mal Hier in meine Tastatur Damit ich dir Nachher was gebe Das ist jetzt nicht wild Die braucht jetzt Nicht sofort was Aber So später Wäre dann schon Ganz gut Weil sonst wird sie Irgendwann sehr 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 Aufdringlich So Und Hallöchen LP Nein Nicht die 30 Was 30 Monate Holy shit Hallöchen Hi Und ganz ganz Großes Dankeschön Benny Demenz Arme Sammy Das hält die aus Das hält die jetzt durch Das ist kein Problem Die hatte Die hatte Vergrößertes Mittagessen Quasi Das ist Doch doch Das schafft die Da bin ich Sehr sehr zuversichtlich Achso Ja Übrigens Falls ihr es gerade gesehen habt Hier oben irgendwo Da ist das Alert Aufgetaucht Von LP Ich habe die ein bisschen Größer gemacht Weil die tatsächlich Sehr 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 Klein waren Wie ich dann einfach auch gesehen habe Als ich den Stream nachher nochmal Nachgeschaut habe Ich habe halt immer getestet mit 40 Milliarden Test-Events quasi gleichzeitig Da fällt es da nicht auf Wenn ein einzelnes dann so rumschwebt Und wirklich sehr klein ist Die sollten jetzt ein bisschen offensichtlicher sein Und Ähnlich wie es im Twitch-Chat ist Werden die jetzt Hier Auch Hier in diesem Chat-Widget angezeigt So Auch wenn kein Text dabei steht Und Genau Dann hat man auch hier so ein bisschen noch die Übersicht Das finde ich jetzt eine ganz angenehme Lösung tatsächlich In den Spielen sind nur die Alerts drin Wenn wir chatten Steht das auch so im Chat Und wird entsprechend Hervorgehoben Sag ich jetzt mal Fand ich Fand ich so von der Umsetzung her Durchaus tauglich So Und habe ich schon Danke gesagt für 30 Monate Ja habe ich Ja habe ich Oh mein Gott Ja Die Demenz kickt Ich habe hier Kaffee Ich hoffe ihr habt auch irgendwie Kaffee oder sonst was Irgendwas was euch wach hält Wach macht Wie auch immer Und Hallöchen Ivi Dich habe ich auch gerade gesehen Und danke dir für die 10 Bits Danke Dankeschön So Wie seid ihr eigentlich durch die Woche gekommen? Na ich habe ja schon gesagt Meine Woche war von Schlafproblemen Geprägt Dementsprechend ist mein Rhythmus auch einfach mal Ich hoffe ich kriege den jetzt übers Wochenende gefixt So halbwegs Aber der war jetzt ziemlich hinüber Wie ging es euch? Ich hoffe besser als mir Was das angeht Ich hoffe deutlich besser Deutlich deutlich besser So ich sehe gerade eine Discord Benachrichtigung Ja sehr schön Der Bot hat gepostet Wunderbar Sehr gut Da war ich jetzt nicht sicher Ob der noch irgendwas macht Deine war furchtbar Du hast Und du hast Geburtstag Das hast du auch fast vergessen Moment Du hast heute Geburtstag So richtig Heute Also Jetzt An diesem einzelnen Tag Der Samstag ist Was für ein wäres Gerede Ja dann Herzlichen Glückwunsch Ja herzlichen Glückwunsch dann Es ist auch nur ein Tag Vergessen hätte ich den Bei mir noch nie Aber ja gut Wenn man da wenig Wert drauf legt Oder so Dann ja doch Kann ich Kann ich dann schon mal nachvollziehen So Schlafprobleme Du bist dazu übergegangen Von der Arbeit zu träumen Die macht tatsächlich Spaß Oha Ja aber gut Also ich hoffe dann sind es Wenigstens positive Träume Es gibt ja auch Durchaus Ich habe auch schon mal von der Arbeit geträumt Und zwar davon Dass alles komplett schief lief Das war dann Das war dann auch nicht ganz so cool Deine Woche war weitestgehend öde Gestern warst du bei Freunden Das war schön Ja sehr schön Sehr schön Freut mich für dich Mehr oder weniger stabil Oder auch nicht Du weißt es nicht so genau Gustav ist Gekontunentschieden So wie man ihn kennt Du hattest die vergangene Woche Mit Corona zu kämpfen Bis du heute wieder in Freiheit Da du dich freitesten lassen konntest Also tatsächlich Quarantäne Oder selbst Corona Und ja Dann Oha Dann Freut mich Dass du es überstanden hast Beides Ja gut Klar Das eine schließt das andere ein Ja hervorragend Das ist Ja ich glaube Irgendwann wird es uns alle erwischen Ich bin Also ich bin inzwischen dazu übergegangen Ja es ist Irgendwann ist es halt so weit Aber lieber später als früher Aber ja Ja dann Ne Toi 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 Dass das So funktioniert hat Und du jetzt Auch gut rausgekommen bist Hoffe ich Sehr schön Der Dude Durch den du zu mir gefunden hast Hat heute auch Geburtstag Das ist der Hexer Ne Das stimmt Scheiße Das habe ich voll übersehen Das habe ich voll übersehen Ja richtig 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 In deinem Alter Findest du das Vergessen Nicht so unpraktisch Ja okay Ja das ist Da kann man halt Fünf Jahre später Immer noch erzählen Man wäre fünf Jahre jünger Ja Dein Freund hat es von der Symptomatik Schlimmer erwischt als dich Bei dir war es eher Eine leichte Erkältung Ja Sehr gut Sehr gut Ja dann hast du es jetzt hoffentlich Erstmal hinter dir Was das angeht Und du überlegst Wetten abzuschließen Weil das letzte Corona-Krieg Gewinnt den Pott Als Drohspflaster Weil er kein Leben hat Hohohohohoho Ja Es ist Ja Ja Das erste Mal Als meine Corona-Warn-App Rot wurde Hatte ich tatsächlich Auch ein bisschen Panik Weil ich in dem Moment halt auch Ja Sag ich mal Mit einer Erkältung Flach lag Das war dann auch so Ach du Scheiße Das muss jetzt Das da Nee oder War dann aber Glücklicherweise Doch nix Ähm Außer einer Erkältung Aber es ist Ja Es gewinnt Gustav locker Oh je Hey Zora Hallöchen Hi Dreimal geimpft Und dann genesen Läuft bei dir Ja 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 Auf jeden Fall Ja Du erfüllst alles An 2G Plus Was man nur haben kann Ne Demenz hat auch Vorteile Jeden Tag lernst du Jemand einen neuen kennen Ja wenn man raus geht Oder mit Leuten zu tun hat Dann ja Man hat lieber dem Menstruals Parkinson Lieber vergessen Bier zu zahlen Als es zu verschütten Das ist Ein bisschen böse Ja Am liebsten wäre es Tatsächlich Nichts von beiden Zu haben Das beides glaube ich Nicht so wirklich geil Aber Ui Ja Ich bin schon Sehr vergesslich Sehr 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 Vergesslich Das Ja Das ist richtig Es ist Furchtbar Aber Naja Pflegerhumor Ja okay Ja gut Kann ich nachvollziehen Oder was heißt nachvollziehen Ne nachvollziehen kann ich es nicht Weil ich nicht in der Pflege bin Aber ich kann es absolut verstehen Ja Kann man Leben essen Frag das mal den Kannibalen von Rotenburg Schwierig Demenz hat wirklich Vorteile Du vergisst dass du alles vergisst Und regst dich dann immer auf Ja was das angeht Ja Also Gerade wenn dich Sachen aufregen Oder so Und du sie dann einfach irgendwie Vergisst Ablegst Und irgendeine Schublade Weg Das ist Sehr sehr positiv Was das angeht Ja Auf jeden Fall Ach schön So Ich stelle mal kurz den Kaffee Hier hin Ähm Wunderbar Okay Ich finde es immer noch ungewohnt Ich habe neue Tastatur Und ich habe neue Tastatur Neue Maus Und äh Beides komplett Ausgetauscht quasi Jetzt auch tatsächlich Funk Obwohl ich eigentlich gar kein Funkfreund bin Was das angeht Aber ich erkenne die Vorteile der weniger Kabel oder Ja Der weniger verteilten Kabel vor allem auf meinem Schreibtisch Und äh Aber es ist so ungewohnt Es ist echt merkwürdig Es ist richtig schräg Ich bin fasziniert Die Untertitel funktionieren noch Und das nach 30 Minuten Letztes Mal haben sie da glaube ich schon den Geist aufgegeben Du musst Mörchen schälen Seid lieb Wir sind doch immer lieb Böse Alte Wir sind doch immer lieb Was gibt es denn zu essen bei dir? Was hast du denn geplant? So Okay Ich muss mir gerade mal die Untertitel Live auf Twitch anschauen Das habe ich das letzte Mal noch gar nicht gemacht Äh Wo muss ich denn da hin? Hier ne? Mein Kanal Wäre ganz praktisch Okay Ein bisschen hinterher hängen sie oder? Na gut Das ist jetzt normales Chat Delay So weit dürfen die tatsächlich gar nicht hinterher sein Okay Ja Das ist Durchaus Tauglich Doof Nur dass die jetzt hier im Overlay den Chat Überdecken Aber ich glaube das kann man ändern Irgendwo in den Untertitel Einstellungen Ja da kann man ganze Ja da kann man eine ganze Menge ändern Holy shit Ja das geht Okay Sehr gut Ja praktisch Praktisch Und du machst Rindfleischsuppe Auch lecker Auch sehr lecker Hatte ich seit ewigen Zeiten nicht mehr Glaube ich Oder? Ja doch Das ist ewig her Dass ich da eine hatte Selber bin ich zu faul dafür Dementsprechend gibt es die Wenn überhaupt Bei meiner Familie Wo ich im Normalfall Einmal im Jahr bin Also Ist schon eher selten Ja So Wisst ihr eigentlich schon Was wir heute spielen? Habt ihr das gelesen? Ich hab ein richtig 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 Schön schräges Spiel Rausgesucht Für heute Ähm Ein richtig Schön schräges Spiel Also im wahrsten Sinne Des Wortes Und ich glaube Das wird großartig Ich äh Weiß nicht Was uns da genau erwartet Aber Es kann Es muss so dämlich Es ist so dämlich Dass es wieder gut sein muss Glaube ich Nio Nee Das ist nicht dämlich Nio ist tatsächlich Kein dämliches Spiel Also Nicht Nicht dass ich wüsste Tatsächlich Dass es ein dämliches Spiel ist So Ich glaube Ich zeige euch einfach mal Den Trailer Ich glaube Das ist das Einfachste Ähm Gucken wir mal Äh Wo muss ich dafür hin? Gehen wir mal kurz Hier in die Intermission rein Oh wow Hier seht ihr Meine Maus hier Das ist natürlich Nicht so cool Genau Schon mal als Kleinen Spoiler Für später Heute gibt es St Hazels Horse Pittle Okay Ich bin fasziniert Die Untertitel Haben es fast Richtig hinbekommen So Und das ist der Trailer Dazu So So viel Dazu Ne So viel Dazu Glaube ich Ähm Ihr seht Das ist wirklich Ein sehr sehr Schräges Spiel Oha Oha Ich glaube Die Story War Ähm Dein bester Freund Auch ein Pferd Glaube ich Wurde von einem Krankenhaus Gekidnappt Und Äh Ja Also Gekidnappt Nachdem er Reingeschlichen ist Um bessere Medizinische Verpflegung Zu bekommen Und Du musst ihn Jetzt retten Das Äh Ja Einziges Problem Du bist ein Pferd Schwierig Das sieht lustig aus Ja ich glaube auch Ja das ist Äh Ich glaube das wird Ziemlich cool Spielzeit hat es Angeblich Zwei bis vier Stunden Äh Schauen wir mal Wie schnell wir da Durchkommen Ähm Wir haben ja noch ein bisschen Zeit ne Das Das kriegen wir heute Auch durch Sollten wir am Ende Tatsächlich noch Lust Und Zeit haben Habe ich auch noch Andere Spiele Verfügbar Sage ich jetzt mal Ich habe da durchaus Ein paar Ein paar schöne Spiele Runtergeladen In letzter Zeit Das soll bestimmt Zu Lasagne Verarbeitet werden Oder In dem Krankenhaus Ich weiß es nicht Ich bin nicht sicher LP Steht das Normalerweise im Krankenhaus Auf dem Speiseplan Also ich wüsste jetzt nicht Fände ich auch fast ein bisschen Schwierig Tatsächlich Also Ich will eigentlich seit Jahren Mal irgendwann Klingt jetzt vielleicht Komisch Aber hier im Norden Ist das glaube ich auch Etwas verbreiteter Dass man tatsächlich mal Irgendwie Pferdewurst Oder Pferdehackfleisch Oder so findet Also jetzt auch nicht Im normalen Supermarkt Aber Das scheint hier Etwas verbreiteter Zu sein Und Äh Ich will eigentlich schon Seit ewigen Zeiten Mal was davon Probieren Aber Hab selber noch nicht Wirklich hinbekommen Mein Hund fütter ich Gerne mit Pferd Weil das Verdreckt sie gut Aber Ja Schwierig Schwierig Aber ich bin Wie gesagt Sehr gespannt Auf das Spiel Ähm Unglaublich Dämlich Aber ich glaube Das macht es Auch sehr Sehr witzig Aber So Und jetzt die Große Überleitung Ne Jetzt die Große Große Überleitung Ne Ich habe ja auch Letzte Woche Angekündigt Dass ich gerne Talkrunden Machen würde Ähm Ne Talkrunden So Für den Einstieg In den Stream Quasi Wir sind jetzt eh schon Eine halbe Stunde Dabei Ja doch Ja doch Kommt hin Und Ähm Ne Die Idee war ja Dass es immer ein Thema Gibt So Er lest es Wahrscheinlich Im Titel Da sollte es Zumindest Drinstehen Tut es auch Meines Erachtens Nach Äh Steht das im Titel Ja Steht da drin Ne Das heutige Thema wäre nämlich Eure peinlichsten Erlebnisse Erste Talkrunde und direkt ins Eingemachte Ne Das wäre der Plan für heute Ich habe tatsächlich auch drei hier vor mir aufgeschrieben Ich musste eine ganze Weile lang überlegen Aber ihr dürft auch gerne anfangen bevor ich weitermache Es gibt eine Mitarbeiterkantine Hast nicht gesagt dass Patienten das essen sollen Oh Ja An die habe ich nicht gedacht An die habe ich nicht gedacht Ja Das Ja Ja Das ist was das existiert Das ist korrekt So Also wer will wer will von seinen peinlichen Erlebnissen erzählen Ich weiß nicht warum aber ich versuche gerade mit dem Mauszeiger hier irgendwas auszurichten Einfach nur weil ich gerade mit der Maus hier ein bisschen rumspiele Ich weiß nicht warum aber ich mache das gerne dass ich meinen Mauszeiger irgendwo quasi andocke oder das versuche Das ist so so mein Stiftersatz sage ich mal am Rechner Und hey Malza Hallöchen Ist das jetzt der Teil wo wir von unserem Kindheitstrauma erzählen Ähm Eigentlich nur von peinlichen Erlebnissen aber wenn das bei dir ein Kindheitstrauma war Uiuiui Also kann man weiß ich nicht ne also man man muss halt selber auch sich natürlich irgendwo trauen aber die meisten peinlichen Erlebnisse sind ja doch eher so dass man glaube ich im Nachhinein gut drüber lachen kann ähm würde ich jetzt mal so vermuten wobei wenn es zu einem Trauma geführt hat ist das wahrscheinlich eher eher negativ ja aber ja wir haben quasi gerade angefangen damit das wäre jetzt der Plan ja dass jemand hervortritt und sich traut in der Runde von seinen Erlebnissen zu erzählen aber bisher will noch niemand ne ihr seid noch sehr 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 zurückhaltend was das angeht ich merke das schon und erzählt mir nicht ihr hattet nie peinliche Erlebnisse das glaube ich nämlich tatsächlich niemanden so oh da fällt mir ein ich wollte noch den Channel erstellen im Discord um genau um Themen für die ganzen Talkrunden zu sammeln ja hervorragend das habe ich natürlich verpeilt kommt noch das das kommt noch da schreibe ich mir auch mal auf Moment so das kann man hier drin aufschreiben so Discord Channel für genau wunderbar sehr gut manchmal wünschte ich mir im Twitch eine Übersicht ob jemand was tippt es muss halt auch ein bemerkenswertes peinliches Erlebnis sein ja irgendwas was man sich gemerkt hat sowas wie eine gerissene Hose im Büro und das ist mein erstes Ding wenn dir im Büro die Hose reißt weil es scheiß Qualität war tatsächlich nicht weil ich zu fett war oder so nein es war scheiß Qualität und du dann damit erstmal eine Weile lang rumlaufen gefühlt gefühlt und dann vor allem vom Büro aus in den nächsten Klamotten laden finden musst oder kommen musst wo du dir eben schnell mal spontan eine neue Hose kaufen musst die dann natürlich auch passen sollte das ist eine ganz großartige Sache wenn das passiert kann ich kann ich tatsächlich ein Lied von singen ich war sehr 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 froh tatsächlich also keine Ahnung wie die gerissen ist aber auf einmal hat es einen Ratsch gemacht und das Ding war es war halt echt eine Beleghose und die ist wirklich so von der es gibt ja unten quasi direkt im Schritt meistens noch so eine Naht und oben beim Gürtel und da war sie komplett durchgerissen also beste Aussicht auf die Unterhose und ja im Büro da ging es noch halbwegs weil da bist er halt dann irgendwie gesessen aber dann sobald Pause war erstmal zum ich weiß gar nicht mehr war das ein C&A ich glaube es war ein C&A was das nächste war wo es Hosen gab da hinkommen und das durch die Stadt so circa mittags wo wirklich viele Leute unterwegs sind ich bin sehr sehr zu dem Zeitpunkt war ich sehr froh über meine Entscheidung immer irgendeine Art von Tasche dabei zu haben meistens so eine Schultertasche so eine Umhängetasche sowas in der Richtung weil die hat das halbwegs verdeckt aber du schaust dich halt die ganze Zeit so sieht man irgendwas schauen die Leute komisch lachen sie zeigen kleine Kinder auf dich und ne du hast so ein doofes Gefühl damit dadurch die Gegend zu laufen das war halt ja es war eine Erfahrung sag ich mal seitdem kaufe ich auch deutlich also nicht mehr ganz so günstige Hosen und vor allem mit dickerem Stoff im Normalfall der nicht ganz so leicht ganz so leicht reißt ich hatte Unterwäsche an ja ja seitdem quasi auch definitiv immer für den Fall dass sowas nochmal passieren sollte okay und Amy hat tatsächlich eine Geschichte sehr schön ähm moment als du deine erste Beziehung begonnen hattest war das was war das mit so einem dämlichen Reim wir saßt am Bahnhof und die Bahn kam zu später stellte dann die rhetorische Frage wann die Bahn wohl komme und ich meinte das werden wir sehen willst du mit mir gehen bezeichnest diese Beziehung eigentlich nicht mehr als Beziehung sondern das kindliches austesten was das Thema Freund Freundin angeht generell ist er noch heute diese ganze Beziehung so dermaßen peinlich weil der Kerl einen ziemlich schlechten Ruf in der Schule hatte aufgrund diverser merkwürdige Dinge die er gesagt und getan hat war ein sehr komisch merkwürdiger Mensch oha ja okay ja das das war ja dann ja ja so ja ja auch schön ja glaube ich dir aber auch durch also glaube ich dir sofort dass dir das schon etwas peinlich ist gerade wenn es so ein komischer Typ ist aber in dem Alter ist das nicht so das normale Alter wo man irgendwie auch so Beziehungen sage ich jetzt mal ausprobiert also ich kenne tatsächlich ein Pärchen die haben in dem Alter zu sich gefunden und sind glaube ich immer noch zusammen nach keine Ahnung wie vielen Jahrzehnten inzwischen gefühlt aber es ist glaube ich doch auch eher die Ausnahme aber schön und böse Alter ist mal durch eine Baumark gestopft und hat es den hinter Teil deines Rocks in die Strumpfhose gestopft eine nette alte Dame hat sich dann darauf aufmerksam gemacht okay ja das sah bestimmt ja das sah wahrscheinlich auch merkwürdig aus also ja es ist halt irgendwie es ist falsch rum wahrscheinlich irgendwie zuvor relativ schnell zurecht gemacht ne sowas in der Richtung würde ich jetzt mal vermuten auch schön was und Rick hat seine Hose zerrissen Moment warum hast du deine Hose zerrissen und wo und warum was nach ein paar Bierchen kam es früher schon mal vor dass die Hose zu Hause bleibt ich glaube so betrunken kann ich selbst nicht sein tatsächlich ich glaube nicht ich weiß zwar oft mal doch ich weiß immer noch alles egal wie betrunken ich war das ist ich hatte noch nie einen Film und deswegen habe ich auch noch so eine gewisse Kontrolle über mich auch schön du bist froh dass du mit der Person heute nichts mehr zu tun hast späteren Teenager Jahren warst du mit seinem jüngeren Bruder in der Klasse und der gehörte dann zu deinem engsten Freundeskreis ja so kann es gehen so kann es gehen den einen Teil von der Familie kann man nicht mehr ausstehen oder konnte man noch nie und der andere ist total in Ordnung das ist ja doch das das kenne ich selber auch ja dass der eine Geschwisterteil deutlich deutlich angenehmer ist als der andere ja und du magst halt keine Hosen ja okay gut das ja das kann ich verstehen achso das war eine Spongebob Anspielung auf deine Story ja okay ich muss zugeben Spongebob habe ich versucht anzuschauen und ich habe nach vier Episoden oder so aufgehört weil ich konnte es tatsächlich nicht ertragen es das war schon schwierig schwierig das war ne ich schalte zwar gern mein Hirn aus wenn ich irgendwas anschaue aber das hat mir den Rest gegeben also dagegen ist ja Rick and Morty tatsächlich noch hoch intellektuell und das ist schon unglaublich dämlich also wirklich unglaublich dämlich okay ich kann hier rumrollen ich wurde allein gelassen sehr gut kein Hund aber sich an alles zu erinnern nach einem richtigen Rausch oder so kann halt auch doof sein ne man ist halt dann immer derjenige der allen anderen erzählt was sie für Blödsinn gemacht haben und dann glauben die das manchmal gar nicht mal unbedingt es ist auch ja auch schwierig irgendwie oh oh so oh ja das ist tatsächlich ne gute Frage ja darf man als Mann auf offene Hosen raushängen die BHs oder so hinweisen oder ist das zu peinlich ja immer drauf aufmerksam machen sofort alles andere ist noch peinlicher ja 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 wahrscheinlich ja 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 das mag zwar in dem Moment glaube ich für beide Parteien extremst peinlich sein aber das ich glaube es ist auch das Beste für beide Parteien wenn du eine Ohrfeige kriegst tust du so als wäre es dir peinlich ich weiß es nicht ich glaube gar nicht mal dass du dann irgendwie Ohrfeige bekommen würdest ich glaube die Peinlichkeit geht dann eher auf der anderen also bei deinem Gegenüber fängt das dann an ähm und ich glaube in dem Moment ist nicht unbedingt was mit Ohrfeige also würde ich jetzt mal so behaupten und vermuten aber sicher sein kann man da halt auch nie aber ja ja tatsächlich ja ja aufmerksam machen ist wahrscheinlich das das Beste ja vielleicht jetzt nicht unbedingt so ganz creepy in der Nacht ähm im Dunkeln oder so jemandem hinterher laufen und rufen und keine Ahnung was das ist wahrscheinlich eher schwierig und stark grenzwertig aber so prinzipiell eher doch sag mal und kannst du mal aufhören hier mit dem Greenscreen rumzuspielen dauernd spricht hier die Realität da drüben da da du sagst für Lücken Greenscreen ja du musst noch ein bisschen warten warten Hund so Sammy hat Hunger ja ja das ist richtig warten weißt du was komm mal her ja komm mal her hallo oh mein gott mhm so warte wenn wir aktuell schon keine keine DokuCam haben kann ich es ja so machen ne du bist alt nachts ist es dunkel da hast du Angst ja ich persönlich bin ja inzwischen durchaus so weil man man liest ja auch immer wieder dass Frauen halt irgendwie creepy verfolgt werden und was weiß ich in der Nacht und ich versuche dann tatsächlich auch einfach Abstand zu halten langsamer zu gehen möglicherweise die Straßenseite zu wechseln damit sich da bloß niemand bedroht fühlt weil ich glaube es gibt wenig unangenehmere Sachen also ich selber fühle mich ja auch schon wenn ich mal nachts unterwegs bin oder so auch möglicherweise ein bisschen so okay ne man weiß halt nie was einen erwartet jammerst du jetzt jetzt hörst du natürlich auf zu jammern ne jetzt hörst du natürlich auf zu jammern oh jetzt jammern jammern ja oh so haust du gegen das Mikro ja nicht mal das liegt auf deinem Hintern das ist hervorragend du hallo bist du ein bisschen vorsichtiger sag mal oh 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 hey da das ist sehr rücksichtsvoll ja ich lese es halt also gerade auf Twitter oder so kommt das Thema ja auch immer wieder mal und das war dann so eine Entscheidung für mich weil ne ich will natürlich niemanden ungewollt jetzt auch irgendwie in Bedrängnis bringen da hab ich keinen Bock drauf bei irgendjemandem dann Stress zu verursachen ich hab keinen Bock auf Stress und deswegen war das für mich so eine Entscheidung ja wenn sich jemand von dir bedroht fühlt wär's doch günstiger wenn derjenige die Straßenseite von sich aus wechselt du kannst es nicht wissen nee das ist richtig wissen tut man es nicht wissen tue ich es auch nicht ähm aber ich hab's halt einfach so für mich entschieden weil manchmal trauen sich die Leute halt dann auch gar nicht mehr wirklich die Straßenseite zu verwechseln äh zu verwechseln vor allem deswegen bin ich halt dann derjenige der das für die sag ich mal tut und dadurch einfach deutlich anzeigt ich bin keine Gefahr ist alles gut es ist ein schwieriges Thema ist ein sehr schwieriges Thema ja sag mal rund Hallöchen Hi Eleven Hi oh das ist aber lieb von dir sehr schön oh ja was böse Alte sagt ist tatsächlich ein guter Einwander an der Stelle ja doch zeigt man tatsächlich Angst in irgendeiner Art und Weise ja hab ich kein Flugthema mehr nee tatsächlich nein tatsächlich nein musste den Stream von letzter Woche gucken ab zwei Stunden ungefähr oder so im Stream ähm erklär ich da ein bisschen was dazu hab ich da mal groß was im Discord geschrieben auch das ist möglich auch das ist möglich bonk 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 ja das ist aber jetzt nicht dein Abendessen ne nee das ist nicht dein Abendessen nimmst du die Nase da raus nee nee setz dich mal hin hinsetzen das ist jetzt doof ne da hab ich einen Schwanz da hinten ach ach so viele Männer sind gewalttätig und übergriffig der Rest muss sich dessen bewusst sein dann nimmt man dann halt rücksichtig Rücksicht ja ja genau das ist halt ja genau das ist es es gibt einfach zu viele Arschlöcher auf diesem Planeten und wenn ich dann als Mitglied der männlichen Spezies irgendwie auch ein bisschen positives Zeichen da setzen kann mach ich das halt auch ne feste auftreten sich groß machen nicht rennen belebte Gegenden aufsuchen andere Frauen ansprechen und um Hilfe bitten ja wenn es irgendwie dunkel ist wahrscheinlich auch vor allem in den helleren Ort aufsuchen ja so oh Hund das ist ja wieso kein richtiges Abendessen egal ich kann es futtern ja wieso stellst du eigentlich dein rechtes Hinterbein da auf meiner Wampe ab hm was soll denn das guck mal da da ist die Kamera da musst du hinschauen da da ne nicht jetzt schaust die Richtung Kamera so halb ja so Eleven einfach den Stream von letzter Woche angucken einfach mal auf Videos klicken unterm Stream und dann kommst du da hin also zumindest hab ich da erzählt was so die Pläne sind gar nicht mal unbedingt warum das Flugthema weg ist hm so gehst du jetzt wieder runter ja gehst du wieder runter tschüss so ein Abschiedsleckerli noch bitteschön na gut ne na gut ne ja sehr gut oh Gott sind das viele Haare das T-Shirt war bis gerade eben haarfrei jetzt sieht so aus als wäre es als wäre hier ein Schaf irgendwie auf mir rumgerollt okay sehr gut sehr gut sehr gut wie sind wir jetzt eigentlich gerade auf dieses Thema gekommen irgendwie ist das gerade mächtig umgeschwenkt oha oha schlussendlich kann man sagen also zumindest für ich ich für meinen Teil mach das so wo ich irgendwie Rücksicht nehmen kann und das hat für mich was mit Rücksicht zu tun und ne da nehm ich sie dann auch was das angeht und ja ich glaube wenn das mehr Leute tun würden wäre unsere Welt ein besserer Ort den Stream vom 4.2. genau den genau den aber jetzt gehen wir nochmal zurück ne jetzt gehen wir nochmal zurück zu zu unseren wunderschön peinlichen Erlebnissen wer hatte das vorhin geschrieben irgendjemand hatte was geschrieben mit Rotpest war das also ziemlich entspannt mit Nacktheit aufgewachsen bist das ist nämlich tatsächlich eine wunderbare Einleitung ähm zu meinem nächsten peinlichen Erlebnis das hat nämlich tatsächlich mit Nacktheit zu tun ab Stunde zwei ja nach der ersten Pause ich glaube das ist so ungefähr zwei Stunden so mehr oder weniger dauert aber auch zwei Stunden nimm dir da Zeit für ähm genau nee was wollte ich genau richtig ne ich habe ja öfter schon mal erzählt dass ich gerne ähm mal in die Sauna und so gehe ähm weil ich das unglaublich entspannend finde was das angeht weniger entspannend ist das wenn du aus der Umkleide rauskommst und feststellst dass du in der falschen Umkleide warst und dich einfach mal in der Damenumkleide umgezogen hast und da dein Zeug verstaut hast das ist äh ja ne Sache die mir passiert ist das war auch ne Sache wo ich mich dann erstmal drei Monate nicht mehr in diese Sauna getraut habe ähm aber ja was was will man tun die Herrenumkleide war quasi um die Ecke und ich habe das dämliche Schild nicht gesehen und äh bin dementsprechend Vollgas in den falschen Raum reingelaufen da halt auch niemand drin war ist es mir nicht aufgefallen und dass ich rausgegangen bin ist mir eine ältere Dame entgegengekommen die etwas sehr ja die mich etwas verdutzt angeschaut hat ähm ne und äh ja ich bin dann irgendwie auch nochmal umgedreht hab mein Zeug genommen ähm ähm umplatziert in die richtige Umkleide und dementsprechend auch in den richtigen Spind und äh ja die die etwas ältere Dame habe ich dann tatsächlich noch öfter nochmal gesehen an dem Tag und äh sie hat immer sehr 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 verschmitzt gegrinst sag ich mal ähm also die hatte da kein Problem mit aber ja ich hab versucht der aus dem Weg zu gehen aber so ganz funktioniert hat das auch nicht weil so groß war die Sauna nicht und äh oder die Saunalandschaft und ja ey was bin ich froh dass in dem Moment dass ich halt alleine da drin war ne so lange es nur in der gemischten Sauna ist ja ja das war halt ne Saunalandschaft ich glaube die hatten gar keine ähm Einzelgeschlecht Einzelgeschlecht sage ich jetzt mal von dem her war das jetzt nicht das Riesenproblem aber es ist halt schon doof ich ne ich bin halt dann auch ich hab halt das Schild nicht gesehen in die Herrenumkleide und bin dann halt da rein marschiert und dachte mir so ja okay cool ne es ist eh gemischte Sauna dann gibt's vielleicht auch ne gemischte Umkleide gibt's ja tatsächlich auch hab ich auch schon gesehen ähm ne da hab ich mir dann nix weiter gedacht und dann als ich halt in die Landschaft rein bin waren da auf einmal zwei Eingänge entsprechend mit Männlein und Weiblein Symbol ja schwierig das ist ne Omi die da gemischten Sauna die hatte Spaß you made her day ja so alt war sie nicht 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 Omi ähm keine Ahnung mit älter meine ich jetzt tatsächlich so an die ich würde mal sagen so 45-50 sowas um den Dreh das ist jetzt noch nicht noch nicht Omi-Level unter Umständen ähm peinliches Erlebnis dir ist auf ner Hochzeit von Freunden äh wo du mit deiner Freundin warst passiert dass dir die Anzugshose den kompletten Po hinaufgerissen ist ja hervorragend das ist quasi meine erste Story gewesen mir ist es im Büro passiert äh und ich musste dann schleunigst irgendwie zum C&A durch die Stadt ähm mit gerissener Hose ja sehr schön ja was man zudem sagen muss der Luftzug an sich ist sehr angenehm aber die Situation ist halt mächtig kacke ja und hey Junkie Hallöchen hi tragen wir nicht alle Lederhosen nein auch wenn das gerne das amerikanische äh Bild eines klassischen Deutschen ist Bier Lederhosen Sauergraut Oktoberfest ähm aber nee ich hatte mir ich hatte mir im ganzen Leben noch keine Lederhose an und ich hab's auch tatsächlich nicht unbedingt vor das äh muss muss nicht ne muss nicht sein das ist auch das schwedische Bild des Deutschen jetzt wäre Schweden aber deutlich näher und nicht ein kompletter Ozean dazwischen ne nur nur ein bisschen Wasser und und ein bisschen Dänemark ist auch dazwischen ne aber ja ok ja gut schwierig aber schön du magst die Vorstellung ja ok ja verstehe 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 ähm andererseits glaube ich glauben auch viele bei Amis ähm dass die halt auch ja mit Stripes and Stars oder Stars and Stripes ich hab vergessen wie rum das Ganze ist die ganze Zeit rumlaufen äh ihre 9mm rausholen ihren ihren Revolver und wild durch die Gegend schießen das mag zu teilen auch stimmen ne Klischees haben ja auch immer ihren Grund aber es ist äh ich glaube auch da gibt's so ähnliche Bilder ja eieieieiei Klischees sind irgendwie was Schönes ähm ja das ist im Schimmenden Witz der deutsche Proteinshake Bratwurst plus Sauerkraut plus Bier alle sind im Mixer fertig uuuh 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 nein uuuh 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 das ist ja ekelerregend also im wahrsten Sinne des Wortes ekelerregend ach du Scheiße uuuh ne muss nicht mhm 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 es würde bei mir schon allein am Sauerkraut scheitern bin ich überhaupt kein Fan von überhaupt nicht eieieiei ne mhm warst du nicht gerade auf der Couch ne mhm okay ach schön klischees sind was tolles können aber auch furchtbar sein wenn man sie zu wörtlich nimmt teilweise ne das äh das gibt's ja auch wenn man einfach wirklich alles auch über einen Haufen scher äh über einen Kamm schert so rum so rum war das mhm ja sehr schön aber Junkie erzähl doch mal frag doch mal was zum zum aktuellen Thema bei du hattest doch bestimmt auch mal ein wunderschön peinliches Erlebnis lass uns doch mal teilhaben wenn du schon hier bist Sauerkraut und Leberknödel mit brauner Soße bei der braunen Soße bin ich dabei Leberknödel auch nicht unbedingt auch nicht unbedingt tatsächlich das hört sich echt eklig an mit der Bratwurst im Mixer ja bei mir ist es eher das Sauerkraut als die Bratwurst ähm gut man könnte jetzt argumentieren ne sobald man es runterschluckt wird sowieso zu dem was Junkie da beschreibt mehr oder weniger aber ja ei 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 das ist jetzt schon schon ein bisschen hart ja das ist schwierig sehr schwierig okay Junkie hat tatsächlich geliefert nice was wenn man das Vorführeffekt ein restauriertes Autofit macht wo Kunden Öl einfüllt und sich wundert warum du hinfällst das Öl lief durch den Maschinenblock du hattest vergessen die Ölwanne drunter zu schrauben Zündkerzen Zündkabel und Kerzen hattest du auch vergessen ja gut kann man machen Junkie ja das ist interessant wäre die Reaktion jetzt deiner Kunden gewesen ähm die würde mich tatsächlich noch interessieren haben die das eher mit Humor genommen oder haben die quasi instant den Auftrag rückgängig gemacht und gesagt nee hallo das ist der Typ vergisst dir einfach nee auch das ist ja eine Sache die durchaus existieren soll dass man durch solche Aktionen Aufträge verliert was dann möglicherweise auch eher schwierig ist ne falls man den beispielsweise gerade irgendwie bräuchte so waren Stammkunden aus Regensburg die kenne dich schon länger die wundern sich über nichts mehr ja okay ja gut dann dann Glück im Unglück bei Neukunden glaube ich ist das eher schwieriger ja also so arbeite ich halt die Hälfte der Kosten die sie bezahlen liegen daran dass ich halt verpeilt bin ja ist jetzt vielleicht nicht unbedingt das beste Argument muss ich zugeben so hatte ich noch irgendwo was jetzt äh hatte ich noch irgendwo was übersehen ich glaube ich glaube nein so Leute habt ihr noch was habt ihr noch irgendwie ein schönes peinliches Erlebnis von dem ihr erzählen wollt sowas wie Nasenbluten in der Tankstelle unter der Maske das mir tatsächlich auch noch auf der Rückfahrt hierher passiert ne ich weiß nicht ob falls ihr Twitter verfolgt habt habt ihr vielleicht mitbekommen dass ich als ich bei der Family war ziemlich oft Nasenbluten hatte wahrscheinlich weil es halt einfach 700 Meter höher ist als hier und irgendeine Ader in meiner Nase mag das gar nicht gern und beim Zurückfahren steige ich aus und Maske auf und in dem Moment fängt halt das Nasenbluten an und du stehst dann da so an der Kasse und hoffst eigentlich nur dass deine Maske nicht rot wird in dem Moment das ist so der das eine Ding wo du so da stehst und die ganze Zeit gegen das Nasenbluten kämpfst stehst eh schon in der an der Kasse wirst du doof angeschaut weil du die ganze Zeit schniefst gerade in der aktuellen Zeit ist das möglicherweise auch schwierig und ja dann läuft deine Nase wie bescheuert und du denkst dir die ganze Zeit nur hoffentlich wird die nicht rot hoffentlich wird die nicht rot was machst du wenn die rot wird oh Gott das war so ja muss ich auch nicht nochmal haben da muss ich mir irgendwann nochmal den HNO suchen der sich das mal genauer anschaut seit ich wieder hier bin ist übrigens keinerlei Nasenbluten mehr passiert nichts mehr nicht mal ansatzweise irgendwas es ist echt weiß ich nicht Luft Druck wahrscheinlich ja Luftdichte kein Plan obwohl das würde auch wieder auf Luftdruck zurückfallen ja ich glaube schon ja dinge halt dinge ich habe eine hübsche kassiererin gesehen nein es hatte minus 10 grad und ich bin einfach nur aus dem auto ich lebe nicht in einem anime wo jegliche anzüglichkeit in 5 litern blut aus der nase endet was jedes mal die hose am stuhl festgeklebt weil du starke regelblutung hattest und die binde nicht mehr gereicht hatte oha oha oho ok ja gut das ist uh das ist glaube ich auch massivst peinlich in dem moment ne vor allem in gesellschaft wenn man irgendwie halbwegs allein ist oder so geht's ja aber wenn da dann noch andere personen sind die das möglicherweise auch noch sehen könnten puh ja schwierig der hat größtes mitgefühl kann ich absolut nachvollziehen war in der schule oh gott ja vor allem ja schule ist ja auch noch das beste pflaster dann für sowas ne oh gott jetzt glaube ich weiß nicht warum malzer von dingens geredet hat von kindheitstraum das ist ja oh ja gut aber was will man machen die meisten situationen in der richtung sind halt in dem moment auch so ja was willst du jetzt machen geht einfach nichts mehr der einzige weg ist vorwärts irgendwie da raus kommen ohne kollateralschäden sag ich mal du musstest es deinem klassenlehrer sagen und deine mutter musste dir eine frische hose bringen oh oh ja wild ja ja oh je ja das ist das ist hart oh chunky hat noch was dein bruder fragte dich nach zucker für seinen kaffee siebenmal gehst du in die küche kommst du mit leeren händen zurück beim achten mal kommst du wieder hier ist dein salz wirklich wow warum bist du siebenmal in die küche gerannt und immer mit leeren händen zurückgekommen was so verpeilt bin ja nicht mal ich junkie wow schlafrhythmus ist total daneben ja willkommen im club hi das ja eine zweite partnerin hat bei so einer gelegenheit vor einer chorprobe weil deine hose voll geblut ist saß auf deinem bein und du meintest leise zu ihr läufst du aus war ihr peinlicher als dir ja das ja das glaube ich das glaube ich in dem moment total ach du schande okay gut ja 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 und bloß der alte hat angefangen als ich jung war jetzt bin ich gespannt was da kommt da bin ich jetzt tatsächlich gespannt so langsam kommen wir hier zum eingemachten ne was kann man dazu noch sagen ja 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 aber ne wie gesagt in dem moment hilft halt auch einfach nur noch durch irgendwie die situation retten kann man sie nicht mehr aber man kann sie halbwegs tauglich verlassen sag ich mal das hilft halt einfach nichts mehr und ich glaube wenn man sowas hört muss man sich als Junge auch keine Gedanken über Flecken auf irgendwelchen Spannbettlaken oder so mehr machen das das ist dann glaube ich auch schon ja das ist dann eher harmlos glaube ich mein neues Profilbild ist stylisch du dachtest erst ein Emo oder so ein Animitar in real life an der Scarlet Nexus Scarlet Nexus habe ich nie gesehen aber es ist eigentlich nur ein Foto von mir ähm es ist eigentlich nur ein Foto das ich irgendwie gedingst habe äh mit einem weißen Random versehen habe also ich kann dir mal ganz kurz äh ja pass auf das Original zeigen und Dingens ähm die bearbeitete Version davon dauert nur einen Moment bis die Software gestartet ist ja Aktualisierung erforderlich nein geh weg so das ist das Original und äh jetzt noch Photoshop auf für die Bearbeitung da ja sehr gut hervorragend ähm ja mal machen wir das ganz kurz so das hier ist das Original Foto Junkie mit meinem wunderschönen CD Regalen im Hintergrund die zu dem Zeitpunkt deutlich weniger staubig waren als jetzt und äh schlussendlich ist das tatsächlich nichts anderes als ich habe mich halt ausgeschnitten hier aus dem Ding versucht hier noch so ein paar Sachen zu glätten gerade hier in den Haaren oder so da sieht man es vielleicht ein ganz kleines bisschen ähm dass hier die Kante anders ist weil ich da mit dem Radierer arbeiten musste und da wieder den Hintergrund einblenden und vor allem ein bisschen abdunkeln und im Grunde genommen ist es das mehr ist es nicht gut ich gebe zu Photoshop und so erleichtert jetzt hier schon einiges aber das ist so so Basis Bildbearbeitung ähm habe ich tatsächlich länger nicht gemacht aber war dann doch relativ flott umgesetzt aber vor allem das Freistellen von Personen ist halt furchtbar das ist halt uff ähm das macht halt keinen Spaß wobei Photoshop da inzwischen echt gut geworden ist und Leute einfach sehr sehr gut erkennt also inzwischen ziehst du ein Quadrat da drum äh ein Quadrat äh ein Rechteck um das was du freistellen willst und Photoshop macht erstmal den Rest dann noch hier und da ein bisschen ausbessern und läuft ähm so zu dem was Böse Alte vorbereitet hatte Urlaub am Gardasee Zelt sehr romantisch dein Freund steht nach dem äh anstrengenden Knickknack auf holt was zu trinken reicht dir die Flasche du schraub 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 guck hoch und sagst ich liebe dich er die Flasche ist auf und fängt dann zu lachen was oh ja schön das ist ja okay das ist doch hey es war immerhin kein danke ich liebe dich danke ja was sollst du da jetzt noch drauf sagen ne in dem Moment ist halt auch irgendwie vorbei okay ja schön das ist so ein richtig schönes kleines Missverständnis wunderbar so eine Situation ist eigentlich nichts was einem peinlich sein müsste der ist dann witziger dormiert finde das ist eher das Problem sowas wie Periode sollte hinreichend bekannt sein auch bei Jugendlichen ja Bedrohung liegt auf sollte ja richtig richtig es ist was gänzlich natürliches und äh ne manchmal passieren halt dann einfach Dinge die zwar doof sind aber ja ist halt so und Amy hat noch was so in der 8.9. Klasse rum seid ihr nach dem Sportunterricht wieder Richtung Schulhaus gelaufen musstet dafür über den Schulhof ja da war da eine kleine steinerne äh kleine steinerne Treppe mit so einem steinerne äh mit so einer steinernden Rampe daneben um ein Fahrrad runterzuschieben ah ja okay so ein Ding ähm es war Winter kalt glatt deine Freundin sagt noch ich sollst du solltest aufpassen wenn du da runterläufst hast natürlich nicht gehört bist knallhart auf den Hintern geknallt weil ausgerutscht oh ich hoffe nicht auf Steinbein ne war total lustig aber irgendwie ah okay irgendwie auch peinlich weil du nicht auf sie gehört hattest ja das ist das ist eigentlich so mit Ansage ne das ist so richtig schön mit Ansage mach das nicht du machst es es geht schief Klassiker ne ich glaube das muss einfach so warum keine Ahnung aber irgendwie ja irgendwie gehört das dann dazu ähm schön aber ich hoffe tatsächlich du hast ja nicht zu sehr weh getan weil gerade auf den Hintern fallen oder so dann ne möglicherweise noch auf Steißbein mhm das tut halt auch richtig weh dann und vor allem lang das äh wild weh getan hat nur dein Ego ja okay das wächst nach im Normalfall ähm das wächst im Normalfall wieder das äh das das geht das ja doch ähm ähm möchtest du sowas auch haben bei deinem Profilbild halt mit einem Landschaftsbild aus Fallout 4 ja Junkie Fotobearbeitung ist an sich nicht so schwer und es gibt auch kostenlose Alternativen ne ich hab selber das äh 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 Fotografie Abo von Adobe ähm wo halt äh ein paar Cloud Features von denen drin sind Photoshop und Lightroom ähm und ich glaube inzwischen noch 2-3 Sachen das geht noch relativ es geht noch vom Preis her das ist noch relativ günstig aber gibt auch ganz gute freie Alternativen gerade zu Photoshop sowas wie Gimp fällt mir halt spontan ein ähm ähm ich hab noch ein paar aber fällt mir jetzt nix nix äh Gimp ist halt so der Klassiker ich hasse Gimp wegen seiner Oberfläche aber ich hab's auch seit mindestens 10 Jahren nicht mehr gesehen vielleicht ist mein Hass inzwischen nicht mehr begründet ähm ja es gibt noch noch ein paar Programme einfach mal nach Photoshop Alternative oder so googeln dann kommst du wahrscheinlich auch auf ein paar Sachen aber Gimp ist auch eine ist halt weit verbreitet und da kriegst du auch wahrscheinlich wenn du irgendwas suchst was du machen willst ähm relativ schnell auch Suchergebnisse wie man das macht also Tutorials und so weiter und so fort genau Amy hat's auch grad geschrieben mit Gimp LP kommt mit Gimp nicht zurecht meistens ist es ja tatsächlich nur eine Sache der Gewöhnung und äh ich weiß nicht das letzte Mal dass ich Gimp verwendet hatte das war dann kurz bevor ich mir Photoshop geleistet habe ähm war dann halt schon auch so wo ich das Ding aufgemacht habe und dann waren das erstmal so gefüllt 30 Fenster alle voneinander getrennt keine einheitliche Oberfläche und dann hab ich versucht einfach nur Ebenen zu erstellen und darin irgendwas zu tun und bin gefühlt daran schon gescheitert und das war dann der Moment wo ich gesagt hab so ne Tschüss Bye Bye Photoshop kommt hier auf den Tisch und äh dann ja mein Gott dann zahle ich halt jetzt schon seit weiß ich nicht wie vielen Jahren ähm gute 10 Euro pro Monat oder ich glaube inzwischen sind es 13 an Adobe aber es ist es wert ich nutze es halt auch regelmäßig also Lightroom weniger aber Photoshop nutze ich halt doch durchaus öfter mal Malza hat auch mal Gimp probiert fand es die Steuerung schrecklich ja wahrscheinlich ist es einfach auch ne Gewöhnung ich weiß nicht woran du sonst gewöhnt bist äh wahrscheinlich auch eher Richtung Photoshop oder oh wie heißt das andere Gedöns die andere Suite die es noch gibt ich glaub der Infinity Designer gehört da dazu aber Infinity Designer ist eher so ne Richtung After Effects jetzt wenn mich nicht alles täuscht bin ich nicht mehr sicher aber äh ja also in Gimp einarbeiten ist tatsächlich möglicherweise ein bisschen schwierig wenn es dann mal geht und man damit zurechtkommt okay aber so das ist äh ja ich glaube man hat als Einsteiger hat es ein bisschen leichter weil man nicht vorbelastet ist das ist auch nur installiert um jemand anderem weiterzuhelfen ja okay äh irgendwie findet Gimp eigentlich recht übersichtlich und einleuchtend kam es bisher immer gut damit klar wobei du es bisher auch noch für relativ klein äh relativ einfache Sachen genutzt hast ja für ganz einfache Sachen gut nutze ich hier auch Photoshop ähm aber zum Beispiel ähm im Büro habe ich kein Photoshop da nutze ich dann Paint.net das reicht für ich sag mal 97% sämtlicher Sachen die ich da irgendwie mal machen muss um äh ein Bild zu beschneiden oder vielleicht äh ein bisschen was zusammen zu basteln oder sowas in der Richtung reicht das eigentlich auch ganz gut aus es funktioniert auch und es ist halt ja es ist Paint aber aufgebohrt sag ich mal mit mit ein paar sinnvollen Features wie Ebenen und ähm was noch ein paar Filtern und sowas in der Richtung also es funktioniert auch ganz gut tatsächlich also Paint.net nutze ich auch schon sehr lang und äh kann ich nur empfehlen für einfache für einfachere Sachen ja durchaus aus und LP hat Clip Studio Paint das höre ich tatsächlich auch öfter aber eher im Bereich der Leute die was zeichnen naja also digitale äh die irgendwie digital zeichnen ähm gerade auch so äh Emote ähm Artists und so ne also so in Richtung Twitch und so oder Illustratoren die glaube ich nutzen das relativ häufig zumindest von dem was ich so mitbekommen habe selber habe ich das noch nie ausprobiert ich habe da keine Ahnung von dem Ding was ich noch habe ist Aceprite äh ich glaube so wird das ausgesprochen Aseprite wird's geschrieben das ist allerdings für äh Pixelgrafik das habe ich mir irgendwann mal gekauft warum weiß ich bis heute nicht weil ich habe es noch nie wirklich groß genutzt ich bin zu doof für Pixelgrafiken ich ich liebe Pixelgrafiken ähm und äh oder Pixelart im Allgemeinen aber selber machen ist irgendwie nicht ich ich scheitere an den einfachsten Sachen ähm aber äh ja ich hätte zum Beispiel eigentlich auch ganz gerne den Hintergrund hier als Pixelgrafik das fände ich total geil gut den hier könnte ich jetzt einfach umwandeln das ist relativ einfach rein in Photoshop äh was ist das für irgendein Filter ähm ich glaube Pixelwiederholung nennt sich das Ganze in Photoshop bin ich mir 100% sicher machst du ja machst du ja auf 10 Pixel und äh ab dafür ähm aber selber sowas machen ich ich bin halt einfach zu doof dafür ist es aber ich bin auch zu doof für Strichmännchen das ist äh auch Strichmännchen daran scheitere ich teilweise kläglich das ist äh schwierig kann man auch Bildbearbeitung mitmachen ja okay wusste ich jetzt zum Beispiel nicht ich kenne es halt hauptsächlich eben aus dem Bereich von von Illustratoren und Zeichnern und so die das halt ganz gerne nutzen weil das glaube ich auch eine super Zeichentablet Unterstützung hat wenn mich jetzt nicht alles täuscht ich glaube die hat Photoshop auch also zumindest hat hat mein Mini-Tablet hier immer ganz gut funktioniert das ist aber bei Weitem kein Maßstab für irgendwas Clip Studio Paint ist kein Abo-Modell ja ja das äh ja wobei andererseits also vor Abo-Modelle haben halt immer Vor- und Nachteile also wenn ich mir vorstelle dass damals so ein Photoshop allein also ich rede jetzt so von CS6 Zeiten ungefähr oder CS7 Zeiten ähm das hat schon auch so moah sag ich mal 700 Euro glaube ich hat das gekostet Photoshop allein und dann hast du halt die eine Version und das war's ne du kannst nicht einfach auf die keine Ahnung wenn du jetzt auf CS6 bist kannst du nicht einfach auf CS7 wechseln also zumindest jetzt bei Adobe ähm gibt natürlich auch noch andere Modelle wo das geht und ähm ja ne das schwierig also brauchst du eine neuere Version oder ein Feature daraus musst du halt noch mal so viel Geld auf den Tisch legen beim Abo-Modell sind halt die Updates inklusive also ich weiß gar nicht was ich für hier für eine Photoshop Version drauf hab genau ich hab die 2020er Version gibt's da keine neuere keine Ahnung muss ich mal nach Updates suchen oder so aber da ist halt die Updates immer mit inklusive du steckst Adobe zwar echt viel Geld in den Hintern aber du bist halt auch immer am Ball was das angeht kommt aber halt auch immer drauf an was man tut ne jetzt für die komplette Creative Suite oder so die über 50 Euro im Monat kostet da würde ich mir wahrscheinlich auch eher ein Alternativprogramm suchen weil dass ich da das immer alles brauche ist ist eher selten aber also es kommt halt immer drauf an manchmal haben Abo-Modelle Vorteile manchmal haben sie Nachteile manchmal hat ein Einzelkauf Vorteile oder mehr Vorteile gegenüber einem Abo-Modell als andersrum und so weiter und so fort kommt halt auch immer stark drauf an was das ist ne und du findest es frech dass Photoshop die CS äh ne Adobe die die CS-Version endgültig einstellt kann man nicht mehr neu installieren hm ok aber die sind ja also die sind ja eh schon seit Jahren nicht mehr aktualisiert worden oder also ich ich meine es gab irgendwann mal einen Hinweis so von wegen hey du du hast ja noch eine CS-Version willst du nicht mal auf die auf die ne auf die 2020er Lauf äh wechseln quasi sowas in der Richtung und ich bin davon ausgegangen dass die halt in dem Moment die CS-Version quasi auch stillgelegt haben im Sinne von du kannst dich zwar noch nutzen wenn du unbedingt willst aber auf Dauer ne gibt's halt nur noch die glaube ich mit mit laufender oder mit Jahreszahl irgendwie sowas in der Richtung achso der Aktivierungsserver ist abgestellt du kannst es mit CD nicht mehr neu installieren ah ok ok ich dachte du gehst über das das Adobe Tool ähm wie auch immer das heißt Clip Studio Paint kostet 45 Euro und fertig ja das ist halt schon auch ein Argument ja das ist absolutes Argument ja gut der Aktivierungsserver ist abgestellt das ist natürlich absolut großartig ja das heißt man müsste jetzt wahrscheinlich ich kenn's noch von alten Photoshop Versionen das müsste CS2 oder so gewesen sein wenn du da ne ich sag jetzt mal lieber nicht aber es hatte was mit den Servern dahinter zu tun für die Aktivierung und wenn du da Dinge getan hast dann konntest du halt das sag ich mal kostenlos bekommen daher ne das deswegen das heißt jede CS Version müsste man jetzt wahrscheinlich in Anführungsstrichen cracken ähm damit sie dann noch läuft das äh ja gut das ist dann natürlich auch ja das ist dann kacke ja das ist dann natürlich ein Nachteil aber den hast du auch überall wo irgendwelche Server im Hintergrund sind die irgendwas verifizieren ne nehmen wir mal Demon's Souls kannst du ja auch nicht mehr online spielen also das Original damals von der PS3 weil die Server halt inzwischen tot sind das ist ja das ist das gleiche Problem mit NFTs was passiert wenn der Server wenn einfach der Server abgestellt wird dann hast du möglicherweise ganz viel Geld für nichts ausgegeben abgesehen davon dass es vorher auch schon nichts war aber das das ist ein komplett anderes Thema das äh äh ähm äh 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 ich verstehe es jetzt schon auch AdWords Argument dass man die Software jetzt 17 Jahre oder so hatte ja 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 also verstehen ja tue ich es auch absolut irgendwann hat eine Software halt im Normalfall auch ihre Laufzeit erreicht und äh gerade wenn sie dann nicht mehr groß aktualisiert worden ist oder so und ne dann sag ich mal kommt der Zeitpunkt wo man sie eh nicht mehr nutzen könnte weil das Betriebssystem oder so die zum Beispiel gar nicht mehr unterstützt oder andersrum die Software halt das Betriebssystem nicht mehr unterstützt kommt halt dann auch irgendwann ne und äh dann wäre es so oder so mehr oder weniger tot also das ja doch das das verstehe ich schon auch irgendwo so Gott ich weiß aber jetzt nicht mehr wie ich überlege immer noch wie diese Photoshop Alternative hieß die nicht Gimp ist ist das Infinity Designer Affinity hoppala okay es war auf jeden Fall das Affinity Gedöns ich bin aber nicht sicher ob es äh Dingens war Designer oder was anderes oh Affinity Photo ja gut das ist ja gut okay ja das ist halt auch eine Photoshop Alternative die ich noch kenne glaube ich auch einmal kaufen glaube ich auch einmal kaufen und dann viele Updates etc von denen wollte ich mir mal das das Video Ding anschauen war das ja muss ich nochmal gucken ich muss gar nicht von den peinlichen Geschichten ablenken ja ich glaube da sind wir auch durch ne also ich habe so das Gefühl dass das äh dass jetzt jeder der hier war irgendwas dazu beigetragen hat ich habe auch nichts mehr auf meiner Liste stehen also von dem her muss ich so langsam drüber nachdenken über was wir nächste Woche reden sollten wollen etc ähm ähm nee dann würde ich jetzt nämlich äh sofern jetzt nicht jemand noch direkt reingrätscht und in irgendeiner Art und Weise noch so Halt Stopp ruft ähm würde ich jetzt ganz kurzes Päuschen machen Sammy füttern ähm und dann können wir in St. Hazels äh Hospital einsteigen das äh eines der schrägsten Spiele die ich jemals gesehen habe glaube ich ich habe vorhin ja schon mal ganz kurz den Trailer gezeigt und äh es wird sehr sehr schräg wahrscheinlich sehr sehr schräg ähm und sehr sehr witzig möglicherweise ich hoffe beides und äh und an der Stelle ähm ne wenn ich jetzt ganz ganz kurz Pause mache ähm ähm ich habe Tetris nochmal überarbeitet also es 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 sieht ein bisschen anders aus äh als genau es sieht ein bisschen anders aus als vorher ähm also tatsächlich ein bisschen äh der der die die schräge ist nicht ganz so weit auf dieser Seite hier äh es ist ein bisschen kompakter geworden das sollte da im Hintergrund ein Spiel sein dass man ja da quasi noch mehr davon sieht und es müssen sich mindestens drei Leute finden die äh Tetris aktivieren das ist noch so eine Sache ähm weil wenn es nur einer spielt ist es auch irgendwie hm ne deswegen sage ich mal müssen jetzt äh müssen jetzt einfach drei Leute Interesse daran bekunden mit dem Tetris Command und dann geht's los und es gibt nicht mehr das klassische Game Over mit Retry sondern das startet dann nochmal von vorn es blendet sich dann aus und äh ne sollte man keinen Bock mehr auf eine zweite Runde haben blockiert das sage ich mal nicht die komplette Szene so genau äh so viel dazu aber funktionieren tut's wie vorher abgesehen davon dass es jetzt neben den englischsprachigen Commands auch noch die entsprechenden deutschsprachigen Alternativen dazu gibt also man kann jetzt mit äh runter und down abwechseln um so ein bisschen den äh Spam-Schutz von Twitch zu umgehen und hi Flamsin Hallöchen du hast in diesem Moment ein peinliches Erlebnis du versuchst Linux zu dual booten und es funktioniert mä ich glaube jeder der das probiert hat kennt das Problem dual boot ist furchtbar hatte ich früher auch das ist äh oh mein Gott ne nie wieder nie wieder das äh nur noch ein Betriebssystem pro Festplatte oder pro Master Boot Record auf einer Festplatte sagen wir es mal so das ne nein das nein muss ich nicht nochmal haben aber ja genau ne dann mach ich jetzt ganz kurz Pause ihr spielt sehr wahrscheinlich Tetris ich würd das Sammy und äh ne dann starten wir gleich mit St. Hazels Horse Petal durch das äh es wird so schräg wahrscheinlich es wird so schräg so ne viel Spaß viel Spaß Moment äh scheiße welcher Knopf ist es der hier bis gleich bis gleich ach so ja hab ich schon erwähnt dass es jetzt Soundeffekte hat schön dass mein Handy jetzt mitredet weil ich da grad den Stream drauf hab aus ja wunderbar viel Spaß freut euch darauf wenn ihr was schafft ist es Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des 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 ZDF, 2020 Viel Glück. Okay, cool. Also er hält uns nicht auf. Das ist gut, glaube ich. So, wo sind wir hier? Was können wir hier machen? Oh, 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 Patienten. Okay, wenn ich so stark wäre wie Samson, würde ich alles mögliche aufheben und herumwerfen. Okay, können wir Sachen aufheben? Oh ja, wie es ausschaut, ja, alles was so einen Kringel hat, können wir irgendwie mit interagieren. Wenn die Ärzte nicht hier wären, würde ich die ganze Lobby zerstören. Okay. Oh. Ähm. Gut. Okay. Also, wir haben einen Stuhl dabei. Da, okay. Diese lange Zunge erinnert mich jetzt so ein bisschen an den Goat Simulator, ne? Da konnte man genau so Zeug mitnehmen. Ach du Schande, ist das schräg. Aber werfen ist jetzt nicht so wirklich, oder? Wupp. Oh, ich kann Dinge kaputt machen. Das ist in Ordnung. Ach so, wir können ja gar nicht springen, ne? Warte mal. Ist da was in den Kartons drin? Ne. Ach so. Es gibt keinen springen. Gott, die Steuerung ist so merkwürdig. Ich glaube, die wäre auch mit Controller nicht unbedingt besser. W-w-was ist mit dir? Sprichst du mit uns? Oh ja. Ich-ich versuche an diesem Arzt vorbeizuschleichen, um meine Frau zu finden. Okay. Gucken wir mal. Jetzt warte mal. Da geht's rein. Ne? Da ist die Tür. Hier hinten war doch auch eine Tür. Da kommen wir aber nicht durch, ne? Oh. Oh. Ja, die sah eher so aus, als würden wir da nicht durchkommen, ne? Okay, was haben wir denn hier? Kann man das hier... Oh, was ist das? Wir haben Pillen gesammelt. Spätestens jetzt sind wir wirklich auf Droge. Okay, wir müssen an diesem Arzt hier vorbei. Und der sieht so aus, als würde er diesen kompletten Bereich hier überwachen, der hier dunkel markiert ist. Das heißt, gehen wir hier raus, haben wir ein Problem. Okay. Dann tun wir das mal nicht. Warte mal, was passiert denn, wenn ich in den Getränkeautomaten... Oh. Okay. Fragt mich bitte nicht, wozu wir diese Pillen brauchen. Ich hab nicht die leiseste Ahnung. Aber man kann offensichtlich Pillen sammeln. Aus allen möglichen... Oh, Entschuldigung! Entschuldigung! Oh, Achievement. Terrible grandson. Ups. Entschuldige, Opa. Ich... Oh. Oh, das ist jetzt irgendwie niedlich. Wie er sich versteckt hat. Oh, gut. Ach so. Das machen sie, wenn man sie nicht direkt trifft. Alles klar. Warte mal. Da steht eine Kaffeetaste. Kann ich die mit... Oh. Oh. Opa. Opa. Warte. Hier, guck mal, Kaffee. Für dich. Nur für dich. Und, äh... Entschuldigung. Es tut mir leid. Es tut mir wirklich leid. So. Das sieht so schräg aus. Okay, aber erst mal wieder Dinge kaputt. Oh. Ja gut, das war nicht der Plan. Ich wollte jetzt nicht unbedingt den Blumentopf mitnehmen. Aber, okay. Was passiert, wenn ich... Oh, oh. Ich würde sagen, der Feuerlöscher hat seine jährliche Überprüfung absolut bestanden. Sehr schön. Hey, Dante. Du bist älter. Hattest du Geburtstag? Hast du Geburtstag? Dann herzlichen Glückwunsch oder herzlichen Glückwunsch nachträglich. Eins von beiden. Okay. Gut. Wir schleichen mal. Warte mal. Stopp. Der Sichtradius von unserem lieben Doktor hat sich verändert, oder? Ist das regelmäßig, dass sich der verändert? Ich weiß es nicht. Was haben wir denn hier eigentlich alles? Nichts. Ich geh mal hier... Oh. Okay. Was passiert? Ah. Man kann sie betäuben. Das ist praktisch. Danke für die Medikamente. Sehr schön. Alles klar. Und da ist auch schon der Aufzug. So. Einmal kurz... Diesen hier machen. Wunderbar. Jo. Läuft. Wachen die auch wieder auf? Irgendwann? Oder bleiben die betäubt? Das ist vielleicht auch noch eine ganz spannende Frage. Du hast... Ja, dann herzlichen Glückwunsch, ne? Geschenkt hast du dir Horizon und Elden Ring. Das habe ich mir auch geschenkt. Das habe ich mir auch geschenkt. Auch ohne Geburtstag. Das kann man durchaus tun. Lohnt sich beides. So, ich versuche hier mal kaputt zu machen, was man kaputt machen kann, um diese Pillen zu sammeln. Keine Ahnung, wozu es die braucht. Ob es die braucht. Aber Pillen haben ist, glaube ich, besser als Pillen nicht zu haben. Und wie es ausschaut, kann man aus mehr oder weniger allem Pillen bekommen. Oh, warte mal. Kann ich dich mitnehmen? Oh. 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 Okay. Ich kann dich offensichtlich mitnehmen, wenn man dich durch Türen bekommt. Und so. Da. Leg dich mal zu deinem Kollegen. Gruppen kuscheln. Läuft. Okay. Du hast dir Elden Ring geschenkt und dein Bruder hat ja diesen... Was? Hervorbestellzettel für Horizon in die Hand gedrückt. Okay. Ja, nice. Ja, kommt ja... Horizon kommt nächste Woche. Gott, das kommt nächste Woche. Das kommt in sechs Tagen raus. Und Elden Ring die Woche drauf. Oh. Leute, unser Buddy meldet sich wieder. Ah. Oh. Übrigens. Ich hab dir vergessen, was zu erzählen. Ich bin tatsächlich ziemlich krank. Ich hab so viele Pillen gesammelt, wie ich nur irgendwie konnte. Und du solltest das auch tun, wenn du dich nicht so gut fühlst. Oh. Die Pillen sind Heilung. Okay, verstehe. Die Pillen sind einfach nur Heilung. Ja. Gut. Das ist praktisch. So. Das heißt, ich sollte vielleicht nicht alles vor... äh... direkt zerstören. Sondern möglicherweise erst dann, wenn es tatsächlich irgendwie... etwas knapper wird mit unserem Leben. So. Was... Was hast du da auf dem Kopf eigentlich? Was ist denn das? Sehr schön. Ich hab gerade einen Trailer auf Insta gesehen. Da kommt echt ein neuer Batman-Film. Okay. Wusste ich jetzt tatsächlich noch nicht. Aber klingt cool. Also ich werde ihn selber nicht gucken, weil mich Batman nicht sonderlich interessiert. Aber nice. Wo sind denn all die Doktoren hin? Ich bin hier so allein. Ich weiß es nicht. Überall Pillen. Und keine Doktoren. Da hinten ist auch noch einer. Ich glaube, das ist eine Frisur, die der auf dem Kopf hat. Ich glaube nicht, dass das irgendwie... Oh. Was ist denn da los? Dass das irgendwie... Eine Haube oder so ist. Ich weiß es nicht. Dwayne Johnson spielt mit. In Batman? Okay. Das wäre ein Argument, ihn zu gucken. Horizon wirst du nicht zur Erscheinung spielen. Dann musst du wahrscheinlich stark im Spoiler-frei-bleiben sein. Und Hallöchen Lilith. Hi. Willkommen im Hospital. Irgendjemand hat hier... Die komplette... Die kompletten Möbel überall im... Krankenhaus gestapelt. Ich stehe hier schon seit Stunden und komme nicht weiter. Das ist doch alles Kacke. Immer diese jungen Radau... Äh... Raudis. Die Dinge stapeln. Ich liebe es, Möbel zu stapeln. Okay. Kann man dich nicht irgendwie... Nein? Oh. Gut. Also du bist... Du bist der Rabauke. Du bist auch gar nicht mehr so jung, glaube ich. Der hier Möbel stapelt. Das ist schön. Was machst du? Du kommst hier nicht vorbei. Wenn du nur die Stärke eines Pferdes hättest. Ich würde mein Glück nicht versuchen, weil du bist offensichtlich kein Pferd. Das ist erstaunlich richtig. Wir sind alles außer dem Pferd. Okay. Aber wir sind trotzdem durch. Ach so. Das erklärt wahrscheinlich auch, warum er da hinten, in dem Raum, auf seine Ärzte wartet. Die kommen hier halt auch nicht durch. Ja, alles klar. Verstanden. Die Haube sind wahrscheinlich die Oma-Locken. Ja. Möglich. Gut möglich. Ja. Was? Sieben Tage bist du Elden Ring und du wirst Elden Ring nicht warten lassen oder Horizon unterbrechen? Puh ja, es ist, äh, machbar ist es, aber dann darfst du halt nicht mehr schlafen. Das ist so die, die eine Sache, ne? Das ist halt echt, vom Timing her, super kacke irgendwie. So. Okay. Gucken wir mal. Was haben wir denn hier? Warum ist hier rot? Ich komm da nicht rein. Da hinten auf dem Tisch dreht sich eine Flasche Cola. Und wir kommen hier nicht rein. Das heißt, wir brauchen wahrscheinlich einen Schlüssel. Und da ist ein Ausrufezeichen. Über dem... Nein, über der Oma da drüben. Okay. Cool. Dying Light 1 beenden wird auch knapp. Spielt nie wieder Story im Co-op mit Freunden mit knappem Zeitplan. Ja. Ein Faktor mehr, den man irgendwie einberechnen muss, ne? Oh, was ist das hier? Was ist das hier? Oh, nee. Oh, warte. Ich glaube, ich weiß, was das ist. Ich leg dich mal ganz kurz hier ab. Sprech mit dir. Psst. Hey, hör mal. Du. Hör mal her. Ja, du. Langgesicht. Siehst du diese Ärzte? Die haben all diese tollen Cola-Automaten weggesperrt. Wenn du mir eine Flasche Klop-Soda bringst, dann bring ich dir bei. Äh, was? Dann laufe ich hin und erzeile Ihnen eine Lektion. Okay, cool. Also, wir brauchen Soda. Alles klar. Oh. Ja, das ist tatsächlich die Schlüsselkarte hierfür. Alles klar. Oh. Oh. Banane. Oh, eine Banane. Oh mein Gott. Flupp. Alles klar. Da kann bestimmt jemand drauf ausrutschen. Und du willst diese Flasche Soda haben, ne? Guck mal. Klop-Soda-Forever. Was sind das für Ärzte? Die haben die Mistgabeln rausgeholt. Was? Was? Okay, die sind herrlich dumm, aber... Warum Mistgabeln? Was bin ich jetzt eigentlich? Ein Arzthelferpferd oder ein Arztpferd? Ich bin ein Pferd, das seinen Kumpel retten will. Also, unser Kumpel, dessen Namen ich schon wieder vergessen habe, hat sich hier selbst ins Krankenhaus buxiert, um bessere medizinische Versorgung, ähnlich wie Menschen, zu bekommen. Problem ist nur, das sehen die Ärzte hier nicht ganz so. Und dementsprechend ist er jetzt hier erstmal gefangen und will fliehen. Und wir müssen... Wir sollen ihn retten. Das ist die Story. Genau, Buddy heißt unser Buddy. Hey, wir sind noch da, Hazel. Und wir sind Hazel. Oh, gut. Hör zu, bevor du weitergehst, du musst auf die Ärzte aufpassen. Versuch sie in die Bananenschalen zu locken. Das ist irgendwie sowas. Und zeig es ihnen. Okay. Ja, das war einfach, ne? Und Buddy steckt in Hazel. Nein, ein Walkie-Talkie steckt in unserem Magen. Das, äh... Wir haben das Walkie-Talkie gefangen. Und, äh... Ich würde mal sagen, mit Händen ist es schwierig bei Pferden. Deswegen haben wir es halt mit dem Maul gefangen. Und, äh... Dann ist es in uns gelandet. Und jetzt spricht unser Bauch mit uns. Alias Buddy. Der irgendwo hier in diesem Krankenhaus rumläuft. Sowas in der Richtung. Daimglight 2 willst du ja auch noch spielen. Februar ist zu geil. Das habe ich schon ein paar Mal gesehen. Aber so, es ist... Weiß nicht. Mich persönlich spricht es jetzt nicht unbedingt an. Also es sieht ganz cool aus. Vor allem mit den Parcours-Elementen. Aber... Es ist halt wieder ein Zombiespiel. Ich bin halt von Zombies inzwischen so... Oh, ne? Schwierig. Aber es ist... Ich freue mich für jeden, der daran Spaß hat. Amy, danke für den Lörg. Dankeschön. Es sind Ärzte, die schaffen sich ihre Arbeit selbst. Ja, wahrscheinlich. Oder wir, ne? Machen Arbeit. Das kann halt auch sein. Das, äh... Ja. Einer hat einen Helm. Vorbildlich, falls Dachbalken runterkommen. Moment. Wer hat wo einen Helm? Wer hat hier einen Helm? Bei den Ärzten unten gerade. Echt? War... War das so? Habe ich dann nicht aufgepasst. Ich war von den Mistgabeln so geschockt. Okay. Was sagst du uns? Hast du ihn ausrutschen sehen? Ich mag Bananen nicht mal, aber... Ich liebe es, Ärzte hereinzulegen. Okay. Cool. Dann... Weißt du was? Komm mal mit. So. Hier, bitte. Das ist dein neues Zuhause. Wir nehmen diese Kiste, äh... Diese Kiste, diese Karte hier mit. Schleichen. Oh, oh, oh. Das ist nicht gut. Kann wir selbst auf den Dingern ausrutschen? Ich hab nicht die leiseste Ahnung, ne? So. Was für eine Aussicht. Na ja. Okay. Ja. Wahnsinnige Aussicht. Oh. Die hören uns. Oh. Die Musik ändert sich, wenn wir schleichen. Sie verliert ein paar Elemente. Oh, das ist cool. Das fällt mir erst jetzt auf. So, warte. Okay, okay. Er müsste genau drüber laufen. Oui. Schön. Vielleicht gibt's eines Tages ein Zombiespiel, in dem die Zombies die Protagonisten sind. Ey, wundern würde es mich nicht. Wundern würde es mich absolut nicht. Oh, warte mal. Komm mal mit. Wir bringen dich mal... Hier. Ah. Hier. Da. Oh Gott, diese Steuerung kommt halt echt aus der Hölle. So, da. Bitte. Okay. Läuft. Ähm. Was ist mit unserem Bein passiert? Äh. Ah. Hey, Pferd. Das ist eine ganz, ganz gefährliche Geste, die du da gerade machst. Das ist jetzt nicht gut. Nee. Aus. Aha. Schön. Hi, Raven. Bevor du den Lurk wandersst, hast du eine Frage. Warum sind die Spiele, die ich spiele, wenn du reinschaust, eigentlich immer, was gefühlt immer aus, als wäre der Entwickler sehr, sehr breit gewesen während der Entwicklung? Was? Das ist dann, 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 dann hast du das letzte Mal irgendwie bei einem Special zugeschaut oder beim letzten Special, wo wir sehr, sehr interessante Sachen gespielt haben. Oder ist es, äh, ja. Oder jetzt. Ach so, man kann die Bananen auch direkt unter die Leute legen. Das ist praktisch. Aber das hier ist bewusst, äh, bewusst so ausgesucht. Und, äh, tatsächlich auch, ähm, war, war auch so angekündigt. Das Ding. So. Oh, guck mal, wir haben, unser, unser Pferd macht wieder normale, normale Dinge. Aber, äh, äh, ja. Bei dem war ein Schalter. Ja, den hab ich gesehen, den Schalter. Ich will aber erst den Arzt hier drüben ausschalten. Deswegen, äh, ja. Heißt iZombie. War iZombie nicht eine Serie? War das nicht tatsächlich eine Serie? Die fand ich eigentlich ganz witzig. Die hab ich eine Weile lang geguckt, aber garantiert auch nicht weit genug. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Das war knapp. Gehst du mal wieder zu deiner Patientin? Warte. 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 Das sollte reichen, das soll... Ja. Sehr gut. Okay. Moment, aufräumen. Aufräumen muss sein. Oh Gott. Diese... Oh Gott, diese Steuerung. Ah. Hier rein. So. Ähm, da lang. Die Maus ist auch furchtbar langsam. Ich weiß schon, warum Controller hier das präferierte Ding ist. Ah, dafür ist der Schalter wahrscheinlich, dass wir in diesen Raum da kommen. Alles klar, verstanden. Das letzte Spiel, das du bewusst mitbekommen hast, war The Witcher. Das war nicht ganz so schlimm. Das ist richtig, ja. Wobei auch da Geralt mehrmals betrunken war. Das muss man auch dazu sagen. Das ist eine Serie, nach Staffel 3 oder 4 wurde es sich schwierig. Ja, ich glaube, so weit habe ich gar nicht geguckt. Ich habe, wenn, dann, glaube ich, zwei Staffeln von gesehen. Mehr, mehr war es nicht. Oder waren es doch drei? Keine Ahnung mehr. Das ist schon so lang her. Wie läuft das Abnehmen? Ja, reden wir nicht drüber. Ich muss es tun, aber es ist... Ja, reden wir aktuell einfach nicht drüber. Das ist besser. Wie dieser Doktor vor und zurück läuft, das macht mich super nervös. Okay, gut. Ja, das tut er jetzt nicht mehr, ne? Das haben wir ja... Das haben wir erledigt. Okay, Schalter. Ja, hier. Also das Schwierigste ist, hier echt durch Türen zu kommen. Oh, warte mal. Wir haben dich nicht aufgeräumt. Was ist denn da los? So, komm mal mit. Oh. Ja, das ist jetzt schwierig. So. Nein. Stopp. Oh Gott. Okay. Okay. Langsam. Hier, guck mal. Gruppenkuscheln mit deinen Kollegen. Sehr schön. Okay. Schalter. Was denn Internet zeigt sich heute wieder mal wieder von der besten Seite. Ja, stimmt. Du hast vorhin einen unglaublichen Download gehabt, ne? Das, äh... Ja. Manchmal ist Internet schwierig. Das ist leider richtig. Oh, das ist ein Kernspint. Oder ein MRT. Oder irgendwie sowas in der Richtung. Können wir dich kaputt machen? Ja. 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 Nicht wirklich. Na ja, okay. Nicht wirklich. Oh, warte mal. Können wir? Das muss ich kurz mal ausprobieren. Also erstmal machen wir hier die Tür auf. Dann holen wir uns nochmal einen Arzt. Ah. Da. Arzt. Arzt. Komm mal mit. Komm mal. Komm, komm, komm. Ich will wissen, ob man dich in das MRT legen kann. So. Wie geht's? Groni, dem geht's hervorragend. Der steht hier und ist immer noch voll. Tatsächlich. Weil ich vorhin Kaffee statt Wasser getrunken habe. Aber das ist eine sehr, sehr gute Erinnerung. Ähm. Dass ich gleich mal was trinken sollte. Oh. Okay, man kann dich nicht ins MRT oder so legen. Schade. Na ja, gut. Dann liegst du halt davor. Dann haben es die anderen nicht so weit, wenn sie dich tragen müssen. Ah, Pferd. Jetzt. Okay. Gönni, der Alkoholiker. Immer voll. Ja, furchtbar, ne? Absolut furchtbar. Jetzt probierst du erstmal, was Popo ist mit KDE im Double Boot aus. Wenn irgendwann alles so geklappt und du problemst, dann scheißt du komplett auf Windows. KDE fand ich persönlich immer schwierig. Das hat mir überhaupt nicht zugesagt. Hatte ich auch schon öfter mal probiert, aber es war nie so wirklich meins. Ich bin ganz, ganz großer Fan von XFCE. Weil das halt sehr, sehr simpel ist. Also wenn Linux dann mit XFCE. Werden die Emotes geändert oder offiziell zum Fisch erklärt? Sie bleiben Flugzeuge. Die Emotes bleiben tatsächlich. Die sind zu niedlich und waren auch zu teuer, als dass ich die ändern will. Das, äh... Nein, die bleiben. Es werden auch, wenn es neue Emotes gibt, werden das auch weiterhin Flugzeuge sein. Das passt so. Das sind Fische, nein, das sind Flugzeuge. Immer noch. XFCE gibt's auch. Gnome ist nicht so deins. Ja, okay. Ja, okay. Ja, gut. Dann viel Spaß mit KDE. Bei mir ist es halt genau andersrum. Hey, Hazel. Ich hab da einen Doktor mit einer riesigen Pille gesehen, ne? Pass mal auf. Den schnappst du dir, ne? Glaubst du, du kannst dir eine von denen schnappen? Irgendjemand muss ja eine übrig haben. Was ist denn das für ein Paradiesvogel? Du bist eh noch ein kompletter Noob. Ja, okay. Okay. Ja, dann probier mal fleißig aus. Da bietet sich Linux halt auch hervorragend für an. Warum? Wir waren im Erdgeschoss nicht in der Dusche. Fällt mir gerade so auf. Wir waren nicht in der Dusche. Das hab ich komplett übersehen. Naja, okay. So. Was willst du jetzt? Hi. Ich bin Toiletten-Gimbo. Und ich lebe in der Toilette. Okay. Hey, ich kann meine Zähne nicht finden. Hilf mir, meine Zähne zu finden. Ich glaube, ich hab sie bei meinem letzten Arzttermin vergessen. Finde sie und bring mir meine Zähne. Und ich hab ne Belohnung für dich. Oh, erfrischend. Toiletten-Gimbo. Was? Was? Okay. Gut. Ja, maulende Myrte entlebend. Mit weniger Maulen. Oh, wie schön. Leckt auch alles noch ein bisschen. Hast aber auch nur ne 50 GB Partition erstellen können. Ja gut, aber das hat ja nix mit dem Lecken zu tun. Das ist ja Garfick und so dann. Aber besser ein bisschen als gar nicht. Ja, zum Ausprobieren und so reicht's. Locker. Übrigens, wenn du Sachen ausprobieren willst, äh, virtuelle Maschinen. Probier mal VirtualBox, dann musst du nicht sofort ein Dual Boot erstellen. Das wär vielleicht noch so ne Sache, ja. Wenn's erstmal ums Ausprobieren geht, um das zu finden, was dir zusagt. Ich kann alles sagen, ob die Entwickler waren auf Crack. Ja, oder anderweitiger, ähm, oder, ja, anderweitiger ähnlicher Substanzen. Ich glaube auch, ja. Du musst mal deine restlichen 200 Minuten feiern. Alles klar. Dann, äh, ne, viel Spaß dabei. So, warum versteckst dich du hier im, im Busch? Hehe. Mein Ehemann wird mich hier niemals finden. Warte mal. Können wir hier zurück? Nee. Okay. Wir können nicht zurück. Weil da war vorhin einer, der seine Ehefrau gesucht hat. Gut. Schön. Oh, warte. Schleichen ist jetzt hier, glaube ich, ganz gut. Moment. Was willst du von uns? Pssst. Solange du nicht entdeckt wirst, kannst du die Ärzte auch von hinten ausknocken. Versuch außerhalb, äh, was? Ja, versuch den Ärzten aus dem Weg zu gehen und du wirst nicht entdeckt. Solange du unentdeckt bist, kannst du Doktoren von hinten, also, sie werden keine Zeit haben, zu reagieren. Alles klar. Das ist jetzt aber auch nicht unbedingt neu. Moment. Moment. Okay. Ja, das war jetzt nicht so schwer. Scheiße. Was wollte eigentlich der Typ in der Toilette von uns? Er wollte seine Zähne. Ja, genau. Er wollte seine Zähne. Ich weiß nur nicht, wo wir die Zähne finden sollen. Guck mal mal. Die liegen wahrscheinlich irgendwo so rum. Vermute ich mal. Die Entwickler so crackers für Anfänger. Ja, irgendwie sowas. Hi. Du? Ja, sehr gut. Was? Nee, oder? Okay, die Mistgabeln sind nicht nur dazu da, um Patienten zu jagen, sondern auch, um Kollegen wieder aufzuwecken. Verstanden. Ich muss erst ihn hier ausschalten, oder? Weil der wird jetzt sein Kollegen hier gleich wieder. Ja, ja, ja. Warte. Genau, der stellt den wieder auf. Okay. Ich verstecke mich mal kurz hier. Oh, da sind die Zähne. Oh, da sind die Zähne. Sehr gut. Pass auf. Was hast du zu sagen? Hast du was zu sagen? Ich wünschte, ich hätte mehr Knochen. Ähm. Okay. Mit der Mistgabel abgestochen. Ja, mit der Mistgabel wieder aufgeworfen. So, pass auf. Okay. Ich muss ihn schneller erwischen. Und zwar, wenn er hier um die Ecke kommt. Moment. Krieg mal hin. Hey, Nico. Gut. Es fährt sich nicht gesund aus. Uns geht es aber hervorragend. Siehe den grünen Balken links oben. Das ist unsere Gesundheit. Uns geht es hervorragend. Unserem Buddy eher weniger. Deswegen will der hier raus aus dem Krankenhaus. Und wir müssen ihn retten. Ja. Ne? So sieht es aus. Okay. Ich habe so viele Knochen. Ihr könntet Knochen tauschen, wenn es ist. Kann man bestimmt auch. Irgendwie geht das sicher. So. Okay. Du bist der Nächste. Sehr schön. Wunderbar. Dann sind die Ärzte ausgeschaltet. Dann können wir die Zähne mitnehmen. Gott, diese Steuerung. Hey. Hi. Hier, Mann. Nimm das. Das zeigt dir die Antwort, die du suchst. Okay. Vietnam. 1968. Was? Moment. Was? Warte. Ähm. Ich habe gerade so viele Fragen. Hey, Hazel. Ich bin's. Die süße und wundervolle Frieda. Ich kann Buddy nirgendwo finden. Ich wollte ihm eigentlich einen wunderbaren magischen Trick zeigen. Ich wollte ihn beeindrucken und zeigen, wie sehr ich ihn liebe. Hazel. Hier drüben. Hilfe. Oh, Freunde. Da ist er ja. Bitte bring ihn hier her, sodass ich ihm den magischen Trick zeigen kann. Ich habe so viele Fragen gerade, ne? Ja. Warum? Was zum? Okay, wir können die Kiste nicht mitnehmen. Können wir hier Dinge öffnen? Ah, ja. Gut. Pillen und so bleibt gleich. Da haben wir einen Helikopter mit riesiger Audioausstattung. Ich kann nicht mit euch sprechen, ne? Nee. Okay. Mit dir vielleicht. Ja. Bleib weg von der, wie nennt man das? Im deutschen Treeline. Baumlinie? Charlie ist tief eingegraben. Who the fuck is Charlie? Okay. Wir müssen hier irgendwie durch. Ja. Oh Gott. Bist du Charlie? Ich habe keine Ahnung. Ne? Oh Gott, alles explodiert. Da ist Hazel. Ne, Hazel sind wir. Da ist Buddy. Baumgrenze. Danke. Genau. So. Oh, Hazel. Danke, dass du hier bist. W-Warte. Sag mir nicht, dass du mich zufrieden bringst. Ich habe es so satt, ihre magischen Tricks zu sehen. Okay. Dann bringen wir es einfach hinter uns. Oh. Hi. Ich bin Charlie. Ich bin tief eingegraben. Das ist wortwörtlich so gem- Okay. Charlie ist der Feind? Ne, Charlie ist tatsächlich wortwörtlich tief eingegraben. Oh Gott. Was? Naja. Okay, dann komm mal mit, Buddy. Warte. Schieb mich bitte nicht ins Feuer. Okay. Schnell. Buddy. Buddy. Oh Gott. Okay. Und, 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 und. Buddy, du lebst. Du wirst leben. Gott. Ich werde nicht leben. Oh Gott. Entschuldigung. Buddy. Buddy. Warum muss dein Bett so sperrig sein? Okay. Nee. Nicht wieder. Nein. Aus. Oh. Oh gut. Okay. Jetzt. Buddy. Ja. Buddy. Du bist zurück. Ja. Also. Wo waren wir? Ach ja. Der magische Trick. Hm. Wo habe ich ihn noch hingepackt? Ich hatte ihn gerade noch. Hazel. Kannst du mir eine dieser Granaten dort reichen? Ähm. Ich weiß nicht, ob das gut geht. Erstens, was haben die Entwickler geraucht? Zweitens, was haben die Entwickler geraucht? Drittens, was haben die Entwickler geraucht? Ja. Viertens, warum kriegen wir nichts ab? Ist ja schön. Also, jetzt zum magischen Trick, auf den ihr alle gewartet habt. Ähm. Hazel? Wo, wo, wo ist der Sicherheitsstift? Wow. Du hast die Granate verschwinden lassen. Du bist ein unglaublicher Magier, Hazel. Aber. Was ist mit meinem magischen Trick? Hadi. Okay. Auch. Wir haben gerade gelernt. Auch Pferde haben einen Hangover. Und das sieht dann so aus. Sehr gut. Sehr gut. Was, wo kann man das kaufen? Das Spiel muss man nicht kaufen. Das ist mittlerweile kostenlos auf Steam verfügbar, tatsächlich. Ähm. Falls du den Rest meinst, keine Ahnung. Ähm. Ich weiß es nicht. Aber vermutlich Bahnhofsgegend. In jeder größeren Stadt dieses Planeten wahrscheinlich. So. Äh. Ja. Aber. Na. Lass das. Besser. Ist nicht gut. Gut. Ähm. Hazel? Hazel? Kst. Kst. Bist du da? Endlich. Ich habe schon so lange versucht, dich zu erreichen. Was ist passiert? Egal. Viel wichtiger. Ich glaube, dass der Krankenhauschef weiß, dass du hier bist. Okay. Wow. Das war... Instant Recovery. Wir sind einfach instant wieder gut drauf. Attention Doctors. Achtung, Achtung. Ein Pferd hat... Äh. Nein. Ein Pferd wurde in unserem Krankenhaus gesehen. Bleiben Sie extra wachsam und... Äh. Was? Ach so. Und wenn Sie eine sehen... Denken Sie daran, Ihre Sicherheitshelm mitzutragen. Aktiviert die Sicherheitskameras. Okay. Sehr gut. Ist das gut? Das Spiel ist großartig. Großartig dämlich. Aber großartig. So. Doktor. Achievement Taste of Your Own Medicine. Alles klar. Also wenn wir uns mit Doktoren anlegen, müssen wir tatsächlich richtig meschen. Verstehe. Gut, dass hier so viel Heilung rumliegt. Und, äh... Auch, dass hier Heilung gibt. Sehr schön. Puh. Spannend. Sehr gut. So, was willst du von uns? Weißt du? Damals? Ach so. Habe ich Sicherungskästen zerstört? Einfach so, damit ich überall hinkonnte, ohne dass Kameras mich gesehen haben. Da muss eigentlich ein Sicherungskasten im Kontrollraum sein. Okay. Kontrollraum. Wo? Oh, Doktor. 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 Doktor, Doktor. Können wir uns... Geht das? Es geht tatsächlich. Wir können uns in Büschen verstecken. Oh, Gott. Das lief trotzdem mega scheiße. Warum? Was? Moment. Warum ist der wach? Was stimmt nicht mit dem? Ah. Da ist noch jemand. Okay. Tactical Espionage Action. Ja, es ist quasi ein Metal Gear Solid. Ja, es ist quasi ein Metal Gear Solid. Absolut. Ich bin da voll und ganz deiner Meinung. So, wir nehmen mal die Banane mit. Bananen sind... Ah. 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 Okay. Okay, warte. Okay. Jetzt müssen wir kurz warten, bis er hier nochmal hinläuft, glaube ich. Ja, ja. Oh, das sieht so gut aus. Was? Dieser Arzt ist immun gegen alles. Er rutscht nicht mal auf einer Banane aus. Obwohl er genau drüber gelaufen ist. Okay, passt. Sehr gut. Next. Wo war er hier? Da. Moment. Okay. Okay, er hat uns... ...gesehen, aber... Das ist doch alles Lügenpresse hier. Die rutschen nicht mehr auf Bananen aus. Was ist denn das? Die hier sind übermächtig. Die Sound sind so gut. What the fuck? Okay. Gut. Ach so. Das liegt an dem Helm wahrscheinlich. Oh. Verstehe. Mit Helm kann man sich nicht mehr komplett ausknocken. Oh. Gott. Ja. Ich habe es übrigens festgestellt, bevor du es geschrieben hast. Oder bevor ich es gelesen habe, Lilith. Das will ich nur mal kurz festhalten. Fürs Protokoll. Ich bin selbst drauf gekommen. So. Ich habe den Chef hier noch nie beim Krankenhaus gesehen. Okay. Ja gut. Wo ist jetzt offen? Ah. Ach, da ist... Auf dem Sicherungskasten ist ein Riesenpfeil, ne? Oh. Warte. 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 So. Kurz noch ein bisschen Heilung gesnackt. Du fandest den Helm nur drollig. Ach so. Ja okay. Nee, aber ich habe gerade den da gesehen. Der nur sein... Wie heißt denn dieses Spiegelding? Das ist kein Stethoskop. Das... Ja, diese komischen Spiegeldinger, ne? Die man so klischeehaft gerne... Diese Spiegel... Stirnbänder halt. Oh. Warte. Okay, geschafft. Ähm. Ja. Was habe ich jetzt dabei? Weiß ich nicht. Egal. Äh. Und der andere hatte halt einen Helm auf. Und das ist genau das, was mir gerade aufgefallen ist. Ohrenspiegel? Okay. Was macht man mit denen eigentlich? Ähm. LP. Du kannst das sicher erklären. Was macht man mit diesen Dingern? Für mich sind das halt Stirnbänder mit Spiegel dran. Und es ist... Weiß ich nicht. Bringt das was? Also wahrscheinlich. Ach so, Kameras sind schon aus. Okay. Wunderbar. Sehr gut. Wir sind auch wieder full live. Dann können wir jetzt hier gemütlich durch. Ja, passt. Sehr schön. Hi. Äh. Hey, Buddy. Sei vorsichtig mit den Feuer... Äh, mit den Feuerlöschern. Aus irgendeinem Grund explodieren die gern. Klingt irgendwie ironisch. Ich hab schon... Einige Doktoren gesehen, die sich damit selbst ausgenockt haben. Okay. Hallöchen, Ivo. Hi. A man and his horse. Ja, so... So in der Richtung, ja. Oh, Stirnreflektor. Das ist hier irrt, ist was anderes. Okay. Äh, warte. Stirnreflektor, Stirnspiegel oder Augenspiegel. Sein auf ein Stirnband pontierter Hohlspiegel mit einem Loch in der Mitte der Spiegel ist zur Ausleuchtung von Körperöffnungen oder für die Augenspiegelung. Der Arzt richtet den Stirnspiegel bei der Untersuchung so aus, dass das so untersuchende Organ... Und da hört jetzt leider gerade der Artikel auf. Okay, ich bin immer noch nicht schlauer als vorher. So. Oh. Oh. Pferd, ich weiß, dass du mich hören kannst. Wir werden dich finden und wir werden dich in die Kleberfabrik senden. Okay. Die Kleberfab... Was? Kleberfabrik. Aber wir haben dennoch gelernt, es heißt Stirnreflektor. Ja, das... Ja, das ist richtig. Und wieso ist das Pferd denn im Krankenhaus? Weil unser guter Kumpel, äh, Buddy... Äh, ne? Ein krankes Pferd übrigens. Bessere medizinische Versorgung wollte, in dieses Krankenhaus eingebrochen ist. Und, äh, die Ärzte, die das nicht so gern gesehen haben, ihn jetzt hier mehr oder weniger festhalten. Er fliehen will und das nicht alleine schafft und wir als sein Kumpel ihn jetzt retten müssen. Das ist die Story vom Spiel. So. Äh, ja. Das ist der Grund. Sehr gut. Äh, jetzt pass auf. Äh, äh, da, 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 da. Der Arzt richtet den Stirnspiegel bei der Untersuchung so aus, dass das zur Untersuchung der Organ durch sammelte Spiegelung einer externen Lichtquelle gut beleuchtet wird, zugleich gerne durch das Loch in der Mitte der Spiegel ist mit einem Auge hindurchsehen und die, äh, achso, und so die beleuchtete Stelle untersuchen. Ja, okay. Ja, das macht dann wieder Sinn, ja. Und du dachtest, die Story von Bloodborne wäre übel? Die Story von Bloodborne ist großartig. Die ist absolut großartig. Ich weiß nicht, was du hast. Okay. Wir müssen irgendwas mal hier mit den Feuerlöschern tun, hä? Ich bin nicht sicher, was. Ich leg dich mal hier in den Weg. Naja, so fast. Oh. Die explodieren wirklich schnell. Das ist nicht praktisch. Okay, schauen wir mal, was die beiden hier zu sagen haben. Hm. Meine Frau. Hat mit den Chalmers geredet. Ich hasse es. Wer sind die Chalmers? Okay. Er ist sehr einversüchtig. Und sie? Hm. Eher weniger. Gut. Äh, ja, das, äh, mein Feuerlöscherversuch war jetzt eher... ...nicht so gut. Also, einmal anlecken, um sie anders zu platzieren, scheint zu gehen. Zweimal anlecken, geht nicht mehr. Okay. Pass auf. Ach so. So. Sobald man sie anlegt, gibt's einen Timer. Oh, verstehe. Alles klar. Ja, ich glaube, dann machen wir's doch eher auf die klassische Tour. Wer braucht schon Feuerlöscher, wenn man Hufe hat? Das, äh, ist eine berechtigte Frage, würde ich mal sagen. So, was ist mit dir? Ah, der Charming Chalmer. Alles klar, ja, das erklärt so einiges. Ellen hat mir gesagt, sie würde mich ihrem Mann vorstellen. Ich hoffe wirklich, dass er Fußball und Bier mag. Es war Fußball und Bier, oder? Ja. Okay. Aber er ist mega einversüchtig. Ich glaube, das funktioniert nicht. Attackiert das Pferd Menschen? Ärzte. Ärzte. Ganz, ganz wichtig. Es attackiert Ärzte. So. Und warum? Weil die uns nichts Gutes wollen. Okay, da brauchen wir eine rote Karte. Da brauchen wir auch eine rote Karte, wenn ich das richtig sehe. Nee. Nicht mal, da kommen wir einfach nur so nicht durch. Okay, rote Karte. Wo finden wir eine rote Karte? Ah, da, da, ha. Hallo. Mein Freund. Papa, Geschenk. Oh. Das hat erstaunlich gut funktioniert. Da ist die rote Karte. Alles klar. Gefunden. Das war einfacher als erwartet. So. Weil Ärzte keine Menschen sind. Ja, hier sind sie schon sehr speziell behandelt. Sagen wir es mal so, ne? Okay. Äh, da. Ähm. Ja. Das sind halt jetzt gleich drei. Oh, pass auf. Pass auf. Pass auf. Obacht. Obacht. Bonk. Oh. Bonk, 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 bonk. Oh, oh. Nein. Errungenschaft freigeschaltet. Get glued. Okay. Alles klar. Ja, das lief jetzt nicht ganz so gut, wie ich das vorhatte. Zwei Doktoren sind dann doch ein bisschen zu viel. Bonk. Warum laufen die jetzt so wild durcheinander? Was stimmt nicht mit euch? Okay. Das, äh. Passt. Warte. Okay. Passt. So langsam. Warum soll es das Pferd in die Kleberfabrik? Ich hab keine Ahnung, aber das ist die Strafe, die uns droht, wenn wir erwischt werden. Oder nicht die Strafe, die Konsequenz, die uns droht. Ich weiß nicht, vielleicht kann man aus Pferden guten Kleber herstellen. Oh. Oh, neue Mechanik. Man kann offensichtlich, äh, den Boden rutschig machen. So, ich, ich, ja, okay. Du hast doch die Karte mitgenommen. Ich dachte schon, wir haben jetzt Dings dabei. Aus Knochen macht man Leim. Oh. Gut. Again, what learned. So, irgendwie muss ich jetzt hier an euch, warte mal, wir hatten eine Banane. Banane, Banane, Banane. Oder? Ja, da ist eine Banane. Die nehme ich mal mit. Damit lässt sich nämlich hoffentlich schon mal einer von denen ausschalten. So. Weil die halt nicht ganz so nah aneinander laufen würden. Ja, okay. Moment. Da ist doch genug Pause dazwischen. Okay. Das dürfte funktionieren. Theoretisch. Ja. Scheiße, das bringt aber jetzt nichts, weil der weckt den wieder auf und gut ist, ne? Äh, ja, das war jetzt nicht ganz so hilfreich, wie ich dachte. Das war ein richtig beschissener Plan. Aber das macht nichts. Ich muss euch gar nicht alle erledigen. Ich muss einfach nur hier hinten durch, ne? Bye. Das hätte ich auch einfach haben können. Oh, schön. So. Heute lernen wir viel anatomisch Medizin Relevantes. Das ist korrekt, ja. Das ist der Grund, warum es vegane Gummibärchen gibt. Ja gut, wegen Gelatine. Das wusste ich ja. Das wusste ich tatsächlich. Ah, interessant. Oh. Neko, hast du einen Link gepostet? Kann das sein? Ähm. Und aus dem wurden drei Sterne. Äh, das liegt daran, dass die automatisch gepurcht werden. Subs und VIPs und Moderatoren können Links posten. Ähm. Ja. Das habe ich neulich mal irgendwann angepasst. Du hast einen Clip gemacht. Oh. Dann hat er den auch. Ah. Okay. Ähm. Okay, das ist doof. Dann muss ich da was drumherum bauen. Dann funktioniert das nicht. So wie ich dachte. Ich hatte gehofft, dass Twitch eigene Links halt nicht verboten werden. Okay. Gut. Again what learned. Ich schreibe mir das mal auf. Äh. Warte. Ich schreibe mir das mal auf. So. Ähm. Links. Weil Clips sind in Ordnung. Äh. Links moderieren. Ähm. So. Okay. Das ist gut. Das ist gut. Aber dankeschön für den Clip. Auch wenn jetzt der Link leider nicht, äh. Ja. Leider nicht hier aufgetaucht ist. Aber da kümmere ich mich drum. Das sollte dann eigentlich beim nächsten Mal hoffentlich funktionieren. So. Dann machen wir hier weiter. Xt. 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 Hey. Hey. Buddy. Ähm. Ich verstehe die alten Leute, die hier leben. Sehen die uns überhaupt? Also realisieren die tatsächlich eigentlich, dass wir Pferde sind? Also. Die haben so eine Tendenz, alles Mögliche zu sammeln, was sie finden. Komm. Finde mich bald, Hazel. Hey. Die sammeln alles, was sie finden. Das ist ja. Das ist ja schlimmer als ich. Oh. Attention. Attention. Achtung. Achtung. Doktoren. Ähm. Oh. Oh. Wir haben Grund zur Annahme. Es befindet sich ein zweites Pferd im Krankenhaus. Passen Sie auf sich auf. Okay. Ja. Natürlich. Alles klar. Kannst du den Clip in Discord packen? Ja. Oder ich sehe ihn nachher auf jeden Fall. Ähm. Genau. Nachher sehe ich ihn auf jeden Fall. Da schaue ich mir alle Clips an, die gemacht wurden. Aber ansonsten, Discord, äh, gibt auch einen Twitch Clips Channel. Ich glaube, der heißt auch genauso. Da kannst du es gerne reinposten. So. Hallöchen, du fäscher Bursche. Binbert hat meine Zähne gestohlen. Kannst du sie mir zurückbringen? Ich gebe dir auch diese, äh, Schlüsselkarte, wenn du mir hilfst. Binbert. Binbert. Who the fuck is Binbert? Du bist Binbert. Wetten? Hey. Ja. Hey. Jemand hat meine, größer als Durchschnitt, äh, Pillenbox gestohlen. Wenn du sie für mich holen kannst, kannst du diese Zähne haben, die ich gestohlen habe. Okay. Wir. Ja. Hm. Ich habe übrigens nichts mehr gedrückt, ne? Wir sind einfach so über den Boden geschlittert. Wollte ich nur mal gesagt haben. So. Sehr schön. Wunderbar. Zwei Ärzte erledigt. Und du bist wahrscheinlich derjenige, der jetzt die Pillenbox hat. Oh. Mein Auto. Wo könnte es noch sein? Ich habe diese Pillen ge... Äh. Was? Ich habe diese Pillen genommen, um besser zu sehen. Aber ich kann mein Auto immer noch nicht finden. Wenn ich dich jetzt anschlecken könnte, ne? Würde ich dich halt einfach mit da rüber nehmen. Da ist dein Auto. Das ist... Klingt doof, aber... Ha. Hey. Hey. Ist das mein Auto? Ja. Okay. Das ist die Pillenbox. Sehr schön. Dann können wir die hier hinbringen. Oh Gott. Diese Steuerung. Wir müssen den Raum da hinten nochmal anschauen, was da vielleicht ist. Oh. Ah. Was? Ja. Okay. Er nimmt offensichtlich Pillen, um seine Sicht zu verschlechtern. Alles klar. Kann man machen. Muss man nicht. Aber geht. Oh. Da bist du ja. Danke dir. Sehr schön. Was ist hier hinten drin? Ist hier noch irgendwas Besonderes? Warum gibt es diesen Raum? Irgendwie... Ist der Raum etwas nutzlos. Also. Ne? Irgendwie passiert hier nichts. Der Vollständigkeit halber. Machen wir trotzdem mal kurz diesen hier. So. Okay. Wunderbar. Können wir jetzt hier noch irgendwas klauen? Irgendwas nützliches? Ne Gabel. Die bringt uns aber nichts. Ne. Okay. Nicht wirklich. Gut. Ja. Schade. Dann. Auf zur Keycard. Und. Auf ins nächste Stockwerk. Und unser Pferd ist besoffen. Es läuft von allein nach rechts. Und es fällt mehr nach rechts, als dass es läuft. Hey Hazel. Du musst dich beeilen. Ich glaube sie finden mich bald. Warum zittern wir eigentlich so? Oh mein Gott. Das ist ein bisschen creepy. Oh nein. Ich höre jemanden kommen. Nein. Nein. Nicht. Aha. Wir haben nicht gefunden, Pferd. Achtung Doktoren. Wir haben eines dem Pferde gefunden. Und gefangen. Findet das zweite. Und ich. Werde euch vielleicht. Diesen Monat bezahlen. Das ist. Ein krasser Ansporn. Vielleicht bezahlt zu werden. Das ist tatsächlich gar nicht mal. Okay. Ja. Scheiße. Die sind voll motiviert. Das Pferd an sich sieht creepy aus. Ich finde das Pferd super. Mit seinen riesen Augen. Und dem hier halt schleichen. Das ist einfach schön. So. Ich bin so froh, dass du mich endlich besuchen kommst, mein Sohn. Warum spricht der Magen des Pferds? Weil Buddy, unser Freund in Not, uns ein Walkie-Talkie zugeworfen hat. Und wir das natürlich aufgrund des Mangels an Händen mit den, ja, mit unserem Maul gefangen haben. Und seitdem befindet sich ein Walkie-Talkie in unserem Magen. Und das spricht mit uns. Ach, das ist eine scheiß Kamera. Das ist, okay, ja, verstehe. Das heißt, wir müssen den Sicherungskasten finden. Das heißt, wir müssen dich ganz kurz ausknocken. Sofern man dich halt ausknocken kann. Weil du trägst einen Helm. So. Oh. Aha, verstehe. Okay. Kleine Komponente. Wo es schneller gehen muss. Verstehe. So, was haben wir hier? Geh weg, geh weg. Ich habe die Zähne und ich bin nicht. Und ich scheue mich nicht, sie zu nutzen. Ich kann die Zähne nicht mitnehmen. Das ist, äh, schade. Das ist super knapp gerade. Okay, hier reinschleichen. Du hast eine Quest für uns. Moment. Kurz mal verstecken. Du gehst hier rüber. Und dich kann man auch ausknocken. Dich auch. So. Okay. Dann können wir mal mit dir reden. Bist du nicht der, der vorhin vor dem Krankenhaus stand? Ich bin verwirrt. Also. Gibt es hier auch ein bisschen Service? Ich frage jetzt schon seit fünf Stunden nach Kaffee. Nope. Kein Service. Definitiv nicht. Auf gar keinen Fall. Dieses Bett ist nicht so wahnsinnig viel, ne? Aber wenigstens kann ich irgendwo schlafen. Das nenne ich bodenständig. Das nenne ich extrem bodenständig. Wenn dein Arbeitgeber sagen würde, mach das, dann bekommst du vielleicht Geld, wirst du dir ganz schnell eine neue Arbeit suchen. Ja, man weiß, also, was wir inzwischen gelernt haben, dieses Krankenhaus ist jetzt nicht unbedingt das 0815 Normalo Krankenhaus, ne? Das macht es dann jetzt natürlich nicht unbedingt einfacher, hier zu wissen, wie es den Leuten hier geht. Vielleicht sind die auch alle ehrenamtlich. Oder ist es halt tatsächlich einfach so, dass das hier eine richtige, ja, Kackbude ist? Wo müssen wir jetzt eigentlich hin? Hier rüber irgendwo, oder? Ja. Warte mal. Ähm. Okay, ich bin sehr gespannt, was wir auf diesem Klo finden werden. Toiletten scheinen hier so Anziehungspunkte für schräge Charaktere zu sein. Ist Buddy eigentlich nur ein Freund oder der Hengstfreund? Das ist eine gute Frage. Das wissen wir selbst nicht. Es ist auf jeden Fall irgendeine Art von Freund. Ob. Ob und wie, das ist noch nicht so ganz klar. Scheiße, das lief ja richtig gut, hey. Okay. Das heißt, wir müssen Dinge kaputt machen. Und Pillen sammeln. Okay, wir sind fast wieder bei guter Gesundheit. So. Hey, ich versuche mich umzuziehen. Nicht gucken, ne? Ach so. Guck mal, ich schaue dir in dein Innerstes. Du hast keine Geheimnisse mehr von mir. Aber so interessant ist es jetzt auch wieder nicht, ne? Dass ich jetzt hier stundenlang rumstehen müsste. Können wir die Pflanze zerstören? Nein. Okay, warte. Warte, bereich zerstören. Wunderbar, das ist unsere Gesundheit. Die wir brauchen. Tollwürdige Pferde, die sicher Substanzen intus haben. Ja, wir vermuten aktuell eigentlich eher die Entwickler, die Substanzen haben. Als das Pferd. Das Pferd ist nur eine Folge der Substanzen. Anderer. Wa... Wa... Ähm... 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 Also, ich habe keine Erklärung, warum jetzt hier diese Pflanze in der Luft schwebt. Und... Und... An einer unsichtbaren Mauer klebt. Du hast Fragen? Ja, ich auch. Ich auch. Große Fragen. Und, äh... Mir fallen keine halbwegs sinnvollen Erklärungen ein. Nicht mal ansatzweise. Okay. Schauen wir mal, was hier los ist. Gott, will ich da rein? Okay. Niemand sagt Brutus, welche Tür er zu nutzen hat. Brutus macht eine Spezialtür. Einfach nur für Brutus. Ich... Geh dann mal lieber, ne? Das ist... Der Typ ist ein bisschen creepy. Der Typ hat definitiv zu viel Macht in seinem Leben. Zu viel Kraft. So. Okay. Das ist gut. Und dann haben wir... Dich noch. Ei. Sehr schön. Ähm... Da ist eine Kamera. Da ist ein Sicherungskasten. So. Beides war einmal. Mir fallen nicht sinnvolle Erklärungen ein. Für... Dinge. Nein. Ich bin einfach völlig überfordert von allem. Ich bin einfach nur hier für die kostenlose Pizza. Das finde ich gut. Für kostenlose Pizza würde ich auch überall hingehen. Frank wird das... Das... Krankenhaus endlich wieder gut machen. Frank ist... Ja, äh... Ja. Äh... Ja. Huge deal. Ähm... Frank ist ein guter. So. Das ist die passendste Übersetzung, die mir gerade einfällt. Es ist so schön hier. Frank ist so nett zu uns. Oh Gott. Das klingt ein bisschen wie ein Kult. Du bist verloren. Langgesichtiger Freund. Ähm... Komm zu uns. Und tritt uns bei. Und, äh... Werde erleuchtet. Es ist ein Kult. Okay. Ich hab die Maske. Hey! Pack das zurück! Ähm... Okay. Was ist da los? Ich habe die große Maske. Selbst gesehen. Eines Tages werden wir alle masken. Oder... Irgendwie sowas in der Richtung. Okay. Tschüss. Ja, das ist der Toilettenkult aus dem, äh... Krankenhaus, äh... Ne? Kann man schon mal machen. Was mache ich jetzt mit der Maske? Also, äh... Warte mal. Brutus? Brutus? Kann ich dir die Maske geben? Nein. Okay. Kann ich die Maske mitnehmen? Ich weiß es noch nicht, ne? Frank hatte wohl Donald Trump als Vorbild. Ja, so ein bisschen schon. Make Krankenhaus great again, ja. Daran habe ich auch denken müssen. Oh. Warte. Also, du läufst nicht hierher. Das ist gut. Diese Maske schaut mich übrigens an, während wir sie durch die Gegend tragen. Das ist ein bisschen... Ein bisschen creepy. Ein ganz kleines bisschen creepy. Dass du mich jetzt nicht gesehen hast, wundert mich. Oh, oh. Okay. Die Maske hat tatsächlich nichts gemacht. Das ist jetzt ein bisschen schade. Muss ich zugeben. Ich hatte mit mehr gerechnet. So. Mehr Pillen. Äh... Irgendwas muss ich noch klein hauen. Für Pillen. Oh, warte. Getränkeautomaten waren immer gut, ne? Genau. Sehr schön. So. Volle Heilung. Die sind jetzt... Warte mal. Sagst du jetzt eigentlich was anderes, weil ich dir die Maske geklaut habe? Sagt ihr was anderes? Nee. Okay. Nee, die sagen nichts anderes. Ach, schade. Ich hatte gehofft, dass sie jetzt irgendwie darauf reagieren, dass ihre heilige Maske weg ist. So. Ein Pferd auf Pillen mit Stoned Blick. Yep. Warum ist das hier so dunkel? Oh, sind wir auf der Chefetage? Wo sind wir? Ist das... Es ist eine Falle. Guckt mal, die Lichter verfolgen uns. Es ist eine scheiß Falle. Da ist Buddy. Buddy! Ich bin hier, aber das... Ich trau der Scheiße nicht. Es ist... Es ist... Es ist ein Aufzug. Und der ist auch verlockend. Ähm. Gut, dann kann ich auch Lärm machen. Warum stockt denn das hier so? Holy shit. Buddy? Buddy bewegt sich nicht. Das könnte auch eine Attrappe sein. Ich will in die Falle tappen. Äh. Okay, doch. Es ist Buddy. Hazel, nein. Es ist eine Falle. Hazel, hinter dir. Oh. Oh. Nun gut, Pferd. Du bist direkt in meine Hände gelaufen. Alles geht genau nach Plan. Ich genieße das. Ich muss den noch mal E drücken, wenn es weitergeht. Okay. Ich gehe voraus und bringe dieses hier in den Keller. Ihr bringt das andere Pferd, wenn der Aufzug zurückkommt. Okay, das heißt, wir haben jetzt einen fetten Fight vor uns, oder wie? Äh. Okay, nein. Der Keller. Eine Aufzugfahrt später. Errungenschaft freigeschaltet. Enable a day. Oh. Oh. Es ist... Oh. Ja. Okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Kst. Hazel. Hazel. Sie sind... Dungeon. Dunkel. Hilfe. Okay. Wir hätten gar nicht mit dem Aufzug fahren können, ne? Wir mussten auch tatsächlich in die Falle steigen. Alles klar. Gut. Ja, schön. Ja, dann sind wir jetzt im Keller. Ja, es ist auch... Man merkt, dass es der Keller ist, weil draußen ist es dunkler. Warum zittert denn er da hinten? Was ist mit dir los? Wir gucken gleich mal, ne? Können wir duschen? Komme ich da rein? Nein. Okay. Dann stinken wir halt weiter. Das ist in Ordnung. Es gibt Schlimmeres, als zu stinken. Äh... Okay. Okay. Ja. Ach, hallo. Oh. Warte. Bitte erzähl niemandem, dass ich hier bin. Die anderen verhalten sich sehr, sehr schräg in letzter Zeit. Es wirkt fast so, als wären sie kontrolliert. Okay. Alles klar. Ich bin... Ja, das ist... Die Maske. Die Maske. Zu diesem psychedelischen Spiel passt grüne... Äh... Grüne Gürze mit Vanille ist ja gut. Und damit es noch passender ist, wirst du die nur mit einem kleinen Mockerlöffel essen. Oh, nice. Sehr schön. Sehr schön. Finde ich gut. Okay, was ist mit dir? Ich kann die Schlüsselkarte zum Hausmeisterraum nicht finden. Das letzte Mal habe ich sie im Bad gesehen. Moment, da waren wir schon. Oh. Oh. Schlüsselgegenstände in Schränken. Das ist neu. Okay. Tür ist offen. Da ist tatsächlich ein Dungeon. Guckt euch das mal an. So, was macht denn unser Kult hier? Also, wo ist jetzt Samuel hin? Wenn du Samuel findest, würdest du ihm bitte diese Maske geben? Es wird ihn gefügsam machen. Okay. Klar. Gerne. Samuel? Du bist wahrscheinlich er hier. Äh... Da. Guck mal. Ich habe da was für dich. Nein! Nein! Nicht das schon wieder. Oh! Dank dir sehe ich jetzt sehr klar. Mach nicht den gleichen Fehler, den ich gemacht habe. Okay, cool. So, was sagst du jetzt dazu? Nichts. Okay. Samuel. Wer heißt Samuel? Okay. Achso, da ist noch jemand. Es gab da eine Menge Lärm vorhin im Flur. Okay. Ja, ich glaube, das waren wir. Ist das eine Buchpresse oder ist das eine Streckbank? Ich bin unsicher. Das sieht ein bisschen aus wie eine Streckbank. Ja, ich glaube, Streckbank ist gerade wahrscheinlicher als... Ja, Streckbank ist definitiv wahrscheinlicher als eine Buchpresse. Okay, cool. Ja, dann auf in den Dungeon. Oh, da ist noch jemand. Ich habe ein paar komische Typen gesehen, die hier ein Bett in den Raum gebracht haben. Jetzt ist, äh... Wie hat Draft? Ah, ist das Geruch? Ich weiß es nicht. Jetzt kommt da ein komischer Geruch von. Ich glaube, Draft ist Geruch, oder? Korrigiert mich. Ich weiß es nicht. Ich kenne Draft als Entwurf. Das würde aber nicht passen. Das würde einfach gerade nicht passen. Ein kaputtes Klo. Okay. Oh, warte, da ist jemand. Da ist jemand. Hallo? Was zum Henker? Wer hat den Eingang zum Krankenhaus-Dungeon geöffnet? Okay. Okay. Komme ich hier weiter? Oh. Beste Animation im Spiel. Oh mein Gott, was? Hazel, komische Kreaturen. Hey, du da. Rett mich, Hazel. Hey, hör auf mit dir selbst zu reden. Ähm. Würdest du hier was ausmachen, diese Feuerstellen anzuzünden? Ist ein bisschen kalt hier. Okay. Wir können jetzt also auch mit Feuer hantieren. Alles klar. Draft kann laut Google auch Luftzug heißen. Ja, okay. Ja, das erklärt auch. Stimmt. Wir hatten das letzte Mal. Ähm. Bei. Ja, jetzt habe ich den Namen vom Spiel vergessen. Äh. Ashore Teig. Ähm. Ja, gab es ja den Updraft. Das war der Aufwind. Ja. Okay. Macht Sinn. Macht Sinn. Uh. Ich muss gestehen, dass es gerade deutlich mehr Content, als womit ich jetzt gerechnet hätte. Wir haben richtige Rätsel. Äh. Rätsel hier. Das ist cool. Diese Feuerstellen sind ziemlich schräg. Aus irgendeinem Grund öffnen sie manchmal Türen. Okay. Ähm. Okay. Hallo. Sie machen offensichtlich auch ein bisschen Licht. Okay, Leute. Wie viele Krankenhäuser mit Dungeons habt ihr schon gesehen? Hier. Gut. Ich glaube, das ist mein erstes. Komme ich hier schon rein? Nee. Sehr gut. Alle. Okay. Oh. Oh. Warte mal. Der sieht merkwürdig aus. Warum sieht der merkwürdig aus? Und wo kommt der her? Oh, da. Alles klar. Oh. Oh. Okay. Okay, ich kann dich nur temporär erledigen. Alles klar. Hier muss Licht hin. Das heißt, wir brauchen wieder eine Fackel. Das heißt, wir müssen erstmal wieder an dem Typen vorbei. Der da hinten ist. Okay, das ist in Ordnung. Gas, 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 Gas. Ah. Okay. Fackel mitnehmen. Läuft. Da sind Leichenhallen. Ja, okay. Gut. Jedes Krankenhaus hat einen Keller mit Zeug. Ja, das ja. Das ja. Aber nicht jedes Krankenhaus hat wahrscheinlich so einen Dungeon. So. Nichts davon sieht man. Hier in Bremen gibt es eine Pathologie, die ist oberirdisch. Zumindest bin ich schon öfter mal am pathologischen Institut vorbeigelaufen. Oder hieß das pathologisches Institut? Ja, keine Ahnung. Irgendwie sowas in der Richtung. Oh, da drüben ist jetzt offen. Ah, verstehe. Okay, dann können wir die Fackel wieder fallen lassen. Ah, nein, nein, nein. Nicht gut. Nicht gut. Okay, komm mal da raus. Ah, nee. Gar nicht gut. Nicht hier lang. Nein. Aus. Pfui. Okay. Ich glaube, wir können einfach so jetzt vor ihm weglaufen. Das sollte gehen. Ja, der ist da hinten verschwunden. Sehr gut. Hm. Wenn wir die Pathologie als Dungeon sehen. Ja, alle. Ja, nicht unbedingt, ne? Nicht, 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 nicht immer. Pathologie muss nicht immer im Keller sein. Ich kenne zum Beispiel ein Krankenhaus. Da sind sämtliche OPs im Keller. Dann gibt es wieder Krankenhäuser. Da sind sämtliche OPs irgendwie im dritten oder vierten Stock. Und da sind Geräte, mit denen Leute aufgemacht werden. Sie machen Bilder von deinen Innereien. Oh ja. Leute, ich habe da übrigens auch noch ein Spiel. Das ist momentan, äh, gibt es nur eine Demo von, ähm, wo es tatsächlich um Pathologie geht. Es ist ein Horrorspiel. So viel sage ich schon mal. Ähm, aber das will ich auch irgendwann mal spielen. Und, äh, du bist, storytechnisch bist du frisch in einer, glaube ich, neuen oder neu angestellt in der pathologischen Dingens. Und, ja, da geht es nicht so ganz mit rechten Dingen zu. Ich habe die Demo schon mal gesehen. Ich habe sie nicht selbst gespielt. Aber das ist, äh, holy shit, was in der Atmosphäre. Und, äh, das Ende der Demo ist ziemlich schräg. Nicht schon wieder Doktorspiele. Nein, nicht das, was du denkst. Äh, äh, apro, äh, also, gut, das, das hier ist ja auch quasi ein Doktorspiel. Quasi. Aber ich glaube, du bist immer noch vom Brustkorb schockiert, ne? Warum bin ich hier runtergekommen? Ich habe so Angst. Es ist so, so furchterregend. Okay. Es gibt keine Aufzüge mehr. Wir fallen einfach nur noch Stufen runter. Hazel. Kss, kss, kss. Sie bringen mich weiter runter. Eine Menge fallen. Sei vorsichtig. Okay. Goodie. Mach ich. Vorsichtig, äh, ist mein zweiter Vorname. Das läuft. Hm. Bei euch sind die OPs im zweiten Stock. Ja, okay. Sehr schön. Es halt auch immer verschieden, ne? Du glaubst, welches gemeint ist. Du hast es, äh, bei einem YouTuber gesehen. Ja, Mortuary Assistant. Das ist, äh, glaube ich, ein ziemlich, ziemlich, oder wenn es fertig ist, ein sehr, sehr cooles Horrorspiel. Die Demo ist der Hammer. Bei euch gibt es Krankenhäuser, wo Trakte zugemauert wurden, weil man die multiresistenten Keime nicht unter Kontrolle bekam. Ja, okay. Wow. Das wäre ich so tatsächlich auch zum ersten Mal. Holy shit. Wenn der gute alte Spiritus nicht mehr ausreicht. Da ist eine Falle. Ist das... Warum sind das Feuergruben? Warum müssen das Feuergruben sein? Was stimmt nicht mit den Leuten? Was ist das hier für ein Krankenhaus? Da auch? Okay, aber hier drin war ein Schlüssel. Den habe ich schon gesehen. Ah, okay. Nein. Vorsicht. Scary Terry. Wer ist Scary Terry? Und wo müssen wir den Schlüssel hinbringen? Oh. Oh. Tatsächlich hier. Oh. Oh. Ja, das ist ja einfach... Ja, wenn es hier einfach... Wenn es hier Schalter gibt, um da durchzukommen, das ist ja dann nicht so... Nicht so schwierig. Okay, hier brauchen wir wieder einen Schlüssel für. Das heißt, wir müssen hier rüber. Kostengünstige Leichenentsorgung, würdest du sagen. Oh, das erinnert mich an einen Film, den ich mal gesehen habe. War tatsächlich auch ein Horrorfilm. Einer der wenigen, die ich gut finde. Ähm. Ich weiß aber nicht mehr, wie der heißt. Das war ein verlassenes Sanatorium und... Oder was heißt Sanatorium? Ich glaube, zwei, drei... Was macht mein Pferd mit seinen Beinen da? WTF. Ähm. Irgendwie sowas in der Richtung. Auf jeden Fall verlassenes Krankenhaus, Sanatorium. Keine Ahnung. Ähm. Echte Location vor allem. Echte Gerüchte, worauf das Ganze passiert. Okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Das ist in Ordnung. Was? Cool. Man kann die Typen ausschalten, wenn man Dinge tut. Ähm. Und die haben da drin halt irgendwie eine Horrorstory erzählt. Oder der Film hat halt da drin logischerweise eine Horrorstory erzählt. Und die fand ich tatsächlich ziemlich gut. Ähm. Ich komme aber einfach echt nicht mehr gerade auf den Namen, wie dieser Film hieß. Der ist schon gefühlt ewig alt. Voll gut. Ähm. Wusstest du, dass dieser Teil hier eigentlich... Äh. Nein. Dass dieser Ort hier Teil des Krankenhauses ist? Oder war? Entschuldigung. Entschuldigung. Das wollte ich nicht. Rettest du nochmal mit mir? Achso. Nee. Du hattest nicht mehr zu sagen. Gut. Dann habe ich eh alle Infos von dir, die ich brauche. Äh. Da ist nichts. Sehr schön. Was ist denn hier drüben? Hallo? Ein paar Vasen. Ja. Jetzt nicht mehr. Okay. Gut. Aber das heißt, ich glaube, wir haben alles, um auf die andere Seite zu kommen. Wir können diese Ärzte hier also auch tatsächlich erledigen. Das ist gut zu wissen. Hier. Aber ich muss tatsächlich zugeben, ich habe so eine seltsame, ähm, Zuneigung irgendwie zu, äh, verlassenen Krankenhäusern. Ich finde das irgendwie super, super faszinierend. Nachdem ich auch schon in ein, zwei drin war tatsächlich und da Fotos gemacht habe. Das ist so eine, so eine ganz, ganz komische Atmosphäre auch teilweise. Vor allem, wenn man ein bisschen was über die Geschichte von den Dingern weiß. Und, äh, was dann da so alles behandelt wurde. Und vor allem, was noch da ist an Geräten teilweise. Sehr, sehr spannend. Wo zu mein Gott bin ich? Ja, das frage ich mich auch. Ja, meine Beine machen gerade sehr, sehr merkwürdige Dinge. Moment, ich versuche mal zu stampfen. Ja, ich glaube, wir müssen erst wieder eine Treppe herunterfallen, um das zu beheben. Okay. Gut. Warte. Hier ist ein Schalter. Genau, der macht hier zu. Das läuft. So. Okay. Okay. Nächstes, nächstes Stochwerk. Ha! Der Toiletten-Gimbo ist wieder hier. Boah, krass, dich hier zu sehen, Pferd. Wenn du zu mir kommst, dann gebe ich dir was richtig Gutes. Aber du musst irgendeinen Weg finden, diese Tür zu öffnen. Okay. Ja, unsere Beine sind wieder normal. Sehr schön. Du bleibst bei Windows. Linux und Crab ärgern dich zu sehr. Ja, Dualboot ist tatsächlich nicht mehr so cool. Ähm, das, äh, ja. Wie gesagt, wenn du's, wenn's nur ums Ausprobieren geht, schau mal virtuelle Maschinen. Virtualbox und so ist denkbar einfach, da was einzurichten. Um ein bisschen rumzuprobieren. Äh, Belitz, diese Lungenheilstätte bei Berlin. Du kennst da x Fotos, warst selbst noch nicht da. Ich war dort. Ich war tatsächlich dort. Aber leider zu einem Zeitpunkt, als die schon super bekannt war. Und, äh, dementsprechend alles zugemauert, etc. Also reingekommen bin ich nicht, aber ich hab's von außen gesehen. Und, äh, war tatsächlich auch sehr beeindruckt. Auch von der Architektur her. Sehr, sehr cool, ja. Ja, diese Auer hat es komplett mit Fallen gefüllt. Was? Fallen? Wo? Licht. Fackel. Mitkommen. Ähm. Haben wir denn einen anderen Weg? Nein. Nein. Leider nein. Nope. Okay. Es ist nichts passiert. Es ist was passiert. Ah! Oh. Okay. Einfach dabei zuschauen, wie man drauf geht, ist auch schön. In dem Moment, als ich oben auf meinen Lebensbalken geguckt hab, war's quasi schon vorbei. Lauf! Lauf, Pferd, lauf! Okay, das war jetzt nicht so kritisch, wie ich vermutet hatte. Kriegt man das auch wieder irgendwie vorbei? Äh, also aus? Schafft man das? Oh, Schlüssel. Ja, Schlüssel ist gut. Dich nehm ich mit. Nicht da reinlaufen. Stopp. Da. Okay. Wunderbar. Dann haben wir hier schon mal offen. Geh mal aus dem Weg, Fackel. Da sind Kisten hier, aber... Die haben einfach nur Schlüssel drin. Was soll ich denn damit anfangen? Naja. Türen aufschließen. Also, wäre jetzt so meine grobe Vermutung. Oh, warte. Okay. Das ist cool. Diese Tür da links müssen wir noch aufmachen. Das heißt, wir müssen hier lang. Was haben wir denn hier? Äh. Da hinten wartet schon wieder einer dieser komischen Maskendoktoren. Oh Gott, ey. Bei der Steuerung ist das hier ein super tricky Part. Ganz ehrlich. Ah. Oh, das ist nicht gut. Diese Dinger können auch spucken. Ah Gott, oh Gott, oh Gott. Ich weiß gar nicht, warum ich die Fackel jetzt gerade hier mitschleppe. Ich glaube, die braucht es nicht unbedingt. Ja, gut. Ähm. Moment. Schlüssel. Was hat das jetzt gerade geändert? Okay, ich gehe da runter. Das hört auf. Ah, verstehe. Verstanden. Oh Gott, unser Bein macht schon wieder merkwürdige Dinge. So. Ich sehe nicht, was der Typ macht. Oh. Ja, ich hätte gerade laufen können. Ich habe versucht, den Typ zu sehen. Okay. Warte mal, Schlüssel haben wir dabei, oder? Ja. Okay, passt. Jetzt liegt halt die Fackel da hinten. Ja, die bräuchte ich jetzt eigentlich hier. Warte. Warte. Die Fackel können wir hier ja hier holen, oder? Da ist jetzt nicht zu. Nein. Okay, sehr gut. Sehr gut. Dann können wir die einfach mitnehmen. Sehr schön. Ich dachte schon, wir haben das jetzt irgendwie verbaut. Aber glücklicherweise nein. So, auf zur Toiletten, Jimbo, ne? Das müsste jetzt da drüben sein. Das müsste hier sein. Nein? Okay, cool. Ich dachte, das wäre direkt hier. Aber offensichtlich nein. Oh, da. Doch. Also, quasi ja. Hey, du bist es wieder. Krasse Dungeon, richtig? Suchst du nach mehr Pillen? Gar kein Problem. Ich hab da was für dich. Okay. Vorarbeit der Erde. 1961. Was? Scheiße, wann war die Mondlandung? War das 61 oder 64? Shit. Das ist... Das ist... Ja. Ich weiß es nicht mehr, weil die Mondlandung war. Shit. Okay, cool. Wow. Das ist so cool. Ja, Buddy, ne? Achso, warte. Ich muss einmal wieder ein Spiel klicken. Oh nein, Frieda. Hazel, warum? Was habe ich denn jetzt angestellt? Das im Weltraum herumzuschweben ist. Hazel, das ist so krass. Mein niegelnagelneues Spaceship. Raumschiff. Es ist sehr gut, dass wir diese Helme tragen. Die auch so wunderbar dicht hinterm Nacken sind, ne? Ja. Helme, aber dicht... Mhm, genau. Okay. Das könnte der... Größte Spaß sein, den ich jemals hatte. Ich habe dieses Raumschiff nur für dich gebaut, Buddy. Hä? Was hast du gesagt, Frieda? Ich bin gerade total in Gedanken verloren, darüber, wie cool Hazel ist. Ja. Absolut. Warum solltest du die Selbstzerstörung aktivieren, Hazel? Okay, zurück in die Dungeons. Oh, die Zunge killt mich. Oh, sehr schön. 69 war das. Echt? Oh, ich... Okay. Ja, gut. Ja... Ah. Nice. Ist es der Friede als Kind? Ja, nee, ich glaube nicht. Ich... Ich... Großes Experiment. Großes Experiment. Großes Experiment. Hexen. Gedankenkontrolle. Ja, gut. Ähm... Was? Gedankenkontrolle. Also, dass sie hier mit ihrem komischen Maskenkult irgendwie merkwürdig sind, das wussten wir ja schon, ne? So, was haben wir jetzt hier? Hallo? Willkommen, Kind. Du bist gekommen, um zu helfen, richtig? Dann... Durchstoße diese Wand. Oder, äh... Ja, versuche diese Wand zu durchqueren. Ja, okay. Warte, bin gleich wieder da. Oder auch nicht. Warte. Oh. Ähm. Oh. Oh. Gut. Cool. Damit hab... Damit hab ich jetzt nicht unbedingt gerechnet. Willkommen in der Fackel-Ecke. Du meinst Fackel, wenn du willst. Sie sind nützlich im Dunkeln. So. Du willst Famous werden? Was? Der Bot ist auch schon lang weg. Der Bot ist auch schon lang weg. So, können wir diese Fackeln hier umfackeln? Ne, wir können die nicht in normale... In normales Feuer umwandeln. Okay. Sehr gut. Du bist im Lurk. Das heißt aber auch, du hast irgendwas, äh... Irgendein Plugin installiert, das dir gelöschte Nachrichten noch anzeigt. Weil der war eigentlich sehr schnell weggebannt. So. Gut. Wir haben hier drei Aufgaben. Wir reden erstmal mit der Person, die keine Aufgabe hat. Ne. Es ist fast vollendet. Sobald die Mixtur, äh... Fertig ist, versuche deinen Kopf hineinzuhalten. Okay. Wenn du von deiner Vision zurückkehren willst, oder aus deiner Vision, ähm, ne, aus deiner Vision heraus willst, dann, äh... Drücke den Schleichen-Button. Okay. Seven-TV? Achso, äh... BTV wahrscheinlich. Oder? Seven-TV sagt mir nämlich nichts. Gut. Ähm, aber? Aufgaben. Wir suchen leuchtende Items, äh... Der Macht. Bitte bringen wir ein Spielzeug-Auto. Okay. Klar. Das... Das passt schon. Ja, okay. Spielzeug-Auto ist einfach. Das ist nämlich einfach hier. So. Pass auf. Da. Bitte. Danke, Kind. Ich, äh... Soll das in den Kessel werfen. Oder ich sollte das in den Kessel werfen. Oh, guckt mal. Der fängt an zu blubbern. Okay. Nächste Aufgabe. Bitte bring mir ein, äh... Leuchtend blaues Zahnrad wahrscheinlich. Du kannst keine gute magische Mixtur machen ohne ein gutes Zahnrad. Moment. Reden wir hier wirklich gerade von einem Zahnrad? Ich bin unsicher. Nee, wahrscheinlich nicht, oder? Kork. Ich kenn halt Korkwheel. Das ist ein Zahnrad. Moment. Oh, oh. Du kommst da auch durch. Nee. Nee, lass mal. Lass mal stecken. Tschüss. Bye. Ich hätt vielleicht auch die Fackel mitnehmen sollen. 7TV hat 250 E-Mars lost for free. Besseres BTTV, FFC... Okay, das kenne ich tatsächlich noch gar nicht. Noch nie gehört. Das ist mir gerade gänzlich neu. Ach, da ist das leuchtende Zahnrad. Okay, warte. Dann bringe ich die Fackel mal zurück. So. Ich schleiche hier mal lieber. Damit uns der Typ da drüben nicht mehr hört. Mitnehmen. Weil erledigen können wir den nicht. Okay. Blaues Licht. Nein, nicht das, was du denkst. Ah, wundervoller... Wundervoller Müll für die... Die Glibberpampe. Glibberpampe finde ich gut. Das ist vielleicht eine Herausforderung. Aber könntest du mir bitte die grün leuchtende Pillen... Äh, Pillenbox bringen? Na klar. Oh, Entschuldigung. Das wollte ich nicht. War der falsche Button. Es tut mir leid. Okay. Fackel. Da. Wo ist denn die überhaupt? Sehen wir die schon? Nee, ne? Nicht so wirklich. Okay, wir schleichen hier mal so ein bisschen durch. Und versuchen die zu finden. Äh, wo war... Ah, warte. Ja, ja. Okay. Ist nicht so schwer, wie ich dachte. Wir müssen einfach nur hier lang. Wo ist denn der Typ hier? Stopp, 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 stopp. Hier ist einer. Hier drüben war doch auch gerade einer, oder? War das der gleiche? Ich bin unsicher. Nee. Ah, doch da. Okay. Verstanden. So. Passt. Wunderbar. Das ist genau das, was ich brauchte. Okay. Ja. Ich, äh... Ich würde gerne... Ach so, das öffnet wahrscheinlich danach diese Tür. Ja, verstehe. So läuft das. Hab's kapiert. Alles klar. Ja, gut. Bevor wir jetzt hier diesen Trank schlabbern, würde ich aber nochmal ganz, ganz kurz das Päuschen machen. Und euch hier mit, äh, mit Hazel ganz kurz alleine lassen. Ganz intim. Was passiert, wenn ich Pause drücke? Ne, da passiert relativ wenig. Ich würde gerne heranzoomen, aber das geht leider nicht. Deswegen. Warte. Was ist denn hier die schönste Perspektive, die ich euch bieten kann? Die hier. Die ist top. Genau. Ne? Ich mach ganz, ganz kurz das Päuschen. Holt euch schnell was zu trinken. Holt euch was zu knabbern. Holt euch noch ein bisschen mehr grüne Grütze. Oder auch rote Grütze. Ist auch sehr geil. Und, ähm... Spiel Tetris. Auch das ist möglich. Drei Tetris-Spieler sollt ihr sein. Und, äh... Ne? Wir sehen uns gleich wieder. Äh... Welche Pause? Die hier brauche ich. So. Bis gleich. Servus. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das ist so schön, euch dabei zuzuschauen, wie ihr euch ins Verderben spielt, ne? Lenkt nicht ab, das ist mein Job als Streamer Untertitelung des ZDF, 2020 Du kannst nicht schreiben, ja, das geht mir auch so Ja, 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 okay, ich versuche gerade zu deuten, was ihr da macht, es sieht interessant aus, aber es folgt keine, es folgt nicht wirklich irgendeinem Muster Oh, oh 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 Und weil ich gerade dran denke... Moment, ich muss mal eben kurz die Cam hier drüber ziehen. So, so macht das mehr Sinn. Sonst habe ich hier immer so ein Logo vorm Kopf. Okay. So. Aber ja, das war jetzt gerade eher etwas kontrollierter ins Chaos, ne? Aber das war schön. Und den langen hättet ihr deutlich früher gebraucht, ja. Den hättet ihr auf jeden Fall deutlich früher gebraucht. So. Du enthältst dich mit deinen Chaosbefehlen. Aber Gustav, es ist Tetris. Das macht Spaß und bringt das Schlimmste in den Menschen heraus. Schlimmer als vier gewinnt. Es hilft schon mal, dass man zwei Befehle hat. Ja, ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ihr könntet übrigens auch, rein theoretisch, ihr müsstet dich mal abwechseln. Ihr müsstet nur hinter den, den, äh, das Command irgendwas anderes schreiben. So zum Beispiel, äh, Ausrufezeichen rechts A, rechts B, sowas in der Richtung, ne? Es muss halt nur eine unterschiedliche Nachricht als vorher sein. Gehen kürzere Befehle? Ja, nicht jetzt. Nicht jetzt. Ich muss es erst programmieren. Böse Alte. Aber ich hab's mir notiert. Das steht hier auf meinem schlauen Zettelchen. Der total überbelichtet gerade ist. Naja, cool. Obwohl, man erkennt ein bisschen Schrift. Du hast es versaut, Adel. Oh nein. Aber da überlege ich mir was für. Ja, das, das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. So. Gut. Ja. Adel, übrigens, ne? Falls du's verpasst hast. Ich weiß nicht, wie lange du schon im Lurk bist. Wir spielen gerade, äh, St. Hazels Hospital. Ähm, wir sind Hazel. Wir versuchen Buddy, unseren Pferdekumpel, zu befreien, der bessere medizinische Behandlung wollte. Deswegen in ein menschliches Krankenhaus gekommen ist. Dort mehr oder weniger festgehalten wurde. Dann versucht hat zu fliehen. Und, äh, ne? Wir sind seine Rettung. So. Ne? Wir hatten schon Kontakt mit Buddy. Es war allerdings eine Falle des, äh, Krankenhausdirektors. Und, äh, ich weiß nicht genau, wo wir jetzt sind. Wir sind jetzt irgendwo im Keller des Krankenhauses. Hier hat sich ein merkwürdiger Kult aus Hexen gebildet. Und Masken und irgendwas mit Gedankenkontrolle. Und, äh, wir stecken jetzt gleich unseren Kopf in diese grüne Brühe. Und gucken, was passiert. Das, ähm, Ja. Wir waren schon in Vietnam. Und wir waren im Weltall. In diesen Visionen. Und, ich bin gespannt, was jetzt kommt. Digga, ist okay? Du hast Anfang der Woche, dir habe ich Rückenschmerzen gehabt. Sollst mir einen Nerv eingeklemmt. Mmh. Wenig Schlaf. Heute geht's wieder. Oh, sehr gut. Sehr gut. Ja, gute Besserung weiterhin. Eine Giraffe. Was für ein... Was? Wo ist hier eine Giraffe? Äh, was? Also, Giraffen haben wir noch nirgendwo gesehen. Das ist ein Pferd, Adel. Ist ein bisschen kürzer als eine Giraffe. Also, zumindest so, so... Nacken aufwärts. Ein bisschen kürzer. Diese braune Kuh. Ja, okay. Ja, gut. Okay. Ich stecke mal den Kopf da rein. Oder auch... Nee. Nicht? Was ist jetzt passiert? Oh! Ober... Oh mein Gott. Das ist ein Pferdekopf auf... Ähm... Was? Wie wir laufen. Was zum... Hä? Was? Warum? Was tun wir hier? Hä? Ähm... Kopf weg. Naja, Pferdekopf obendrauf. Ich kann leider nicht reinzoomen, aber es ist... Äh... Äh... Ja. Ich bin mir auch nicht so ganz sicher. Giraffe, Kuh, Hamster, alles dasselbe. Alles klar. So. Ah. Bedenke, dass du schleichen kannst, um in deinen Körper zurückzukehren. Ach so. Ja. Ach so. Das hier ist... Okay. Ich will aber nicht schleichen. Ich will Knöpfe drücken, aber die Kamera dreht dauernd weg. So. Okay. Gut. Das Tor ist geöffnet. Wir können in die nächste Ebene des Dungeons. So. Ach so, okay. Und jetzt schleichen und dann sind wir... Wenn ich das nochmal mache, landen wir wieder hier, oder? Ja, genau. Alles klar. Mehr passiert hier nicht. Schleichen und weg. Okay. Das war jetzt weniger, als ich dachte, das passiert. Aber schräger, als ich dachte. Du wiederholst, was haben die bitte geraucht? Warum bekommen wir das nicht? Und welchen Dealer muss man dafür treffen? Ja. Ich weiß es nicht. Böse alte LP. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Es ist... Sehr, sehr wild. Hazel? Das Signal ist jetzt viel, viel besser. Viel klarer. Du musst nah sein. Pass auf die Maske auf, Hazel. Diese schrägen, maskierten Doktoren haben mit den Hexen zusammengearbeitet, um ein Monster zu erschaffen. Ich habe Angst, Hazel. Bitte rette mich. Okay. Monster. Jetzt kommt langsam Action ins Spiel. Was ist denn da dahinter? Das ist eine Tür, aber man sieht nicht, was da dahinter ist. Das ist sehr schade. Hallo. Wir machen guten Fortschritt bei unserer Forschung. Alles klar. Grüne Glibberpampe. Wenn dieses Pferd auftaucht, werden wir für es bereit sein. Es gibt keinen Weg an uns vorbei. Jetzt hoffen wir nur, dass Terry mitspielt. Wer ist Terry? Wer ist Terry? Okay, wir kommen nicht über diese Brücke. Keine Chance. Ach so, kommen wir sowieso nicht, weil da ist ein Loch. Zwei Löcher. Gut. Okay. Oh. Ein Schalter. Oh. Ein Fass. Können wir? Weg. Oh. Eine offene Tür. Ja, das ist hervorragend. Ich mag offene Türen. Das ist aber immer noch mit Dingens, ne? Okay. Sehr schön. Das wird noch Leben ist ein Wunder, denn eigentlich müsste man das Walkie Talkie auskotzen und Pferde können nicht kotzen. Das ist... Ich bin gar nicht sicher, ob das tatsächlich stimmt oder ob das so ein Mythos ist, der durch Schuh des Manito geprägt wurde. Nein, stopp. Da konnte das Pferd kotzen. Okay, doch. Ich bin wieder sicher. Pferde können nicht kotzen. So. Was passiert, wenn wir den Kopf hier reinstecken? Oh. Hallo. Wo sind wir hier? Wo sind wir hier? Hallo, hallo, hallo. Oh, oh. Pst. Hey. Hör genau zu. Wenn du hier raus willst. Siehst du den Typen da drüben? Das ist Goblin Gary. Der ist sich besonders hell im Kopf. Aber er weiß, wie man die Tür blockiert. Wenn du mir etwas zu essen bringst, dann werde ich ihn für dich ablinken. Okay. Essen. Ja, essen. Ja, essen ist immer gut. Warum dreht ihn hier da und die Kamera weg? Das ist sehr, sehr interessant. Oh, warte. Du bist... Oh. Ich wurde eingelocht für alte Leute. Ähm. Taten. Ähm. Ja. Sehr schön. Okay. Ähm. Okay. Ähm. Wie war DS2. Wie war DS2? Hast du komplett durchgespielt? Bist du komplett durch? Alter Sackrate. Ja, genau. So ist es. Alter Sackrate. Genau das. Oh, ein Riesen-Muffin. Okay, warte. Den kann ich mitnehmen. Ich kann ihn anlecken und mitnehmen. So. Sehr schön. Bist nicht fertig geworden? Ja, ist auch ein Riesenspiel, ne? Also. Puh. Ist auch ein Riesending. Muss man einfach so sagen. DS2 All-Content ist halt massiv. Ja, ist es. Ist es. Absolut. Hexer, der am selben Tag wie dein Mann Geburtstag hat und nicht mal was erwähnte. Ja, Lilith, dann herzlichen Glückwunsch auch an deinen Mann. Das ist heute dann schon die dritte Person, die Geburtstag hat. Oh mein Gott. Was ist denn heute los? 12.2. Da geht die Post ab, wie es ausschaut. Und by the way, an alle, die gerade hier rüber geschubst wurden und mich nicht kennen. Ich bin Benni. Wir machen Dinge. Im wahrsten Sinne des Wortes. Das Spiel, das wir gerade spielen. St. Hazels Hospital. Ganz kurz erklärt. Wir sind ein Pferd. Also gerade sind wir kein Pferd, weil wir irgendeine komische Halluzination und Gedankenkontrolle haben. Deswegen steckt unser Pferdekopf auf einem, ich weiß es nicht, Arzt, was auch immer. Und wir versuchen unseren besten Freund Buddy zu retten. Vielleicht auch unseren Lover Buddy. Das ist noch nicht so ganz klar. Ja. Buddy ist in einem Krankenhaus, weil er bessere Behandlung wollte. Das ist dann irgendwie schief gelaufen. Dann wollte er fliehen. Ist nicht rausgekommen. Wir sind zu seiner Rettung aufgebrochen. Und inzwischen sind wir im Dungeon des Krankenhauses und haben mit irgendeinem komischen Kult zu tun. Mit gedankenkontrollierenden Masken und Hexen. Ich sag's ja. Dinge. Dinge sind geschehen. Also. Sehr, sehr schräges Spiel. Sehr, sehr schräg. Ja. Bis auf zwei Maingame-Bosse und die Dealsees ist alles down. Ja, sehr cool. Sehr cool. Dann hast du eh einiges geschafft. Holy shit. Und Hi Snake natürlich. Ich hab zwar gelesen, was du geschrieben hast, aber ich hab nicht Hallo gesagt. Es tut mir leid. Und Hi White. Hallöchen. Bei dir das Gleiche. Oh mein Gott. Einiges in zwölf Stunden. Ja. Ja. Einiges. Die DLC sind groß. Das darf man nicht vergessen. Da durchzukommen ist gar nicht so leicht. Denk ja an das Eis-DLC. Und den Boss da drin. Also den Endboss. Und Hi Flo. Hallöchen. So. Hier bring ich jetzt mal den Muffin. Hey Gary. Da hast du eine Spinne in meiner Zelle, die schlechtes über dich erzählt. Was? Warte, wo du bist, Spinne. Niemand redet schlecht über Goblin Gary. Oh. Okay. Jetzt kommen wir hier durch. Das ist sehr gut. Wo sind wir eigentlich? Jetzt mal so... grob gesprochen. Wo sind wir jetzt auf der Map? Ich habe nicht die leisteste Ahnung. Da ist eine Tür, die zu ist. Da ist ein Schalter. Oh. Ist das da hinten? Warte. Die Kamera hat wieder weggedreht. Ist das da hinten, Terry? Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. So. Man kommt tatsächlich recht fix durch. Hast du tatsächlich gar nicht gedacht? Moment. Flo. Wo kommt man relativ fix durch? Wen meinst du als Endboss im Ice DLC? Burnt Ivory King oder Horsefuck Valley? Burnt Ivory King. Ja, genau den. Ach so, durch die DLCs. Ja, wenn man weiß, wo und wie. Ja, das... Dann kommt man überall schnell durch. Ich weiß noch, dass das damals ewig gedauert hat. Gefühlt da durchzukommen. Weil die Level auch so scheiße komplex sind. So, wir müssen irgendwas da hinbringen. Irgendwas da drauflegen. Können wir was da drauflegen? Können wir unseren... Ach komm, Kamera! Wenn wir in dieser komischen Gedankenkontroll-Dings... sind, ist das Verhalten der Kamera komplett random. Gefühlt. So, können wir dich da drauflegen? Ja, schön. Schalter-Rätsel. Nice. Okay. Ähm. Äh, ja. Sch-Schalter. Jetzt. Äh, Leute. Wer hat die Tür geöffnet? Oh nein. Oh nein. Der Grausomit Harry ist... ist los. Er sieht überhaupt nicht glücklich aus. Lauft. Was? Wie die laufen. Das ist... Ah! Das ist so schön. Oh Gott. Sag mal, Kamera... Okay. Zurück. Zurück in unsere eigentliche Form. Da funktioniert die Kamera wenigstens. Ei, 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 ei. An Error occurred. Das ist doch jetzt ein schlechter Scherz. Ich hab doch das Clip-Command eigentlich repariert. Ach Mann. Warum geht denn das immer noch nicht? Hat ein Rotz. Muss ich mir nochmal anschauen. Tut mir leid, böse Alte. So. Wer ist denn das hier eigentlich? Dann gucken wir mal... Hallo? Mhm. So. Mhm. Oh. Da kann ich nichts mit machen. Okay. Du summst einfach nur vor dich hin. Und sonst machst du nichts. Alles klar. Spiele ich ein Pferd? Ich spiele ein Pferd, ja. Ich hab aber gerade erklärt, was wir machen. Flo. Da musst du jetzt vielleicht mal kurz zurückspulen oder so. Falls das irgendwie geht. Oder kurz ins Watch schon mal gucken. Die übrigens noch aktiv sind. Ich arbeite noch am Watch-Channel. Also den Channel gibt's schon, aber er hat noch keine Inhalte. Keine öffentlichen. Oh. Ach so. Ich wollte noch gar nicht ins nächste Level. Dr. Stockholm. Kein großer Fan von Treppen, ha? Hey. Das haben wir gemeinsam. Ich hasse Treppen auch. Mein Name ist Dr. Stockholm. Übrigens. Wie heißt du? Oh, die Mucke geht ab. Nice. Du gießt genauso Treppen runter. Ja. Läuft. Okay. Me not happy. Terry mag keine Pferde. Terry isst Pferd. Als Frühstück. Mittagessen. Und Abendessen. Sieht so aus, als müssten die Vorstellungen warten. Schnell. Lauf in die Schatzkammer. Da findest du eine große und leuchtende... Nein, einen großen und leuchtenden Morgenstern. Oh. Bring ihn hierher zurück und ich kann dir helfen. Ähm. Terry. Oh Gott. Schatzkammer. Schatzkammer. Äh. Ich weiß nicht, wo die Schatzkammer ist. Kann Terry durchwinden? Ah, Terry, du bist ein fucking Cheater. Das ist jetzt... Okay. Moment. Erstmal was futtern, du hast heute noch nichts gegessen. Ja, dann wird's aber Zeit, Hexer. Lass es dir schmecken. Oh. Errungenschaft freigeschaltet. Fried horse. Frittiertes Pferd. Ja, okay. Gut. Kann man machen. Das ist wahrscheinlich nicht ganz so praktisch. Aber könnte lecker sein. Oh. 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 Wo ist denn hier die Schatzkammer? Ne, das ist Folterkammer. Oh, oh, oh. Terry, Terry, Terry. Geh weg. Warte mal. Ich glaube, ich habe da hinten einen Raum gesehen, wo wir noch gar nicht waren. Die Kamera zieht jetzt echt ein bisschen rum. Hier. Da geht's lang. Ein Hebel. Hebel sind super. Ich liebe Hebel. Oh, der Morgenstern. Alles klar. Terry. 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 Ach, deswegen war der Hebel. Damit man hier nochmal umlegen kann. Macht Sinn, ja. Ah. Dr. Stockholm. Exzellent. Ich wollte das schon immer mal machen. Bonsai. Bonsai. Wow. Das hat Spaß gemacht. Das war jetzt erstaunlich nicht hilfreich. Liegt da ein Doktor. Da liegt ein Doktor im Sarg. Oh, okay. Gut. Kann man machen. Weiß nicht, ob das so bequem ist. Verfolgt uns Terry noch? Ja, natürlich. Terry, bitte. 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 Wir müssen die letzte Tour öffnen. Oh, da ist ein Dingens für eine Fackel. Okay, wir suchen. Da ist die Fackel. Terry, geh weg. Ja. Oh. Ups. Oh, warte. Warte, 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 warte. Oh Gott. Alles nochmal. Was? Nein. Oh je. Äh, äh, äh. Wand, wand, wand. Oh. Genau das, Adel. Genau das. Terry. Please. Schalter. Morgenstern. Terry. Ah. Ich hab den Morgenstern verloren. Ich hab den... Ähm. Ah ne, er liegt da noch. Okay, gut. Dann müssen wir einmal kurz zurück. So. Obacht. Obacht, Obacht. Obacht, Obacht. Eiklam. Hallöchen. Hallöchen. Und Dankeschön. Auch schon für 31 Monate? Wow. Okay. Krass. Das ist länger als ich dachte. Neuer Name, bekanntes Gesicht. Ja, genau. Der gleiche Typ wie vorher, nur alles drumrum ist neu. Clam, ich hoffe, ich hoffe, alles super bei dir. Willkommen beim verrücktesten Pferdesimulator, den du jemals gesehen hast. Dagegen ist, äh... Wie heißen diese anderen Pferdespiele? Bibi und Tina ist Reiterhof und keine Ahnung was. Sind nichts dagegen. Aber... Boah, cool. Wir sehen das hier nochmal. Tanz high! Wow. Das hat Spaß gemacht. Dieser emotionslose Ausdruck dazu. Wow. Das war spaßig. Und die sind schon cool. Diese anderen Pferdespiele. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall, ja. Okay, Licht. Licht, Licht, Licht. Hier ist das Ding. Okay. Ich vermute mal, wir brauchen noch eins. Oh, Terry. Entschuldigung. Terry, Terry, Terry. Ich hab grad echt keine Zeit für dich, ne? Oder ist die Tür schon offen? Und ich bin einfach nur blind. Oh, die Tür ist schon offen. Ich bin blind. Schnell! Oh, ho, 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 ho. Geh, kann Terry ausgewichen? He, 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 he. Sehr schön. Wunderbar. Welche Wette hab ich verloren wegen dem Spiel? Keine. Ich wollte es spielen. Weil es so herrlich schräg ist. Ich hab das diese Woche auf Twitter gesehen. Gesehen, dass es kostenlos ist. Seit gar nicht so lang. Und, ähm, dachte mir so, geil. He, 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 he. Das muss zelebriert werden. Und ich liebe alles bisher an diesem Spiel. Außer, dass das die Kamera jetzt irgendwie so komisch hier durch die Gegend ruckelt. Lasst mich mal ganz kurz... Äh... Gehen wir mal ganz kurz hier ins Menü zurück. Und... Level Select. Ach du Scheiße! Guckt mal, es gibt noch eine komplett andere Umgebung. Es gibt noch eine Fabrik. Okay, aber wir sind fast durch den Dungeon durch. Oh, cool. Jetzt hab ich mich selbst gespoilert. Ja, nice. Aber vielleicht läuft dann die Kamera wieder besser. Ich glaube, da hat sich irgendwas festgefressen im Spiel. Nee, ruckelt genauso wie vorher. Okay. Da ist Dingens. Da ist Buddy. Leute, ich glaube, wir haben Buddy gefunden. Ähm... Okay. Ja, gut. Eine Leimfabrik? Ja, wahrscheinlich die Kleberfabrik tatsächlich. Rotwärts, danke, dass du da warst. Schönen Abend noch. Dafür ist es super gemacht. Da steckt doch mega die Arbeit drin. Ja, es hat eine Weile was gekostet. Es ist jetzt, glaube ich, erst seit ein paar Monaten kostenlos. Das gibt's aber jetzt auch schon seit 2019 auf Steam. Ich hab aber keinerlei Ahnung, wie viel es davor gekostet hat. Ich kenn's halt tatsächlich erst seit jetzt. Aber, äh, ja. Du akzeptierst alle Spiele. Hauptsache, ich öffne keine Brustkörbe mehr. Hm. Aber das war toll. Das war super. So. Buddy. Hazel. Nein. Es ist wieder eine Falle. Oh. Dämliches Pferd. Du bist wieder mal zu spät. Ich habe alles, was ich von den Hexen brauche. Äh, Hazel. Wach auf. Nimm dir seinen Walkie-Talkie weg. Brag. Entschuldigung. Oh, wow. Das kam aber sehr, ähm, sehr schwungvoll. Frieda? Exzellent. Lass das Pferd hier. Wir gehen zur Fabrik. Genieße deine Gefangenschaft, Hazel. Frieda. Ähm. Okay. Oh, hallo. Du magst Gefängnis zählen? Ich auch. Ist da vielleicht noch ein Platz für mich drin? Warte, lass mich das ganz kurz hier öffnen. Äh, komische Sache, aber ich habe gerade ein paar Goblins gesehen, die ein Pferd hier lang gefahren haben, gedrückt haben, weggebracht haben. Das sah so aus, als wären sie auf dem Weg zur Fabrik. Weißt du, um was es da ging, Hazel? Hey, warte auf mich. Okay, die Kleberfabrik. Fünf Minuten später. Errungenschaft freigeschaltet, Jailbreak. Nice. Suspicious Sam. Du bist dran, Bob. Zieh endlich eine Karte. Bilder, Bob. Schöne kleine Anspielung. Hast du vielleicht einen Zehner? Hey, was soll das? Boah, krass. Ein trojanisches Pferd. Ich wollte immer eins davon. Hä? Moment. Das ist irgendwie schräg. Hä? Wieso? Was ist schräg? An einem großen, hölzernen Pferd. Egal. Hast du ein paar Zehner? Ähm. Ein dramatischer Zoom. Weißt du was? Ich trau dem Ganzen. Okay. Warum steht hier ein trojanisches Pferd rum? Was? Warum? Das... Hä? Ich hab so viele Fragen. Ich habe so viele Fragen in meinem Kopf. Das ist förmlich nur aus mir heraus sprudelt. Und das tatsächlich wörtlich, weil ich gerade gespuckt habe. Ja. Leim wird immer noch häufig aus Knochen gekocht. Tatsächlich? Das hatten wir vorhin, ja. Das hatten wir vorhin. Ich hab das dann nur bei Gelatine gelesen. Und das wusste ich. Aber, äh, ja. Ah. Oh Gott. Da steht ein Pferd auf dem Flur. Was? Naja, wir... Wir halt. Und das hier. Interessanterweise. Ein Perft. Ja. Ich brauch noch Keg-W. Ja, das, äh... Ich weiß nicht, ob ich Keg-W brauche. Brauche ich Keg-W? Leute, gebt mir da mal Feedback. Ich persönlich bin nämlich kein großer Fan des Emotes. Wir halt. Moment. Das ist der beste Wir ever. Was ist Keg-W? Keg-W ist ein, äh... Weiß ich gar nicht. Wahrscheinlich Better Twitch-TV-Emote und so. Irgend so ein... Inzwischen verstorbene spanische, ähm... Comedian, der sich im spanischen Fernsehen irgendwann mal kaputt gelacht hat. Und das wurde halt so ein Meme. Hat gefühlt jeder... Ja, ne? Das ist halt auch so eine Sache. Ich bin halt einfach irgendwie kein großer Fan des Emotes. War ich nie. Deswegen habe ich mich bisher immer gescheut, das einzubauen. Also wenn ihr sagt, her damit, ist das gar keine Frage. Aber... Ne? Dann ist das gar kein Problem. What the fuck ist das hier für eine Fabrik? Wo ist die grüne Tür? Da. Ähm... Keycard! Oh! Ich hätte fast meine Karte verloren. Hallo? Kannst du... Karte! Karte! Können wir bitte gemeinsam hier rüber... Moment. Ah! Oh! Gefährlich. Hätte gerade gut gepasst. Ja, ein bisschen schon, ja. Dann bleiben wir bei Lull. Ja, siehste. Warum sind wir jetzt in einer Fabrik? Weil uns im Dungeon wieder eine Falle gestellt wurde. Und wir haben Buddy wieder gesehen. Aber es war halt wieder eine Falle. Und jetzt hat der Krankenhausdirektor offensichtlich alles, was er braucht und hat Buddy hier in die Kleberfabrik geschickt. Und wir sind natürlich hinterher. Erstmal fleißig aus dem Gefängnis ausgebrochen. Irgendwo Doktor Stockholm verloren. Und dann als Trojanisches Horst durch... Trojanisches Horst. Trojanisches Pferd durch die Wand gebrochen. Und was bist du? Wer bist du? Und warum bist du grün? Ich wollte gerade fragen. Du hast doch bestimmt was mit Weihnachtsmann zu tun. Und ja. Santers Werkstatt wurde aus Sicherheitsgründen erstmal geschlossen. Wir mieten jetzt diesen Platz oder diesen Raum in der Kleberfabrik. Okay. Alles klar. Und warum liegt hier eigentlich Stroh? Das ist auch eine sehr gute Frage, ja. Sehr, sehr gute Frage. Können wir... Nee, die Kaffeetaste will ich nicht. Nein? Kann ich... Hallo? Ich würde gerne diesen... Muffin! Gebt mir den Muffin! Oh. Entschuldigung. Danke. Nee, nicht den... Ich kann den Muffin nicht mitnehmen. Aber den Feuerlöscher dafür. Kann ich den hier so... Was passiert, wenn ich den Feuerlöscher in die Flammen lege? Nichts, weil ich es nicht treffe. Falls das Pferd aus Troja kommt, ist es doch ein trojanisches Pferd. Das ist erstaunlich richtig, ja. Das habe ich noch nie so betrachtet. Das Poster da. Ähm... Wie weit... Ah ja. Das Poster da oben. You can do it. Superglue. Sehr schön. Oh. Sehr gut. Und die Flammenwerfer. Wegen der Ratten. Oh, ja. Der Muffin Man. Muffin Man sagt mir nix. Tatsächlich. Sollte man das kennen? Habe ich da wieder irgendwas... verpasst? Hallo, Dr. Stockholm. Ähm. Hallo nochmal, Hazel. Ich, äh... hab mich hier vielleicht ein bisschen... selbst festgesteckt. Meinst du, du könntest hier rüberkommen und mir helfen? Ja, klar. Ähm. Muffin Man ist da Shrek. Ja, okay, gut. Shrek habe ich nie groß geguckt. Ich glaube, ich habe irgendwann mal den ersten Teil gesehen... und dann für mich entschieden... Äh, ich muss den Rest jetzt nicht unbedingt sehen. Ah! Oh Gott, die pressen ja gar nicht unbedingt nur aufs Band. Die pressen gar nicht aufs Band. Das erklärt so einiges. So, hi. Das ist ein bisschen unpraktisch, diese... Crusher... diese... diese Stampfer... äh... neben den Förderbändern zu haben. Allerdings... äh... bin ich mir eh nicht sicher, warum man Kleber zusammenstampfen sollte. Das ist... eine sehr richtige Beobachtung. So, wir haben einen Schalter. Ja, ne, 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 da. Oh, schön. Eine offene Tür. Kommen wir eigentlich von hier aus jetzt da rüber? Ne, okay. Das ist für uns... nichts. Alles klar. Wisst ihr was? Ich lasse mich mal kurz zusammenstampfen. Gibt bestimmt ein Achievement. Das hat ja super funktioniert. Ich bin voll daneben gestanden. Ah. Gab kein Achievement. War also völlig umsonst. Okay. Gut. Auch in Ordnung. Land mir Hand ist im Falle eines Pferdes wohl unglücklich formuliert. Das ist korrekt, ja. Das dachte ich mir auch. Deswegen habe ich es nicht so übersetzt. Obwohl, wir sind offensichtlich super Pferd. Wir können so viel, was andere Pferde nicht können. Von dem her können wir vielleicht sogar... Oh, da ist einer. Warte mal. Aber dich kann man wahrscheinlich... Ja, ich glaube, dich kann man... Ja. Oh Gott. Warum? Okay. Ich habe das Gefühl, das Ding wirft... Nicht unbedingt in unsere Richtung. Ah, da, 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 da. Jetzt schon. Okay, wir müssten da relativ flott dran... Oh, deswegen. Das Ding ist auf droianische Pferde eingestellt. Oder allgemein auf Pferde. Alles, was eine Pferdeform hat. Aber wir müssen da durch. Müssen wir? Da geht es auch noch lang. Moment. Moment. So. Oh. Äh, ja. Ich bin voll im Feuer gestanden. Ich bin absoluter Held. Und schon wieder voll durchs Feuer gelaufen. Oh, warte. Bäm. Okay, den Kleber habe ich jetzt völlig umsonst dabei. Oh, warte mal. Wir können Kleber auf dem Boden verschieben, Leute. Der härtet sofort aus. Und klebt nicht. Das ist der beste Kleber dieses Planeten. Das ist definitiv der beste Kleber dieses Planeten. Ey, was, was man da für eine Marketingstrategie fahren kann. Hier härtet sofort und bleibt nicht kleben. Das ist voll gut. Und das ist voll kacke. Ähm. Wir müssen irgendwie hier an dem Ding vorbei, glaube ich. Warte mal. Ja, da ist ein Schalter. Genau. Okay, warte. Oh, ja. Okay, wir sind schnell genug. Sehr gut. Oh, sehr schön. Läuft. Diese komischen Arbeiter sind... Reagieren alle ein bisschen komisch. Es ist wahrscheinlich einfach nur die Gedankenkontrolle. Ach so. Ja gut, wenn es sonst nichts ist, ne. Es ist, äh, gar kein Thema. Okay. Ja, einfach nur die Gedankenkontrolle. Es ist, äh, klar. Oh, ach so. Großartig. Jetzt, äh, zieh einfach nur am Hebel, um dieses Ding von mir los, äh, um dieses Ding von mir loszuheben. Diesen Hebel hier meinst du? Tatsächlich den. Wow! Falscher Hebel. Ähm, okay. Und los geht's. Danke, Hazel. Äh, ich bleib hier einfach noch ein bisschen liegen, ne. Äh, geh schon mal vor. Ich hol dich schon ein. Okay. Ach so. Ja, gut. Läuft. Ähm. Härtet instantan bei Sauerstoffkontakt und klebt rein gar nicht. Ja, bester Werbeslogan für Kleber ever. Er wollte uns einholen, nicht vor uns da sein, ne. Ich will nur noch mal kurz daran erinnern. Er wollte uns einholen. Hallo, Hazel. Ähm. Von hier oben kann ich ein paar Arbeiter sehen, wie sie ein Gedankenkontrollgerät diskutieren. Wow. Ich wollte schon immer so ein Ding ausprobieren. Ach so. Und das ist jetzt sämtliche Hilfe, die ich gerade von dir bekomme. Alles klar. Das ist, äh, ist logisch. Hey. Hast du von dieser neuen Gedankenkontrollentechnologie gehört? Anscheinend musst du nur deinen Kopf in diesen, in diesen Monitor halten. Ah, das Ding solltest du erstmal so einen, äh, erstmal einen Freund haben, der dieses komische Nackending um sich, äh, um seinen Nacken trägt. Nackenschelle. Dich hatten wir schon? Das ist doch Tech-Fan, Ted. Okay. Und wer bist du? Okay, Oleg. Nenn mich altmodisch, aber dieser komische Gedankenkontroll, das Gedankenkontrollzeug, das, das, äh, macht mir Angst. Das, äh, ist merkwürdig. Ich, äh, ich, äh, bevorzuge eindeutig. Hedges, Fallgruben, Löcher. Nee. Hedges. Luken. Luken. Luken, die Dinge herum teleportieren. Diese hier zum Beispiel sendet etwas nach oben. Die da? Moment. Moment. Okay, das funktioniert. Hm, warte. Haben wir irgendwas, was ich, kann ich irgendwas hier, hallo, mitnehmen? Nein? Kann ich hier rein? Oh, ja. Oh, okay, gut. Die gute Lisa. Es ist einfach. Es ist komfortabel. Die neue und verbesserte, äh, nein, der neue, neue und verbesserte Gedankenkontrolleur. Oh, ja, kaufen Sie jetzt ein limitiertes Angebot. Äh, ja, testen Sie unsere Demo. Okay, warte. Ich glaube, wir kommen hier durch. Ohne, dass alle aufgeschreckt werden. Ja, gar kein Thema. Sehr gut. Das Ding lasse ich erstmal noch liegen. Jawohl. Okay, cool. Warte mal. Dich kann ich jetzt mitnehmen, ne? Kann ich dich jetzt hier ablegen? Oh, ja. Tschüss. Ach, da oben ist er jetzt. Oh. Oh, warte. Oh, shit. Falsch. Ich brauche das Ding hier. Ähm, das Ding, Ding. Das Ding hier. Musst du dir das mal eben kurz aufziehen? Gla-glaube ich. Ähm. Oder, nee, warte. Das Ding muss ich nach oben schicken, oder? Oh, ja. Oh, für mich? Hättest du nicht tun müssen. Wie, wie passt dieses Ding? Oh, oh, ach. Mmh. Ja, plopp. Ja. Das hetzt wie ein Handschuh. Also, jetzt lass uns das mal für, ne, zum guten Zweck nutzen. Okay, cool. Das heißt, wir können jetzt Dr. Stockholm trainieren. Äh, trainieren. Ähm, kontrollieren. Was sagt ihr eigentlich zu mir als Pferd? Bitte hör auf, unsere Kunden auszunocken. Hi. Hallo, Pferd. Danke für die Hilfe vorhin. Kennen wir uns? Oh. Ja, wahrscheinlich. Ja, ja. Die war wahrscheinlich auch da im Dungeon, ne? Das würde Sinn ergeben. Alles klar. Sehr gut. Dr. Dokholm. Ja, auch das. Auch das. Äh, das sind diese komischen Dinger. Ja, und jetzt spackt die Kamera wieder rum, ne? Ah, Kamera. Warum machst du so komische Dinge? Hör auf, das... Ich mach das nicht. Was? Das ist doch ein Feature der Gedankenkontrolle, dass es so schief geht, oder? So, warte. Hä? Hä? Oh, es hat funktioniert. Okay, cool. Ähm, sehr schön. Äh, einmal ducken und... Zack. Schon sind wir eins weiter. Aber wo sind wir und was können wir hier tun? Ich komm hier nicht durch. Nicht so ein... Oh, warte mal. Oh, warte, 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 warte. Jetzt... Stopp. Ich hab was gesehen. Du kannst nämlich hier lang und diesen Schalter auch noch. Was hat der Schalter... Okay. Wow. Ähm, gut, ja, das Problem mit den Leuten da unten hat sich jetzt gerade erledigt, atomisiert, quasi. So, hier, was macht dieser Hebel? Oh, das kann ich doch zu meinem Vorteil nutzen. Das kann ich Vollgas zu meinem Vorteil nutzen. Äh, jetzt komme ich hier nicht mehr raus. Ah ja, okay. Da sind auch jede Menge Hebel. Hi. Äh. Sieht so aus, als würden die Fabrikarbeiter irgendein Passwort für die Tür nutzen. Ich habe, ich liebe ein gutes Puzzle. Äh, es muss irgendwo einen Hinweis geben. Es muss irgendwo einen Hinweis geben. Ähm, die Frage ist, wo? Okay, warte mal. Da ist noch so ein schöner Gedankenkontrollmonitor. Das ist super. Dann können wir hier mal gucken. Ähm. Warte, 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 warte. Hi. Ich wusste, dass das funktioniert. Ah, da ist unser Hinweis. Ja, das ist einfach. Äh, das ist tatsächlich sehr einfach. Grün, rot, grün, rot, rot. Ähm. Buchstaben-Nudeln. Oh, nice. So. Ähm. Lassen wir. Danke. Shit. Warum macht denn die Kamera so komische Sachen? Hör auf damit. So. Grün. Und. Hä? Nochmal grün. Okay, Tür offen. Äh, dann dieser Hebel. Okay. Passt. Sehr schön. Dann sind wir hier auch durch. Oh. Ja. Wow. Ich bin nicht sicher, wie ich hierher gekommen bin. Hey. Schau dir das mal an. Ähm. Oh, okay. Sind diese Kisten voller Halluzinogenen-Kleber? Es ist ein gutes, äh, es ist super, dass niemand von uns eine Drogen, äh, eine, äh, ja. Eine Drogenabhängigkeit entwickelt hat. Richtig, Hazel? Hazel? Leute. Wir haben tatsächlich ein Drogenabhängiges Pferd. Ich glaube, den besseren Beweis als das gerade kriegen wir dafür nicht. Wir haben tatsächlich ein Drogenabhängiges Pferd hier. Ähm, ja. Äh, gut. Es waren also doch nicht nur die Spieleentwickler. So, was haben wir hier? Eine Banane. Das ist gut. Ich nehme mich mal mit. Bananen sind immer gut. Außer im echten Leben. Oder ansonsten. Oh, 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 oh. Okay. Warte, an dich kann ich mich aber, äh, an dich kann ich mich aber anschleichen. Ähm. Sag ich doch. Gut, das macht's leichter. Hallo, wer bist du? Ha. Ich bin wirklich schlau. Siehst du diese Luke? Wenn ich nicht will, äh, nein, wenn ich Dinge nicht nach oben schleppen will, dann werfe ich sie einfach hier rein. Okay, Teleport-Luke, alles klar. Verstanden, verstanden. Und dann nehmen wir dich schon mal mit. Da oben war eine Quest, wenn ich das richtig gesehen hab. Was? Der drückt den Schalter nicht runter. Was ist denn das jetzt? Oh, das ist jetzt doof. Warte, haben wir was anderes? Was schweres, was wir da hinstellen können? Hm. Mag ich keine Bananen? Nee. Bananentrauma. Als Kind. Meine Mom ist schuld. So. Du hast wieder Wurschtfinger. Das ist in Ordnung. Das ist in Ordnung. Oh, ich glaube, ich muss gleich mal niesen. Nase. Bitte. Okay. Doch nicht. Passt. So. Oh, verdammt. Ich hab meine, äh, Berechtigungskarte schon wieder vergessen. Ich glaube, sie ist, sie ist in diesen, äh, nein. Ich glaube, die Ersatzkarte ist in diesem Büro. Wenn ich nur reinkommen würde. Hm. Okay, Clara. Alles klar. Warte. Ähm. Nachdem wir hier halbwegs durch die Gegend kommen. Und Dinge tun können. Wie zum Beispiel diese Kiste hier mitnehmen. Und sie wahrscheinlich hier ablegen. Ablegen, hab ich gesagt. Nicht da. Okay. Dann müssen wir diesen Hebel umlegen. Ja, was passiert jetzt? Es fällt da rein. Es kommt da raus. Es fällt da rein. Und jetzt ist die Kiste genau. Ach so, jetzt ist es. Moment, ist wieder hier gelandet, oder? Scheiße. Das, okay. Verstanden, wie das läuft. Äh. Nee. Jetzt. Ähm. Nein. Oh, shit. Okay. Ich brauch die Kiste. Moment. Mitkommen. Bieren legen. Funktioniert das? Ja. Jetzt nur nicht dagegen laufen. Die Karte holen. Oh, Toiletten-Schimbo. Hi. Warte. Hey, Horst-Typ. Schön, dich wiederzusehen. Wenn du mir eine von diesen, diesen... Kleber... Äh... Dingern, äh... Kleberkisten... ...geben... ...oder bringen konntest, dann... ...weißt du? Dann hab ich den guten Stoff für dich. Ja. 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 Unbedingt. So. Oh. Entschuldigung. Es tut mir leid, Jimbo. Wir nehmen trotzdem erstmal kurz das Ding mit. Und dann bringen wir dir so eine... ...so eine Kleberkiste. Ähm. Okay. Warte. Warte, 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 warte. Ach so. Ja, verstanden. Das muss jetzt... ...hier... ...drauf. Ja. Okay. Die Karte ist hier. Dann schicken wir eine... ...Kiste runter. Ähm. Für Jimbo. Und gucken, was der für guten Stoff hat. Das müsste ja eine von denen hier sein, ne? Ja, gut. Das hat ja super funktioniert. So, warte. Okay. Liegt. Zack. Und... ...hier, bitte. Das ist nicht das, was du willst. Ja, okay. Ich merk schon. Das wär zu einfach gewesen. Verstanden. Alles klar. Dann, äh... Zurück zu... ...unserem Helden hier. Ne? Jetzt einmal anschlecken. Mitnehmen. Bier bringen. Ach so. Muss ich dir gar nicht bringen. Ich muss einfach nur hier durchlaufen. Alles klar. So. Oh. Oh. Ach, das ist eine Kleberkiste. Okay. Ähm. Okay. Ich hab noch keine Ahnung, was hier was macht. Okay. Oh Gott. Das wird furchtbar. Ich muss die Dinger hier nacheinander bedienen, glaub ich. Ich muss die Dinger definitiv nacheinander bedienen. Was haben wir hier? Ich hab nicht die kleinste Ahnung, wo die Dinger wieder rauskommen, ne? Okay. Schön. Dover. Hallöchen. Hallöchen, Hallöchen. Dankeschön für den Raid. Was gab's bei dir? Was habt ihr gemacht? Jetzt hab ich nicht aufgepasst, wo meine Kiste hin ist. Wo ist meine Kiste hin? Kiste? Hallo? Wisst ihr was? Ich starte mal eben. Ne, warte. Ne, jetzt neu starten wir tatsächlich doof. Äh. Nach dieser Stage, äh. Verschwindet. Ähm. Dingens. Äh. Mach ich Dings. Ich starte mal ganz kurz das Spiel neu. Kein Alert? Doch. Gaben Alert. Aber es gibt keine Sounds mehr. Es gibt keine Sounds mehr. Ausgründen. Ähm. Wir haben da einen Glide gezockt? Nice. Zweiten Teil wahrscheinlich, oder? Ja, steht da. Steht da, steht da. Noch alles werde ich machen bis Freitag. Horizon, ne? Oh ja. Oh ja. Oh Gott, ja. Ich hab so Bock auf das Spiel, ne? Ich hab so Bock auf Horizon. Das ist, das ist, das ist nicht normal. So. Ähm. Was tue ich jetzt eigentlich gerade? Ach ja. Du hast zwei Wochen Urlaub für Elden Ring on Horizon. Nice. Sehr cool. Warte. Warte, 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 warte. Äh. Meine Knöpfe funktionieren nicht mehr so, wie sie wollen. Ich glaub, das Spiel hängt gerade in irgendeiner dämlichen Schleife drin. Die irgendwas kaputt macht. Oh, verstanden. Okay, jetzt hab ich's kapiert. Wie's laufen muss. So. Nein. Und weil die Kamera da... Okay. Leute. Nee. Ich beende mal ganz, ganz kurz das Spiel. Und starte nochmal neu. Ich glaube, da hat sich irgendwas gefressen. Die Controls sind sowas von kaputt gerade. Hä, 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 hä. Ähm. Adel, dankeschön. Dankeschön. Äh, nein. Nein. Auf keinen Fall. Level Select, bitte. So. 23. Da sind wir. So. Ja, ja, das funktioniert jetzt schon. Ich soll ja mit dem Controller spielen. Würde ich gerne. Hat nur nicht funktioniert. Es ist nicht so, als hätte ich das nicht ausprobiert. So. Okay. Das läuft jetzt schon besser als vorher. Das, äh. Es ist definitiv nicht so, als hätte ich nicht vorhin den Controller ausprobiert. Der wollte aber schlichtweg nicht. Gut. Ähm. Wo ist unser Freund? Hier. Genau. Ich weiß schon, was du machen musst. So, die Kiste. Hier hin. Ähm. Diesen Hebel hier ziehen. Dann muss ich zurück. Ach so, ja gut. So geht's natürlich auch. So. Okay. Wunderbar. Okay. Entschuldigung. Stopp. Aus. Okay. Karte mitnehmen. Spiel so. Ja, spiel am besten mit Controller. Auch spiel so. Ja, Controller geht nicht. Pech. Ja. Es ist tatsächlich so. Ich kann doch mal probieren. Jetzt, wo ich's neu gestartet hab. Ich drücke alles auf diesen Controller. Und abgesehen. Willst du mich jetzt verarschen? Ja, gut. Okay, cool. Es spielt sich einfach instant deutlich, deutlich besser. Was? Ähm. Wie funktioniert denn das jetzt hier? Ah, okay. Das ist ducken. Das ist ducken. Das ist viren. Das ist stampfen. Okay. Und das ist schlecken. Okay. Trollspiel. Total, ey. WTF. So, würdest du die Karte jetzt bitte da oben drauf... Ja? Nein? Also, ja. Ähm. Perfekt. Ja gut, dann spielen wir jetzt die letzten paar Kapitel. Tatsächlich mit... Ähm. Mit Controller. Das ist auch in Ordnung. So. Äh. Oh, okay. Passt. Du war unser Held. Total, ja. Aber warum ging das vorhin nicht? Das... Ich... 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 Ich versteh's nicht. Aber das Spiel ist halt einfach schräg. Ne? Also, es ist einfach komplett schräg. Ja. Das war zu spät. Okay. 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 Das sollte passen. Oh, ja. Danke, Mann. Oh, es geht auch nichts über ein bisschen Pferdekleber. Na, nicht... No offense, aber... Ja. Jetzt, wo du da bist, hast du einfach Respekt. Ja, schau so aus. War scheiße, was stand da... Oh Gott, Frieda. Was stand da jetzt gerade? Oh, Buddy. Du bist mein Lieblingspferd. Ich... So... Hungrig. Ich bin so hungrig. Mach dir keine Sorgen, Buddy. Ich bring dir was zu essen. Schau, da ist ein Apfel. Direkt da. Warte hier, Buddy. Das ist eine Luftlinie von einem halben Meter vielleicht. Hm, ich liebe Äpfel. Hä? Was ist dieser Sound? Was passiert hier? Dieses Geräusch. Oh. Was? Warum? Äpfel, wo Freude? Äpfel. Buddy, ich hab den Apfel für dich. Ich brauch keine Äpfel mehr. Nicht, wenn Hazel hier ist. Hazel, du bist der einzige Freund, den ich brauche. Erotische Beziehung. Jetzt 100%. Wir haben ein drogenabhängiges Pferd, das sein Lover retten will. Gut. Schön. Ja. Bam. Buddy. Ich. Aber. Was? Was? Okay. Die Kleberfabrik. Heute. Läuft. Oh. Du hast noch nie so was Schönes wie Dying Light 2 gespielt. Die 3090 kommt ins Schwitzen. Äh, was? 4K? Das Spiel hat einfach alles auf Raytracing. Ja, da kommt halt auch eine 3090 ins Schwitzen. Ja, das wundert mich halt gar nicht. Das wundert mich halt gar nicht. Aber echt, sieht das so gut aus? Also, ich habe Dying Light 2 jetzt ein paar Mal gesehen und das sah sehr, sehr, sehr solide aus. Aber ich hätte es nie gesagt so, wow, krass, absolut mega. Drogenabhängiges Pferd, das sein Lover retten will. Hotline Miami intensifies. Ja. Hey du. Wo ist dein, äh, dein, dein Helm? Hier. Warum nimmst du nicht meinen zweiten Helm? Das ist kein Helm, das ist eine Mütze. Sieht großartig aus, Mann. Also, wenn du jetzt nichts dagegen hast, ich mach mal ein bisschen wichtige Arbeit. Okay. Bye. Der hat einen Muffin. Der hat schon wieder einen Muffin. Ey, ich will dir den Muffin klauen. So. Was ist jetzt? Mein Muffin. Edge. Warte mal, läuft der hinter dem Muffin her? Nee, schade. Wenn man es auf Max spielt und nur am PC. PS5 hat keine Global Illumination Ray Tracing. Das macht so extrem viel aus. Ja, das, das glaube ich. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ich es auch schon auf 4K gesehen habe. Aber es hat trotzdem nicht, noch nicht den Eindruck erweckt, wo ich gesagt habe, so, boah, krass. Aber, ja, okay. Es überrascht mich jetzt einfach nur. Wenn ich ehrlich bin. Aber nice. Ah, er pennt. Ah, ja, die Arbeit ist wahnsinnig gut voran. Das ist, ich habe überhaupt nicht geschlafen. Nein, nein. Auf gar keinen Fall. Ich glaube, wir haben den Weihnachtsmann gefunden. Wir haben den Weihnachtsmann gefunden. Du da. Hast du Teddy gesehen? Oh, dieser Faule. Wir haben immer noch eine Lieferung vor uns. Wir sind auch, wir haben auch keine Holzplanken mehr. Du musst ein paar Kisten durch diese Maschine, äh, ja, durch diese Maschine. In diese Maschine werfen, damit wir ein paar Holzplanken machen können. Okay. Center. High Failure. Wie läuft's? Hervorragend. Alle Patienten geheilt. Wir haben Weltfrieden geschaffen. Wir haben Vietnam gewonnen. Wir waren auf dem Mond. Und, äh, wir haben die Liebe unseres Lebens gefunden. Alles in den letzten drei Stunden. Gut, ähm, hallo Center. Ja, ja, okay. Du sagst einfach nochmal das Gleiche. Äh, läuft. Sehr schön. Ach so, und wir haben Gedankenkontrolle patentiert. Und, ähm, versklaven jetzt quasi Doktoren und Koblenz damit. Oder was heißt versklaven? Ach ja, und wir sind drogenabhängig. Und, ja. Ja. Ganz normaler Samstagabend. Ja, ja, ist so. Ganz normaler Samstagabend. So, das hier ist Dr. Stockholm. Unser Gedankenkontrollierter. What the fuck? Das ist eine riesig fette Frieda-Statue mit einem abgeschlagenen Pferdekopf. Und wir besiegen das größte Übel dieses Planeten. Frieda. Kann das Pferd auch Kaffee kochen? Nein, aber es kann Kaffee klauen. Das ist viel besser als Kochen, weil man hat weniger Aufwand. Oh, schön. So, hi. Wer bist du? Nichts von all dem wirkt besonders sicher, ne? Andererseits. Du hast einen Helm auf. Was soll schon passieren? Das ist wahrscheinlich normal. Das ist wahrscheinlich alles gut. Okay. Äh, was macht der Hebel? Ah, okay, warte. Kisten. Kisten starten. Da drüben. Nee, Kisten starten hier. Oh, verstehe. Okay, wir müssen dich... Okay, warte. Wir müssen die Kisten hier drauflegen. Ach, das war das da hinten. Wir müssen die Kiste hier drauflegen. Dann musst du da oben durch. Dann können wir Dinge tun. Oh, hier. Okay, nein. Doof ist nur, dass ich jetzt was kaputt gemacht habe, ne? Das hätte ich vielleicht nicht tun sollen. Vielleicht hätte ich die Kisten einfach mitnehmen sollen. Scheiße. Warte. Haben wir noch andere? Oh, wir haben noch... Nee, das ist ein Tisch. Außerdem könnte man doch rein theoretisch auch Planken machen, oder? Da ist ein bisschen... Da sind doch auch noch... Das ist schon wieder so ein Spielzeugauto. Ach, diese Kisten hier. Hallo? Nee, das will ich jetzt nicht. Wo läuft denn das denn, das Zeug? Okay. Jetzt bin ich verwirrt, welche Kisten wir meinen. Lass uns und wenn Ihre Gedanken Ihnen sagen, dass Sie das wollen, machen Sie das quasi freiwillig. Wie es dazu kam, ist ja egal. Ja, du hast das Prinzip verstanden. Ah. Okay. Das war jetzt doch irgendwie erstaunlich einfach. So. Holen wir uns mal vier Kisten. Schleck. Rauf da. Kopf hier rein. Und. Okay. Ich dachte schon, das wäre schiefgegangen. So. Reicht das an Planken? Sag mal, Kamera. Das ist eine Planke. Ich bin nicht sicher, ob das genug Holzplanken sind. Schleck. Ah, gute Arbeit. Aber es gibt noch mehr zu tun. Diesmal musst du, äh, was? Diesmal musst du die Planke durch die Maschine laufen lassen. Das ist der letzte Schritt. Versprochen. Okay. Ähm. Ah ja, nee, Planke ist hier. Passt. Ich mach mal, weil ich glaube, das Feuer geht hier komplett über das Band drüber. Ähm. Hallo. Ah ja. Nicht mehr bewegen. Weil sonst zickt die Kamera wieder rum. Das ist ein trojanisches Pferd geworden. Finde ich gut. Finde ich sehr gut. Das ist offensichtlich das Motto, dieses ganzen Levels hier. Exzellent. Das, äh, ist perfekt. Ich schick das direkt los. Hier. Deine, äh, deine, 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 shit. Deine Schicht ist, äh, vorbei. Oh. Wie großzügig, Center. Du lässt mich tatsächlich hier raus. Ich bin begeistert. Ah. Hi. Hi. Okay. Es, es wirkt so, als wären wir jetzt hier Arbeiter geworden. Oder Mitarbeiter geworden. Irgendwie. Ich wollte schon immer einer von, äh, einer der Helfer des Weihnachtsmanns sein. Hey, schau mal. Das ist wieder eine, die, eine dieser riesigen Maschinen. Ich hab so das Gefühl, dass wir da jetzt nicht nur Holzkisten durch schubsen. Wenn der, eine Typ da so nahe steht, ne. Das, äh, sieht gefährlich aus. Ich, äh, ich, ich höre nicht auf, sie aufzustapeln, äh, sie zu stapeln. Aber, wir, wir, es werden einfach nicht weniger Kisten. Okay. Da komm ich durch, oder? Jo. Oh. Frieda. Okay. Ich sehe, du hast es geschafft. Dem Gefängnis zu entkommen, Hazel. Es ist egal. Du kannst meine Liebe für Buddy nicht aufhalten. Du wirst es bald verstehen. He, 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 he. Frieda, ne? Das ist, äh, ja, dies Welt. Hi, dich kennen wir auch. Dich haben wir auch schon ein paar Mal gesehen. Der aufgeregte Advant. Weißt du, was wirklich aufregend wäre? Ein bisschen Plastik-Sprengstoff. Was? Wenn du was davon findest, können wir diese Tür sprengen. Klingt das nicht wie eine Menge Spaß? Mich wundert einfach gar nichts mehr, ne? Plastik-Sprengstoff. Klar. Klar. Logisch. Hi. Und was hast du so für spannende Ideen? Ich liebe es, auf Zeug zu stehen, aber diese Druckplatte will einfach nicht nachgeben. Wenn sie doch nur aus Metall gemacht wäre. Nein, wenn du doch nur aus Metall gemacht wärst. Okay. Ich bin einfach ein wertloser Arbeiter. Du willst aus... Was? Wie? Okay, warte. So. Was sagst du jetzt? Nichts Neues. Und das... Die Druckplatte hat jetzt auch nichts geändert, oder? Oh. Ja, ich würde mal sagen, da ist ein bisschen Stau. Okay, der eine will C4, mehr oder weniger. Und sie will aus Metall sein. Was ist dein WGR? Diese Gehwege sind so unsicher. Dieser hier ist sogar vor meinen eigenen Augen zusammengebrochen. Ich habe gehört, sie wollen das mit einer Holzbrücke reparieren. Wollen wir das? Aber wie? Oh, warte. Ja, warte, warte, warte. Wir haben ja... Wir haben ja noch... Dr. Stockholm. Hallo. Erstmal in die Cafeteria schauen. Warum wackelt dieser Tisch? Hör auf zu wackeln. Ähm. Okay. Hier ist, glaube ich, nichts, was ich brauche. Muffin. 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 So, mein Muffin. Ich weiß nicht, was ich mit dem Muffins machen kann. Oh. Oh. Wir haben wieder einen Morgenstern. Das finde ich gut. Kann ich dich da durchwerfen? Warte. Okay, die Maschine ist... Oh. Wir haben gerade ein Gewicht von einer Tonne. Hier produziert. Das ist gut. Glaube ich. Du da. Äh. Horskopf-Typ. Wird Zeit, dass du auftauchst. Ich habe keine Materialien mehr, die ich hier in diese Maschine stopfen kann. Komm. Such ein bisschen Zeug und schmeiß es für mich da rein. Ich brauche was aus Holz, aus Plastik und aus Metall. Alles passt da rein. Ich werde nicht genug bezahlt. Weil, dass wir... Damit ich mir das Sorgen drum machen würde. Okay, gut. Metall haben wir. Plastik. Äh. Plastik. Das sieht nach Plastik aus. Also im Normalfall sind diese Schilder aus Plastik. Ja, sieht gut aus. Wo auch immer jetzt das Gewicht hin ist. Und... Wo ist denn der Muffin? Wo habe ich denn den Muffin gelassen? Da ist er. Ich würde gerne den Muffin da durchschmeißen. Ich will wissen, was passiert. Das gilt jetzt nicht als Holz, aber ich will sehen, was passiert. Nichts. Er ist einfach weg. Gut. Okay. Dann ist das jetzt so. Holz war das nächste. Du bist doch aus Holz, oder? Ja. Ja. Ja, das sieht gut aus. Okay. Also. Gehen wir aus dem Weg. Oh, warte. Nee. Wo war der Sprengstofftyp? Wo? Ah. Das war einfach. Yeah. Schau dir dieses großartige Loch an. Großartige Arbeit. Mitarbeiterkollege. Nice. Okay. Ähm. Für dich haben wir das. Boah. Ich kann nicht glauben, wie stark du bist. Ich sollte definitiv ins Gym laufen. Oder ins Gym gehen. Okay. Und, äh. Für dich haben wir den Dingens. Hey. Was tust du da? Du kannst nicht einfach irgendeine reguläre Holzplanke für dir als Brücke nehmen. Das ist, das ist doch irgendeine. Was auch immer das jetzt für eine Abkürzung ist. Das ist doch irgendein Verstoß gegen Osher. Ja, egal. Mir egal. Mach du mal. Gut. Was? Massenerhaltung für ein Arsch? Wirf Physikstudium aus dem Fenster. Ja, wer braucht schon Physik? Wenn ein Pferd ist. Oh, warte. Okay. So läuft das. Verstanden. Ich find's immer noch schön, wie die Musik ruhiger wird. Wenn man hier gerade am Schleichen ist. Find ich einen sehr, sehr schönen Effekt. So, bevor du den anderen entdeckst. Bam. Gut. Dann haben wir hier hinten noch jemanden. Und da ist ein Schalter. Schalter sind immer gut. Ähm. Ich würde gerne mit dir reden. Schnüffel, Schnüffel. Es gibt doch nichts besseres als den Geruch von Kleber und Kaffee am Morgen. Also bei Kaffee, okay. Da bin ich dabei. Bei Kleber? Weiß ich nicht. Okay. Ja, ja, ja. Das heißt, wir müssen jetzt drei Schalter finden, um die letzten drei Türen hier zu öffnen. Alles klar. Occupational Safety and Health Administration. Ah, okay. Danke fürs Nachschauen. Oder Wissen sogar. Nice. Oh, scheiß, quasi Arbeitsschutz in den USA. Ja, sowas dachte ich mir jetzt. Sowas dachte ich mir schon. Aber. Also, gekannt habe ich es trotzdem nicht. Ah. Oh. Warte. Aus. Hör auf mir weh zu tun. Nein. Wann unterlasse das? So, komme ich hier auch vorbei, ohne die Kiste jetzt da wegzuschubsen. Ja. Ah. So. Okay. Sehr schön. Schalter ist gedrückt. Läuft. Warum mache ich die Schalter eigentlich gerade in ungekehrter Reihenfolge? Ich weiß es nicht. Hi. Wer bist du? Das ist... Das ist... Das ist... Das ist... Das ist... Das ist... Das funktioniert nicht richtig. Das ist... Er sollte eigentlich nur auf Pferde schießen. Das tut er tatsächlich. Ziemlich gut. Leider. Ah. Hier. Okay. Und das letzte Loch hier. Wo ist unser Schalter? Oh. Dich habe ich übersehen. Das ist ein super Beamer. Der ist richtig gut. Der bringt's voll. Okay. Letzter Schalter. Weg damit. Kann wir eigentlich hier duschen? Ne. Können wir nicht starten. Schade. Ich glaube, wir haben es echt verpasst, im ersten Level zu duschen. Ist ja schade. Aber wie gesagt. Egal. Dann stinken wir halt. Es gibt Tragischeres. Äh. Wo sind jetzt... Wo... Wo muss ich hin? Hier? Ah. Da. Ja, wunderbar. Nächstes Level. Diese Maschine macht so Spaß, Hazel. Hey. Ich hatte gerade eine großartige Idee. Ich... Frage mich, was passiert, wenn... Ich... Kawabanga! Das war Spaß. Was haben wir denn hier? Einen kleinen Doktor. Meine Kinder werden das lieben. Du kommst mit mir mit. Hurra. Neue Abenteuer. Bye, Hazel. Tschüss, Doktor Stockholm. Okay. Gut. Kann man machen. Muss man nicht. Oh. Ganz ehrlich. Ich frage mich, wie oft wir uns schon die Knochen gebrochen haben. Bei dem, wie wir hier durch die Gegend geschleudert und... Geschleudert werden und durch die Gegend fliegen. Das sieht so ein bisschen aus wie Chefetage, oder? Passlich haben wir auch eine ganz andere Musik. Das ist... Da vorne ist wieder... Ne. Da vorne ist tatsächlich nicht Buddy. Was ist denn das? Okay. Oh. Ich lasse das Hirn jetzt mal einfach so auf uns wirken, ne? Und lasse das großteils unkommentiert. Vor allem, weil sie es über ihren Haaren trägt. Ja, egal. Hallo, Hazel. Ich bin so froh, dass du uns besuchen kommst. Dass du es geschafft hast. So rum. Du hast so hart daran gearbeitet, uns einzuholen. Aber leider bist du ein bisschen zu spät dran. Scheiße, wie übersetzt man Humiliations? Deine Vorwürfe, Beleidigungen, Bevormundungen, was weiß ich. Erniedrigung. Erniedrigung. Ja, dankeschön. Das ist eine gute Übersetzung. Deine Erniedrigungen werden nicht mehr funktionieren, Hänsel. Ich bin sicher gegangen, dass Buddy mich für immer lieben wird. Schau selbst. Komm raus. B-A-D-D-I. Nein, das war komplett falsch. Ich weiß nicht, was ich gerade gesagt habe. Egal, Buddy. Och, das ist aber irgendwie niedlich, dass das Hirn da oben drin ist in Herzform. Oh. Aber, das sieht ein bisschen nach Endboss aus. H-H-Hazel. Oh, Buddy, ich liebe dich. Jetzt zerstöre deinen besten Freund. Ähm, Hazel. Die Säulen. Gah. Muss Hazel zerstören. Oh, fuck. Wie es läuft. Ah. Wow. Okay. Verstanden. Ich mach die kaputt. Ich muss Buddy dazu bringen, die kaputt zu machen. Boah, Buddy. Du dummes H- Du dummes Pferd. Mach das doch nicht. Ähm, Turrets. Attacke. Ähm. Okay, ich kann dich offensichtlich nicht kaputt machen. Hazel ist immer noch... Äh, nee. Oh, doch, ich kann sie kaputt machen. Alles klar. Wahrscheinlich hab ich jetzt so lang Zeit, bis beide kaputt sind, oder? Jo. Okay. Okay. Los, Buddy. Hol ihn dir. Hazel. Töten. Ja, warte. 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 Ah! What the fuck? Okay, komm her. Perfekt. Nein, Buddy, hör auf. Egal. Schluss damit. Turrets. Los geht's. 2, 3, alles klar. Gut, ich heile mich nochmal kurz. Das kriegt man auch noch hin, oder? Jo. Gar kein Problem. Auch wie angenehm auf einmal die Kamera ist, nachdem es jetzt mit Controller funktioniert. So. Buddy, erledige ihn. Das war einfach. Hazel? Hazel, wache, wache auf. Hazel, es ist so großartig. Ich hab mich so krank gefühlt, aber jetzt fühle ich mich in meinem neuen Körper. Super, ich fühle mich großartig. Alles dank dir, Hazel. Nein. Nicht schon wieder. Oh, hi, Frieda. Danke fürs Helfen. Danke fürs Helfen. Nee, nee. Danke dafür, dass du Hazel geholfen hast, mir diesen neuen Körper zu geben. Ich verstehe nicht. Warum akzeptierst du meine Liebe nicht, Buddy? Wovon redest du, Frieda? Hast du nicht geholfen, mir diesen neuen Körper zu machen? Na ja, schon. Aber all diese Zeit, du hast immer nur versucht, mir zu helfen. Richtig? Ja, das ist richtig. Du brauchst dir keine Sorgen machen. Ähm, und dich, äh, selbst, äh, nein. Dich zu beweisen, Frieda. Also, meinst du? Das ist richtig. Du wirst immer mein zweitbester Freund bleiben. Ah. Komm schon. Gehen wir nach Hause und essen ein paar Äpfel. Okay. Errungenschaft freigeschaltet. No more glue. Nice. Okay, cool. So, Leute. Da sind wir die Leute, die für diesen Drogentrip verantwortlich sind. Aber schönes Spiel. Tatsächlich. Ein bisschen buggy. Ein bisschen buggy, muss ich zugeben. Ähm, aber eigentlich eine ganz nette Geschichte. Also, jetzt nicht wahnsinnig komplex, aber eigentlich so eine, so eine kleine, nette, süße Geschichte. Schön. Ist ein super humaner Bosskampf. Ja, total. Total. Das war jetzt echt nicht schwer. Nice. Und Dankeschön. Published by. Die haben tatsächlich einen Publisher für dieses Spiel gefunden, ne? Auch wenn mir der nichts sagt. Aber sie hatten einen Publisher für das Spiel. Das ist nicht self-published. Das ist schon auch irgendwie... ...an sich ein Achievement. Ah, jetzt geht der Controller auch hier. So, wie viele Level waren das jetzt eigentlich? 25? 27 Level. Okay. Wow. Tatsächlich gar nicht mal so wenig. Holy shit. Aber hat Spaß gemacht. Ist, äh... Hat tatsächlich Spaß gemacht, das Spiel. Oh mein Gott. Was für ein schräges Ding. Ich lasse das Pferdchen hier, glaube ich, noch ein bisschen. Ich geh mal in Intermission und, äh... Mach mal hier Sound aus. Und mach mal so... Allein einfach... Allein dieser Blick hier. Der ist halt wirklich großartig. Ich hab's irgendwann schon mal gesagt. Alles mit, äh... Ich kenn nur den englischen Begriff Googly Eyes. Wahrscheinlich sowas wie Kulleraugen. Alles mit Kulleraugen ist großartig. Kulleraugen machen alles besser. Und das hier ist die extremen Form von Kulleraugen. So. Wie viele Achievements haben wir denn? 7 von 10. Okay. Das ist, äh... Das waren nicht alle. Offensichtlich. Was fehlt uns noch? Was haben wir hier? Okay. Zwei Doktoren mit, äh... Einer Falle. Ähm... Ausschalten. Das haben wir tatsächlich nicht. Ja. Quasi eine Banane. Hm. Äh... Okay. Attack of Doctor... Äh... Doctor on an Adventure. Keine Ahnung. Was das genau sein soll. Das erklärt sich mir jetzt nicht. Oh. Und wir hätten noch einen... Gegner durch eine Falltür... Jagen können. Okay. Schön. Ja. Und ich klinge erstaunt. Bei dem Meisterwerk hätten selbst die großen Publisher Schlange gestanden. Ja. 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 Definitiv. Ja. Du wolltest dir mal eine Packung Kulleraugen kaufen und bekaufen und dann auf ein paar Sachen kleben. Zählt das dann nicht auch so ein bisschen als... Also ich weiß es nicht, aber... Ist das nicht... Ist das nicht quasi Sachbeschädigung? Also... Sei vorsichtig, wenn... Falls du sowas machst, ne? Es könnte nach hinten losgehen. Möglicherweise. Oder jemand hat tatsächlich viel Humor. So. So. Genau. Hier, Leute. Seit 8. September 2021 ist das Free-to-Play. Keine Ahnung, wie gesagt, wie viel es davor gekostet hat. Und... Camera Skipping Bug fixed. Ja, das habe ich nicht gemerkt. Schön. And Control is not always working. Ah, okay. Ich hätte den Big Picture Mode nutzen können in Steam. Dann hätte das besser funktioniert. Also es wurde nicht besonders gut gepflegt, das Spiel. Das muss man raussagen. Irgendwann 2019 kam es raus. Dann wurde offensichtlich ein klein bisschen was gefixt. Und das war es dann auch schon. Aber falls ihr das, ne? Selber mal spielen wollt. Ist kostenlos. Gibt es auf Steam. Kann man sich da... Einfach runterladen tatsächlich. Weil... Kostet nichts. Sachbeschädigung, das ist Sachverbesserung. Da bin ich durchaus bei dir, was das angeht. Aber möglicherweise ist das Gesetz nicht ganz meiner Meinung. Oder unserer Meinung in dem Fall sogar. Du wolltest dir mal riesen Kohleaugen an die Waschmaschine kleben. Ja. Ja, das... Das finde ich gut. Das finde ich super. Oh, schön. Schönes Spiel. Sehr schönes Spiel. Hat mir gefallen. Hat mir tatsächlich sehr gut gefallen. Schleudergang, go brr. Ja, absolut, ne? Absolut. Gut. Ja, wunderbar, ey. Gut. Ja. Leute, es ist 20 vor 12. Könnt ihr noch? Könnt ihr noch? Wichtige Frage. Weil möglicherweise habe ich noch ein Spiel. Das ist allerdings nicht mehr ganz so wild wie das hier. Ich wechsle mal ganz kurz auf. Just chatting. So. Ja, passt schon. Du kannst immer. Nice. Souls auch. Wunder, wunderbar. Ich habe da nämlich, äh, ich bin gerade noch unentschieden. Ich bin tatsächlich gerade noch unentschieden. Also ich habe da zwei Spiele. Das eine wird wahrscheinlich ein bisschen länger dauern. Das andere geht in Richtung Rage Game. Aber auch nur in die Richtung. Ich glaube, es ist inzwischen ziemlich fair geworden. Ahem. Hm. Ich bin unentschieden tatsächlich. Ich glaube, ich lasse euch entscheiden. So. Ich glaube, ich lasse einfach euch entscheiden. Ich zeige euch jetzt mal kurz zwei Trailer. Und dann schauen wir mal, was, was wir davon vielleicht spielen wollen, ne? Machen wir es einfach mal so. So. Einmal diesen Trailer hier. Zack. Ähm. Wunderbar. Äh, genau. Zum Trailer zeigen. Machen wir mal kurz diesen hier. Machen die Musik hier aus. Machen hier wieder den Ton an. Oh Gott, oh Gott, ey. So viele Dinger. Das eine ist, äh, jetzt habe ich gerade den Namen vergessen. Laut. What? Das ist das, was in Richtung Rage Game geht. Quasi ein sehr, sehr schönes, kniffliges Jump'n'Run. Plattformer, was auch immer. Plattformer, was auch immer. Ihr kennt meine Erfahrung mit Celeste, ne? Ich und Plattformer. Immer ein bisschen schwierig. Immer ein bisschen schwierig, tatsächlich. So, das hier wäre jetzt Kandidat Nummer eins. Ähm. Stopp. Aus. Aus. Äh. Cloud Escape nennt sich das Ganze. Ist ein deutscher Entwickler. Ähm. Solo-Entwickler tatsächlich. Der das Ganze, glaube ich mal, in dem Game Jam in ein paar Stunden mehr oder weniger entwickelt hat. Und inzwischen hat sich daraus ein durchaus brauchbares Spiel, äh, gebildet. Ähm. Und das auch tatsächlich noch mit Updates versorgt wird, vor allem. Äh. Das soll, glaube ich, irgendwann auch nochmal eine komplett zweite neue, äh, zweite neue Welt dazukommen. Und, äh, genau. Das ist das eine. Das andere ist... Äh. Warte. Hier in die Star Wars drin. Äh. Street. Da. Das andere ist Grapple Dog. Das habe ich, glaube ich, gestern entdeckt. Stopp. Hier. Ich will den Trailer sehen. So. Fangen wir nochmal hier an. Das ist ein Hund mit einem Greifhaken. Und großen Robotern. Ist auch ein Plattformer. Das sieht halt auch super niedlich aus. Ich glaube, hier kann ich wieder lauter machen, ne? So. Das ist halt mehr so der klassische Plattformer, sage ich jetzt mal. Wobei er mich teilweise schon auch etwas an Celeste erinnert. Von so ein, zwei Dingen im Level-Design. Wir müssen Glocken läuten. Das ist quasi Dark Souls. So. Okay. Achso, es geht noch weiter. Moment. Spreng auf meinen Kopf! Allein dieses Tierchen hat mich quasi überzeugt, dieses Spiel spielen zu wollen. Abgesehen vom Hund natürlich. Und den Greifhaken. Okay, aber ich sehe schon, ihr habt eher die Tendenz zum Ersten, ne? Äh, wartet, ich mache nochmal Musik an. Ich fand es das Erste besser. Böse Alte auch. Rick war auch schon gehypt beim Ersten. Da kam sein Kommentar. Ja gut. Ja, dann, äh, dann machen wir Cloud Escape, oder? Das klingt doch eigentlich, ja. Klingt, klingt in Ordnung. Äh, äh, ba, 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 Cloud Escape ist... Wo? Also entweder ich bin blind, oder zwischen B und E, wo Cloud Escape sein sollte, ist gerade nur Crossing Souls. Oder ist es bei T, die Cloud Escape? Nein? Warum... Hä? Warum zählt das nicht als Indie? Moment. Das ist interessant. Dann, äh, hier. Dann nehmen wir halt das hier. Will ich einen Poll machen? Wollte ich tatsächlich tun, aber das, äh, lohnt sich jetzt auch nicht. Hab ich es überhaupt geladen? Nö, tatsächlich nicht. Aber das, äh, ändert sich sehr, sehr schnell. So. Das ist jetzt nicht das große Problem. Glücklicherweise. Aber, ne, äh, eigentlich hab ich hier meine tolle, schlaue Kategorie mit, ähm, Indies ungespielt. Äh, die halt in meiner Bibliothek logischerweise sind. Und, äh, ja. Ich dachte, das hier wäre als Indie markiert. Oder kategorisiert bei Steam. Ähm, ist es offensichtlich nicht. Naja, gut. Gibt, glaub ich, äh, gibt, gibt Schlimmeres, ne? Gut. Ja. Ne? Aber dann machen wir das. Dann schicke ich euch nochmal ganz kurz in die Pause. Und, ähm, ne? Schicke ich euch nochmal ganz kurz in die Pause. Und dann schauen wir uns mal Cloud Escape an. Das sollte auch hervorragend mit Controller funktionieren. Hoffe ich zumindest. Ansonsten bin ich definitiv lost bei einem Plattformen mit Tastatur. Das, äh, wäre ganz, 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 ganz schlimm. Du lässt es auch gerade. Ja, es kostet gar nicht viel. Ähm, was kostet das denn? Vier Euro? Waren das irgendwie sowas um den Dreh? Ähm. Ja. Steam? Shop? Fragezeichen? Ich hab Steam kaputt gemacht. Ah, nee, da. Aus. Jetzt nicht mehr. So. Ja, vier Euro. Das ist, äh, ja. Super günstig. Und der macht auch ganz interessante Devlogs tatsächlich auf YouTube. Also, wenn man so ein bisschen hinter die Kulissen schauen will. Daher kenne ich es übrigens. Ähm. Kann man sich auch mal geben. Durchaus. So. Aber, dann dürft ihr jetzt nochmal Tetris spielen. Ich mach kurzes Päuschen. Und dann starten wir mit Cloud Escape, ne? Klingt nach deinem Plan. Mach mal so. Ähm. Hier hin. Bis gleich, ne? 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020 Untertitelung des 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 ZDF, 2020 Okay, ja, das sieht so aus, als hätte... Ich sehe halt jetzt 66,6666666666666666666666, weil ich vergessen habe, hier die scheiß Zahl zu runden. Aber normal hat eindeutig, eindeutig gewonnen. Okay, cool. Ja, woran? Dann wäre das auch geklärt. Dann spielen wir das Spiel tatsächlich auf normal. Nice. Finde ich gut. So. Es ist wild. Oh Gott, das ist jetzt schon wild. 3, 2, 1. Wir haben den Timer. Man kann das auch hervorragend speedrunnen. Wir machen mal langsam. So. Passt die Lautstärke? Oder wie kommt es ein bisschen leise vor, tatsächlich? Ah! Oh Gott! Okay, wenn ich Haken schlage, schlage ich Haken. Ach du Scheiße, ist das direkt. Holy shit! Damit habe ich nicht gerechnet. So, kommt euch mal wieder... Okay. Auf den Schatten schauen bringt tatsächlich was. Das ist sehr gut. So. Okay. Komm ich hier durch. Was passiert hier? Nichts. Erstmal. Ich habe das Gefühl, das ist echt super leise. So, jetzt. Okay. Die Dinger sind stabil. Sehr gut. Oh Gott, ist das direkt. Ach du Scheiße, Mann. Das Spiel reagiert unglaublich gut auf Controls. Unglaublich gut. So. Okay. Ja. Langsam. Langsam. Okay, das hier dreht sich... Drehen sich die Flammen hier rundherum oder bleiben die dahinter? Die bleiben da hinten, ne? Ah, nein. Kaum bin ich hier, ändert das Spiel einfach seine Meinung. Okay, 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 okay. Scheiße, wo muss ich denn hin? Ah, hier. Gut. Ich glaube, ist das... Oh, Checkpoint. Nice. Ein Checkpoint erledigt. Wunderbar. Next. Okay, cool. Wir haben 10,4% erledigt. Von dem... Diese Dinger hier, ne? Diese Kratzer im Boden. Die sind halt auch real. Was passiert, wenn ich mich hierhin stelle? Ja, okay. Ja. Alles klar. Ich wollte es ausprobieren. Ob das wirklich nur da ist, wo die Kratzer sind? Oder ob das wirklich auch die Hitbox von den... Wunderschönen Pendeln hier ist. Oh Gott, hey. Sensfestung in Dark Souls ist... Ein Witz dagegen, oder? Warte mal. Wo ist denn... Hier ist der nächste Dings. Okay, passt. Ah, oh Gott. Das Ding hätte ich jetzt fast übersehen. Ups. Ja, okay. Das war nicht ganz so praktisch. Gebe ich zu. So, wir springen jetzt mal hier rüber. Das habe ich heute erst in einem Devlog gesehen. Dass das superpräzise ist mit diesen Pendeln. Also wo diese Striche sind, da ist auch die Hitbox. Man kann wirklich auf, keine Ahnung, zwei, drei Pixel da hinlaufen. Oder könnte. Wenn man denn unbedingt wollte. Okay. Das ist gut. Plattform. Ah, lala. Ah. Ah. Oh Gott. Okay, wir wechseln erst die Seite. Nee, nee. Och Mann. Da war ich vielleicht ein bisschen greedy. Gebe ich zu. Das ist das... Oh. Ja, das ist das Problem an solchen Spielen. Man wird sehr schnell, sehr, sehr greedy. Und will dann Dinge zu schnell, obwohl man eigentlich geduldiger sein müsste. So wie hier zum Beispiel. Einfach kurz warten. Warten. So. Vorsichtig hier um die Ecke. Da auch kurz warten. Okay, da hätte ich jetzt tatsächlich auch einfach weiter können. Ah, stopp, stopp, stopp. Hier bleiben. Okay. Gut. Wir wechseln die Seite. Warten. Und... Zack. Ah. Ah. Okay. Warte. Warte, 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 warte. Hoppa. Ah. Oh Gott. Okay. Ah. Okay, die Flammen sind nicht sehr präzise. Ja gut. Ich dachte, nachdem ich jetzt bei der ersten Flamme so schön gesprungen bin. Oder einfach elegant drüber gehüpft bin. Kann ich das hier auch? Konnte ich offensichtlich nicht. So. Sehr schön. Es ist gut, dass wir das auf normal spielen. Es ist tatsächlich sehr gut. Ah. Hier ist mehr der Weg das Ziel, als dass das Ziel das Ziel ist. Ähm. Aber hey, wir haben schon 18,51 Prozent von diesem Level hier. Das ist erstaunlich. Das sind fast 20. Und das ist fast ein Fünftel. Für alle, die so, so später Stunde jegliche Form der Mathematik in ihrem Kopf verloren haben. Ah. Zu schnell. Zu schnell. So. Pendel, pendel, pendel. Hui. Ah. Weg. Okay. Langsam. Voll der fette Feuerball, Junge. Ja. Echt jetzt. Das ist wirklich so. Okay. Okay. Warte. Jo. Jo. Nee. Nee. Nein. Hm. Also umentscheiden ist nicht, ne? Das ist schade. Okay. Jetzt aber. Ich will gar nicht wissen, wie Speedrunner oder so hier durchjagen. Oder Leute, die das wirklich können. Und das Spiel auch nicht unbedingt zum allerersten Mal spielen. Die hüpfen hier wahrscheinlich einfach mehr oder weniger blind durch und passt schon. Ah. Pendel. Oh Gott. Ah. Mehr. Okay. Fallende Plattformen. Ja. Drehen. Drehen. Checkpoint. Durchatmen. Okay. Was kommt als nächstes? Ein fetter gelber Pfeil. Okay. Der ist cool. Der ist cool. Hallo. Du bist mein Freund. Obwohl, wenn ich da so hinter gucke, vielleicht auch nicht unbedingt. Seht ihr dieses große Loch? Wo Dinge rausschießen? Könnte schwierig werden. Oh, warte. Warte, 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 warte. Ah, nein. Zu lang gewartet. Ei. Warte. So. Ah. Ah, ja. Okay, passt. Ist ja gut. Was sind das hier für tolle magische Runen? Gibt's hier Magie? Wo muss ich denn jetzt hin? Ähm. Aha. Hallo? Oh, cool. Da unten ist so ein lustiger Punkt. Das ist mein Schatten. Ja, ups. Muss ich da? Nee. Oh, Gott. Ich glaube, ich weiß, wo wir hin müssen. Ich glaube, ich weiß, wo wir hin müssen. Präzision. Ist nicht unbedingt meine Stärke. Ah. Okay. Aber. Schauen wir mal. Ah. Hm. Ich glaube, sobald wir einmal da unten gelandet sind, wird's einfacher. Hä? W-w-was? Hahaha. Wir wurden gerade von dem Ding da weggeweht. Was? Okay, damit habe ich nicht gerechnet. Das ist eine fiese Mechanik. Ah, hier bleiben. Okay. Shit. Shit, shit, shit. Das war nix. So. Und... Hä? Ich habe springen gedrückt. Bin ich mir ziemlich sicher. Also vor allem ein zweites Mal springen gedrückt. Wollte er offensichtlich nicht. Hä? Ich lerne halt auch nicht, ne? Wenn das Ding da hinten schießt. Oder am besten darüber springen, kurz nachdem es geschossen hat. So. Jetzt quasi. Um hier eben nicht weggeweht zu werden. Das ist gar nicht so leicht, das Ding da unten zu treffen. Äh. Ach so. Hm. Deswegen geht da Doppelsprung nicht, weil ich am Rutschen war. Alles klar. Verstanden. Jetzt ging's. Ja, genau. Gut. Oh. Okay. Wir warten auf dieses Ding hier, ne? Nein. Hatte ich gesagt, dass es leichter wird, sobald wir da unten sind? War vielleicht nicht ganz die Realität, die sich jetzt dann doch herausgestellt hat, ne? Okay, warte. Okay. Hatte ich... Ja, ne... Und da dachte ich, wir hätten die ideale Safe-Strat. Scheiße. Das war ein Trugschluss. Das war ein absoluter Trugschluss. Die Scheißdinger da unten fliegen random durch die Gegend. Da hab ich nicht mit gerechnet. Okay, das heißt, ich muss auch noch aufpassen, wo die Kacke hierhin fliegt. Um hier nicht runtergeweht zu werden. Ah, da, da. Ah, da, da. Ah. Oh, nee. Das Spiel mag untätig rumstehen. Nee, absolut nicht. Ah, da. Okay. Ah, da. Schön. Äh, fa, 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 fa. Falsche Richtung. Nee. Ach, Mann. Komm. Ah, schön. Und hopp. Und hopp. Okay. Scheiße, wo muss ich hin? Ah, da. Puh. Nee. Ah, da reicht ein Sprung. Oh Gott, oh Gott. Okay. 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 Mutig bleiben. Mit forschen Schritt voran. Und, äh, an der Wand abprallen und runterfallen. Aber hey, wir haben fast 30%. Das ist mehr als die 20, die ich vorhin schon hatte. Nee, es ist doch ein Doppel... Okay, ist doch ein Doppelsprung. Äh... Könnt ihr euch noch an... Könnt ihr euch noch an... Mh... Wie ist denn das andere Rage-Game, das wir mal gespielt hatten? Das mit dem Typ im Fass. Ähm... Wie hieß denn das? Ich hab' vergessen, wie es heißt, ne? Wo wir kurz vorm Ziel... ...wieder runtergedüst sind. Das war auch toll. Getting over it. Ja, genau. Oh, shit. Genau das. Hi Jack. Hallöchen. Das war auch super. Bis zu dem Zeitpunkt, als wir... ...kurz vorm Ziel halt einfach... Ja. Ja, ne? Ja. Ja. Nein. Das ist... Okay. Wie lange kann ich mich hier halten? Ich bin offensichtlich ganz gut darin, den Tod abzuwehren. Das Problem ist, ich kann die nicht verhindern. Ich kann die nur verzögern. Ah. Das... Okay. Egal. Gleich wieder im Lurk. Das ist voll in Ordnung. So. Viel Spaß im Lurk. Aber ja. Getting over it war auch super, hey. Wobei, Fäller, du hattest vorhin, glaube ich, gesagt, das sieht aus wie alte 4. Das habe ich gesehen, aber nie gespielt. Bild. Tatsächlich. Aber ja, das... Vor allem das Farbsthema ist ein bisschen ähnlich, ne? Finde ich. Ah, shit. Wir sind wieder gerutscht und ich bin gehüpft und das ist halt dämlich, ne? Na, und schon wieder. Das kann doch eigentlich nicht so schwer sein, ne? Hey, Leute, ich habe Celeste überlebt. Nach 100 Stunden. Nach 100 Stunden. Das ist, äh... Dann müsste das hier doch eigentlich ein Klacks sein. Eigentlich. Gott. Oh. Oh. Oh Gott. Oh Gott, die Dinger werden immer noch kleiner. Ja, ach du Scheiße. Okay. Hier schießt du dich hin, ne? Ne, sehr gut. Sind wir hier safe? Ich glaube ja. Ich glaube ja. Oh ja. Ja, da kann es nicht hinschießen. Sehr gut. Ah. Oh. Okay. Okay, okay, okay. Das sieht auch wieder nach Doppelsprung aus. Okay. Sehr gut. Ich weiche den ganzen lieben langen Tag gerne Flammen aus. Wir werden hier so oft drauf gehen. Das ist... Ähm... Es wird... Es... Oh Gott. Es wird die Hölle. Okay, der hier geht ja noch, ne? Der dreht sich einfach so im Kreis auf der Horizontalen, aber... Ah... 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 Oh, 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 oh... 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 Und tot. Ich wusste es. Scheiße, ich wusste nicht, wo ich hin muss. Wo muss ich hin? Oh Gott. Hilfe. Ey, und wir waren so weit, ne? Wir waren so weit. Scheibenkleister. Okay. Hier kommst du noch nicht hin, ne? Oh, darüber abkürzen. Das wäre wunderschön. So, Schuss. Okay. Erinnert mich mal dran, beim nächsten Checkpoint die Musik oder so zu wechseln. Weil wir haben ja angeblich vier Musikstücke zur Auswahl. Damit man da auch ein bisschen was davon hören. Okay. Ah, Flammen. Vielleicht mach ich's jetzt. Okay, Track 3. Gucken wir mal, was der so... Kalan... Ja. Okay. So, so weit, so einfach. Der Würfel zwischen den beiden Ringen, der ist tatsächlich ziemlich fies. Falls sich der auf ne... Diagonalen dreht. Das sind drei Oberflächen, auf denen man gleichzeitig stehen kann. Theoretisch. Dagegen ist das hier alles noch ziemlich Pille-Palle. Okay, wir müssen auf diese Rohre da. Ah, bleib, bleib. Oh Gott. Oh, Checkpoint. Oh, Checkpoint. Puh. Okay. Wir haben fast die Hälfte vom Level. Fast die Hälfte. Und ich sehe riesige Sägen. Und Wasser... Warum sehe ich Wasserrohre? Was haben denn die Wasserrohre jetzt damit zu tun? Oh Gott. Ich ahne Schreckliches. Ich muss auf denen landen, ne? Oh ja. Ja. Alles klar. Was ist denn das Grüne da hinten? Was leuchtet da grün? Ist das das Ziel? Nachdem die Checkpoints blau waren? Oh, möglich, ne? Möglich. Ich bin jetzt Super Mario. Ich bin besser als Super Mario. Oh. Warum liegt da ein Bleistift? Was? Okay. Cool. Kann ich auf dieses Ding drauf? Also nicht unbedingt auf das Sägeblatt. Das ist klar. Das wäre doof. Okay. Der Weg... Also bis sich das Ding hier bewegt, das dauert relativ lang. Und danach muss ich wahrscheinlich hier auf die Kiste. Na, wo jetzt mein Kopf gerade drunter ist. Hüpfen. Ja gut, erst mal hinkommen, ne? Alles klar. Ah, das Ding wobbelt ja hin und her. Ja, das hatte ich jetzt nicht auf dem Schirm. Okay. Aber ich glaube, der zeitliche Abstand auf der Seite ist genau so lang wie auf der anderen. Das heißt... Ich warte ab, bis es auf der anderen Seite ist, um dann doch einfach drauf zu gehen. Hervorragend. Das finde ich gut. Okay, warte. Ah. Die Nadeln hier sind fies. Okay. So treffe ich es nicht, glaube ich. Dafür bin ich jetzt nicht präzise genug. Ah. Da war ich zu langsam. Okay. Okay. Moment. 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 Und einmal darüber. Und ich sehe, dass es wieder ein bisschen ruckelt. Ich weiß immer noch nicht, woran es liegt. Ich habe versucht, Dinge zu optimieren. Ich hatte gehofft, es läuft besser. Und insgesamt läuft es auch nicht schlecht. Aber... Hier, du bist doch ein Sack. Warum warst du noch da? Ähm. Ja, aber es ist... Es hat noch nicht ganz den Erfolg gebracht, den ich gehofft hatte, dass es bringt. Da muss ich dann nochmal nachrecherchieren. Ah, okay. Wenn das Ding da weg geht, kann ich... Bleibt das im gleichen Rhythmus? Ich gehe mal fast davon aus, ne? Ja. Okay. Bleib hier. Okay, 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 okay. Soweit, so gut. Also eine Sache habe ich quasi noch, die ich optimieren kann. Ähm. An Encoding. Oh! Um das hoffentlich hinzukriegen. Okay, wir müssen relativ schnell da oben auf das Rohr. Und relativ schnell heißt quasi sofort. Warum auch... Was ich auch immer hier gerade wegmache. Ähm. Ne, eine Sache habe ich tatsächlich noch, wo ich rumprobieren kann. Was das Encoding angeht, dass diese Rockler rausgehen. Ich hoffe, die funktioniert. Ansonsten müssen wir wahrscheinlich tatsächlich erstmal damit leben. Ich glaube, für euch ist das weniger dramatisch als für mich. Weil mich stört es massiv. Ich glaube, das sind Trampoline. Diese Sternendinger. Ah! Ja! Sind's. Mit schönen Geräuschen. Ach du Scheiße, was machst du denn? Okay. Cool. Ah! Ha-ha-ha-ha! Ah! Ah-ha-ha! Oh Gott, hey. Stellt euch das jetzt mal... ...als Gameshow vor. Das ist schlimmer, als Tarkishis Castle jemals war. Ah! Ah! Nein! Hm. Blöd. Das war jetzt... Das war jetzt... Na ja. Okay. Gut. Schade. Schade, schade. So. Ah! Ich war... ...zu ungeduldig. Ich sag's, das Ding geht schon mal weiter. Ah! Nope. Nope. Okay. Cool. So. Geduldig sein. Geduldig warten. Es eilt eigentlich nichts. Ich kann hier bequem rüberspringen. Ich kann hier bequem... ...dahin springen. Und da hätte ich sogar noch warten können. Ich hatte nur Panik, weil ich leicht am Rutschen war. So. Okay. Es eilt nicht. Wir machen keinen Speedrun, auch wenn da oben ein Timer ist. Minimale Präzision wäre aber schon ganz schön. Muss ich jetzt schon auch zugeben. So. Okay. 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 Langsam. Und hoppla hopp. Okay. Ja. Wunderbar. Läuft. Okay. Diese komischen Pins hier... ...bleiben offensichtlich... ...weg. Die werden nicht neu aufgestellt, nachdem man respawnt. Nicht, dass die jetzt groß irgendwas verändert hätten. Aber sie sind einfach dann weg. Finde ich in Ordnung. Kann ich gut mitleben? Kann ich sehr gut mitleben? So. Äh. Nope. Nope, 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 nope. Okay. Warten. Warten, warten, warten. Und... ...appala. Und... ...appas. Ich bin etwas zu schwungvoll unterwegs. Nur etwas. Nur etwas. Aber zu schwungvoll. Ach so. Ja, hier muss ich noch gar nicht warten, ne? Ich habe keine Ahnung, auf was ich gerade gewartet habe. Aber ich habe gewartet. Darauf, dass sich irgendetwas bewegt. Was sich da bisher noch nie bewegt hat. Ja, das war jetzt. Ach so, ja, genau. Eine Frage wollte ich tatsächlich noch beantwortet haben, was diese Dinger hier angeht. Diese Kreissägen. Kann ich oben auf die Halterung springen? Nee, es sieht nicht danach aus, als würde die mich tragen, ne? Nein. Okay. Aber warte mal. Die Idee an sich ist, glaube ich, ganz gut. Statt hier außen auf dem Rohr rumzubalancieren, kann ich mich vielleicht einfach da oben draufstellen. Na gut. Hilft jetzt nicht wirklich was. Genau. Das klang gerade in meinem Kopf. Kurzzeitig. Besser. Als es tatsächlich ist. Ah! Oh Gott, ich hätte da stehen können. Ich hätte einfach gerade warten können. Oh shit. So. Wer hat sich das noch runtergeladen? Ich will nur gerade mal nachfragen, wie läuft's? Wahrscheinlich besser als bei mir. Ich mag Plattformer. Ich kann sie nur einfach nicht. Okay. 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 Sehr gut. Sehr schön. Hier muss ich jetzt auch ein bisschen abwarten. Bis ich hier drauf hüpfe. Okay. Wunderbar. Hier muss ich auch ganz kurz warten. Töne. Ah! Oh Gott. Zwei Pixel zu weit gesprungen, ne? Oh shit. Das hätte ich mir vorher mal besser anschauen sollen. Gut, aber so langsam kriege ich ein bisschen Übung hier drin. Sagte er. Ging einfach instant drauf. Das ist in Ordnung. Damit muss ich jetzt leider leben. Klassische Selbstüberschätzung. So und so und so. Nein. Okay. Okay. Langsam. Geduld. Nichts eilt. So. Gut. Gott, mit der Musik komme ich mir so ein bisschen vor wie in so einem James Bond. Das hat so ein bisschen James Bond Feeling. Okay. Gut. Ich versuche mal hier zu gucken. Also wir haben hier diesen drehenden Teller mit der Kreissäge, die hier so reingerutscht kommt. Wir haben keine Chance darauf irgendwie zu stehen. Und uns in Sicherheit zu wiegen. Im Gegensatz zu dem, wo wir jetzt gerade sind, ist zwar auch relativ knapp, aber das geht wenigstens. So. Dahinter kommt, glaube ich, noch eine Drehscheibe. Auch wieder mit so einer Kreissäge, die da drauf reinfährt. Da kommt noch eine. Und da hinten ist die erste, die, glaube ich, kreissägenfrei ist. Die, die gerade in Schatten getaucht wurde. Ja, ich glaube, das ist die erste, die kreissägenfrei ist. Okay. Gut, soviel zu meiner wunderbaren Analyse. Ich glaube zwar, dass ich damit recht hatte. Jetzt muss ich es nur noch umsetzen. Ich darf halt nicht einfach nur loslaufen. Ich muss halt auch ein bisschen drauf gucken, was da gerade Phase ist. Das ist der Schlüssel zum Sieg hier. Oh, das war knapper, als ich das gerne, als ich das gerne habe. So. Okay. Okay. Wunderbar. Wunderbar. Warten, bis die Kreissäge hier losgeht. Und hab. Okay. Schön. Ich hab halt tatsächlich immer ein bisschen Zeit, ne? Ich hab hier... Zack, einen Moment Zeit. Ich hab da einen Moment Zeit. Ich glaube, ich habe mehr Zeit, wenn ich hüpfe statt laufe. Dann hab ich weniger Widerstand am Boden. Okay. Kriegen wir hin. Irgendwie schaffen wir das. Irgendwie kriegen wir das hin. Auf jeden Fall. Und... Ja. Und... Ja. So. Bleiben wir unter 100 Hoden, wenn da hinten das Ziel ist. Ich weiß nicht, ob das das Ziel ist. Es erscheint mir irgendwie unrealistisch, dass das das Ziel ist, wenn wir jetzt bei... ein bisschen über 50% sind. Aber der grüne Schimmer wirkt so... Wirkt so hoffnungsvoll irgendwie. So. Guck mal. Du siehst das, wo du hin musst. Jetzt musst du es nur noch schaffen. Das ist wie der Gipfel bei einer Wanderung, der einfach nicht näher kommen will. Da ist man schon vier Stunden unterwegs und ist immer noch nicht auf dem dämlichen Berg. Ja, das war zu früh. Okay. Ich weiß wenigstens, woran es liegt. Das ist ja schon mal etwas. Also meistens an mir. Immer. Ja. Okay. Und... Hoppla. Und... Du hast halt hier echt nur, wenn man sich diese Rohre anschaut, diese zwei oberen, kleinen, schmalen Dinger. Wenn du nicht auf diesen kleinen Streifen landest, dann bist du raus. Dann sag dein Leben einfach, Arrivederci. Okay. Okay. Sehr gut. Der Sound ist schön. Ich mag den Sound, wenn man da hoch springt. Ich mag ihn sehr. Okay. 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 Warte. Ich glaube, wir haben einen sicheren Punkt gefunden. Wir haben einen Safe Point. Also, nicht unbedingt ein Checkpoint, aber zumindest ein Safe Point. Okay. Was macht diese, die hier? Okay. Die fährt hier so vorbei. Alles klar. Das heißt, wir müssen da hoch. Und da sollten wir auch erstmal stehen können. Also, auf zwei Plattformen weiter dürften wir halbwegs stehen können. So, fahr mal vorbei. Ja. Das geht erstaunlich. Oh Gott, das ist jetzt total verwirrend, weil ich mich mitdrehe. Moment. Okay. Cool. Aber so sehen wir wenigstens mal unseren Charakter. Unseren Char. Das sind Dartpfeile an der Wand. Ist das ein Pilz? Ne, da hinten ist ein Checkpoint. Was ist dann das Grüne hier? Warte. Wo ist das Grüne überhaupt? Ach, da. Oh. Das ist nicht das Ziel. Das ist ein Badminton-Schläger. Oh je. Okay. Pass auf. Wir müssen also hier hoch. Gut. Gut. Schön. Das hat nicht ganz so funktioniert, wie ich dachte. Ich wollte eigentlich noch ganz kurz auf dieser Holzplanke stehen, bevor ich mich zum roten Wasser quasi begebe, der uns darüber befördert. Zum Trampolin oder wie auch immer man es nennen will. Shit. Aber das hat nicht ganz so funktioniert, wie ich das gerne gehabt hätte. Okay. Aber ich finde, ich schlage mich ganz gut. So im Großen und Ganzen bin ich eigentlich doch ganz zufrieden. So. Okay. Meine Strategie hier war auf jeden Fall die richtige. So. Safepoint. Jetzt ist quasi der Anfang fast schon das Trageste an dem Ganzen. Ich würde gerne sehen, wann die Dings hier verschwindet. Dankeschön. Safepoint. Safepoint. Hier. Hier wollte ich kurz stehen bleiben. Bevor wir da rüber hüpfen. Einfach nur, um mich immer kurz umzuschauen. Ich weiß nicht, was das Ding mit uns vorhat. Ich sehe es noch nicht. Also auf dem hier springen wir. Das ist klar. Das heißt, wir landen da drüben. Was macht das grüne Teil? I don't know. Ah! Ich hatte mich gefragt, ob das da hinten Tennisbälle sind. In diesen Röhren. Ja. Offensichtlich. Gut. Das Spiel schießt Tennisbälle auf uns. Und wir haben keinerlei Chance, das zu umgehen. Weil wir müssen auf dieser Markierung landen. Andererseits, dadurch, dass wir jetzt Respawn haben, ist es weg. Das heißt, keine Chance oder keine Tennisbälle mehr für uns. Hoffe ich. Die Sounds sind schön. Boi, boi, boi. Oh, das war ein bisschen zu knapp, finde ich. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ich bin zu langsam. Ich bin zu langsam. Ich bin... Ja, sag ich doch. Schade. Schade. Nächster Versuch. Okay. Jetzt dachte ich mir so, hey, bist du mal mega stylisch. Stellst das Glas weg. Nachdem du einfach mal mittendrin was getrunken hast. Und hüpst da total easy rüber. Ja. Hier ist etwas aus gewordenes. Zurück zum Anfang. So. Ich wechsle noch mal die Musik. Warte, Track 3 hatten wir. Ach so. Jetzt. Track 4. Nehmen wir mal Track 4. Schauen wir mal, was das ist. Das klingt bis jetzt ziemlich episch. Passt so gar nicht zu dem, was ich hier betreibe. Okay. Okay. Sehr gut. Komm mal nicht zu nah an das Ding da ran. Okay. Nein. 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 Oh. Nein. 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 Ich hätt's noch retten können. Glaub ich. Wenn ich mich orientiert hätte. Ah. Dammit. Das war jetzt. Das war jetzt. Naja. Ah. Okay. Die Musik ist tatsächlich. Etwas. Episch. Ah. Shit. Okay. So. Leute. Schaffen wir den nächsten Checkpoint in weniger als 100 Toten? Das ist jetzt die wahre Frage. Ich halte mich mal mit meiner eigenen Einschätzung zurück. Ich sag doch mal lieber nix dazu. Okay. Gut. Ja. Also vor Tennisbällen glaube ich brauchen wir tatsächlich keine Angst mehr zu haben. Die scheinen weg zu sein. Ah. Das war ein bisschen arg knapp. Gut. Eins. Zwei. Und los. Okay. Okay. Gut. Also. Ich versuche die ganze Sache hier nochmal zu analysieren. Tennisbälle sind raus. Brauchen wir keine Angst mehr vorhaben. Was jetzt die Sache ist? Diese Dinger lassen uns wahrscheinlich bouncen. Das bedeutet. Ja. Was bedeutet das für uns? Wir fliegen unkontrolliert durch die Luft. Möglicherweise. Vielleicht landen wir auch drauf. Aber ich gehe mal eher nicht davon aus. Andererseits. Tennisbälle sind theoretisch in der Größe, in der sie hier unterwegs waren, schwerer als wir. Sinken auf diesen Teilen also auch mehr ein. Erzeugen mehr Gewicht. Und werden dadurch besser abgefedert. So. Jetzt ist die Frage. Wie stark hält sich die Physik tatsächlich an die reale Physik? Und ich fühle mich vielleicht ein klein wenig beobachtet, ne? Ich habe da so einen etwas bösen Blick neben mir. Ich drehe dich mal weg, ne? So. Besser. Gut. Boink. Ah! Weißt du was? Ich mache einfach keine Analysen mehr. Das ist, äh... Ab jetzt einfach durch. Und aus. Jedes Mal, wenn ich eine Analyse mache, gehen wir danach drauf. Instant. Da habe ich gar keinen Einfluss mehr drauf. Ja, scheiße. Jedes einzelne Mal. Okay. Und, äh... Los. Jawohl. 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 Das war ein bisschen früh. Okay. Gut. Aber man wird dann doch ein bisschen geübt in dem Ganzen. Man lernt halt echt die Timings. Ich finde das immer wieder spannend, dass man doch relativ schnell Übungen in sowas bekommt hier. Das ist... Okay. Das war ein bisschen spät. Okay, so... Also... Hä? Wäre ich jetzt zu weit geflogen? Ich mache... Ich versuche... Und das war jetzt das zweite Mal, dass ich irgendwie versucht habe, mitzusteuern, dagegen zu steuern, was auch immer. Beim nächsten Mal mache ich es einfach nicht. Ah, dammit. Zu knapp. So. Sammy geht gerade schlafen, wie es ausschaut. Zumindest habe ich gehört, wie sie auf der Couch... versucht, ihr Bett... zusammen zu kratzen. Das war zu früh. Viel zu früh. Die Frage mit den 100 Toten bleibt bestehen. Geduld. Junger Padawan. Rom nicht an einem Tag gebaut worden ist. Ich erfinde jetzt einfach Yoda-Sprüche. Irgendwas, das schlau klingt. Und mir die Macht verleiht. So. Eins, zwei und los. Ah. Shit. Es war ein Schritt zu viel gelaufen. Ich hätte früher springen müssen. Okay. Okay. So, okay. Okay, wunderbar. So. Ich gehe jetzt hier drauf und ich drücke nichts. Außer, dass ich da draufgehe und mich darüber bounceen lasse. Und dann gucken wir mal, wo wir stehen. Okay. Warum nicht gleich so? Das hätte mein Leben so viel einfacher gemacht. Stattdessen habe ich versucht, irgendwie hier durch die Gegend zu lenken und keine Ahnung was. Warum hier? Ich bin mir ziemlich sicher, dass sind Badminton-Schläger. Keine Tennisschläger. Warum die hier aus der Wand hängen, lasse ich jetzt mal dahingestellt, ne? Oh. 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 Die Tinger sind rutschiger als vermutet. Okay, cool. Okay. So. Ja, das... Ja, ja, ja. Das... Habe ich schon gemerkt, dass ich darüber in Richtung Kreisdäge gesprungen bin, dass das nichts mehr wird. Ein bisschen geduldig sollte ich halt dann doch sein. Okay. Ja, schade. Ey, wir haben fast 60% vom Level. Und sind erst 84 Mal gestorben. Das sind nur... weniger als 1,2 Tode pro Prozent. Glaube ich. Wenn ich... Wenn ich das gerade richtig überschlagen habe in meinem Kopf. Na. Okay. Und boink. 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 Das läuft inzwischen erstaunlich gut. Läuft. Boink. Läuft. Ah. Nein. Ah. Warum? Was? Wieso hatte ich jetzt... Ach man. Warum hatte ich jetzt Panik? Das war vollkommen unbegründet. Vollkommen unbegründet. Schön. Ach so. Ja. Okay, wir nähern uns einer... Todesrate von 1,5 pro Prozent. Shit. Ich habe mich tatsächlich verrechnet. Zu früh. Ich habe auf das falsche Sägeblatt geguckt. So. Dammit. Komm, komm, komm. Aber was mache ich denn? Hm. Warum? Das war ja komplett falsch. Ach. Das war auch zu früh. Hi, Wotki. Hallöchen. Dankeschön für den... Ja, ist ein Raid. Hi. Hallöchen. Hi. Und willkommen bei... Scheiße, wie heißt das Spiel? Cloud Escape. Quasi ein kleines Rage-Game. Deutscher Entwickler. Und es funktioniert erstaunlich gut, aber ich rage nicht. Na, was habt ihr gemacht? Kriegst du auch gleich einen Shoutout von mir? Sofern böse Alter nicht eingeschlafen ist. So. 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 Ähm. Moment. So. So. Ja. Sehr gut. Okay. Ah, bitte halt jetzt noch mach. Sehr schön. Ich hab zusammen, äh... Du hast zusammen mit Lendra an einem PC mit Freunden, äh... Ready or not gespielt. Ready or not, das sagt mir irgendwas. Das war nicht das, äh... Was... Vor It Takes Two kam, oder? Ne, das hieß anders, glaube ich. Okay. Was ist das für ein Game? Habe ich nur vom Titel bisher gehört, glaube ich. Ich hab jetzt kein Bild vor Augen. Aber cool. Early Access Swat Hardcore Simulation. Also Geiseln retten, etc. Ach so. Quasi Open Up FBI in umgedrehter Reihenfolge. Verstehe. Ah. Shit. Zu spät. Es ist, äh... Es ist, äh... Ja. Genau. Ja, sehr gut. Okay, cool. Ah! Scheiße. So leicht wie das Spiel vorher war, so schwer ist das hier, ne? Ich hab dir übrigens das großartigste Spiel dieses Planeten verpasst. Saint Hazels Horsepital. Also Horse und Pital. Quasi. Du versuchst deinen Pferdekumpel, als Pferd, wohlgemerkt, aus dem Krankenhaus zu retten. Und am Ende hast du mit Kulten, Hexen und allen möglichen zu tun. Es ist super, super gut. Ein klein wenig Buggy, aber das ist in Ordnung. Nicht tot gehen. Ja, doch. Das, äh... Guck mal in die linke... Guck mal in die linke obere Ecke. Das hilft dir gar nichts. Hört sich komisch an. War großartig. Absolut großartiges Spiel. Super schräg. Aber mega. Okay. Hopp. Oh! Oh Gott. Oh Gott. So. Jetzt haben wir. Der Checkpoint ist... Ich hab keine Ahnung, wo der Checkpoint ist. Irgendwo hinter diesem Tor. Ähm... Ähm... Ja, ne? Okay. Die... Oh, ich dachte... Okay, ich sollte einfach direkt auf... Auf die dritte... Dart... Äh... Dingens... Auf den dritten Dartfall springen. Nicht erst versuchen, den zweiten zu erwischen. So. Oh Gott. Ah, nein. Gut. Schön. Das ist... Äh... Ja, das... Das ist auch passiert. Also ich glaube, inzwischen stellt sich die Frage nicht mehr, ob wir unter 100 Toten bleiben. Bis zum nächsten Checkpoint. Moment. Ich glaube, diese Frage können wir als geklärt betrachten. Aber hey. Scheiße. Zu früh. Ich werde unkonzentriert. Glaube ich. So ein bisschen. Ah. Okay. Okay. Ruhe bewahren. Und rüber. Okay. Besser. Ihr seid mal eben, Lurky. Äh... Was brauchst du eine... Ach so, Zigarette wahrscheinlich. Und was zum Hapern. Alles klar. Dann, äh... Wünsche ich mal guten Hunger. Und viel Spaß an der frischen Luft. So. Und richt Lendra... Äh... Äh... Genau. Richt Lendra mal einen schönen Gruß aus. Die ist vermutlich nicht weit weg. Wenn ihr zusammen an einem PC gespielt habt. Ähm... So. Du musst wieder nach da hinten. Genau. Dann komme ich hier hin. Okay. Okay. Langsam. Nee, was... Das... What? Okay. Cool. Ja, mega. Die Dinger sind nicht... Es hängt tatsächlich davon ab, wie du drauf springst. Jetzt bin ich ganz langsam drauf gelaufen. Und hatte dementsprechend zu wenig... Kontakt mit dem Ding, dass es mich weit genug wirft. Cool. Leute, wir haben 100 Tode erreicht. Uhuhuhu. Uhuhu. Das ist... Shit. Das ist jetzt irgendwie... Hm. Okay. Okay. Äh... Die Musik ist auch gerade etwas zu episch für meine Leistung. Nehmen wir mal Track 2. Ich glaube, dann haben wir alle durch. Okay. Okay. So. Und jetzt ein bisschen flotter da rüber gehen. Boing. Okay. So weit, so gut. Einmal. Oh. Seht ihr, was ich sehe? Dieses große rote Ding da unten. Ist auch so ein Trampolin-Teil. Oh. Okay. Verstanden. Ich versuche es mal so, glaube ich. Oh Gott. Das macht es nicht unbedingt leichter. Das Ganze einzuschätzen. Eher schwerer. Okay. Oh. Das hier ist jetzt definitiv ein Doppelsprung. Nein. Der fickt... Ach. Da. Scheiße. Oh nein. Oh. Okay. Die Dinger sind unglaublich schwer einzuschätzen. Diese Dart-Pfeile. Ich räume die Dinger hier mal ab. Bunk, bunk, bunk. Einfach so zum Spaß. Und... 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 Moin, moin. So. Hey, Anton. Hab sofort Zeit für dich. So. Okay. Hi. Ja, ich bin noch on. Tatsächlich, ja. So. Es gibt freitags nicht unbedingt ein Zeitlimit. Gut, heute ist Samstag, aber es gilt quasi als Freitag. Tatsächlich peile ich im Normalfall jetzt so zwischen 1 und 2 an. Sage ich jetzt mal. Okay. Gut. Gut. Das ist... Ach, du dachen... Ach. dann hast du ja noch eine weile ja wahrscheinlich ja vor allem guck mal auf unseren auf den prozent counter oben in der mitte ich würde gerne scheiße in diesem stream noch 100 prozent da stehen haben weil ich auch nicht weiß wie sie mit speichern ausschaut apropos wie sieht denn hier mit speichern aus das ist eine gute frage da steht nämlich nichts ich traue mich nicht ich würde mich jetzt nicht vertrauen das zu beenden bis 6 uhr morgens eher das wäre ein bisschen krass ich hoffe nicht dann muss ich tatsächlich auch zwischendurch mal etwas längere pause machen dann brauche ich nämlich noch mal in den happen zu essen und dann muss der mich auch noch mal kurz irgendwann raus bis zwei uhr kann ich so ungefähr das kann ich vertreten so wie mal so 9 9 ok das sieht furchtbar knapp aus ok so weit so gut wir müssen doch nur auf 1 2 3 4 5 darpfeilen rumspringen das sollte doch machbar sein oder und irgendwas macht die ganz komische geräusche aber ich glaube das ist hinter dieser wand irgendwas höre ich da schon was ich vielleicht noch gar nicht hören will ok gut 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 und das ding befördert uns zum checkpoint oder das ding geht doch zum check oh gott ah ich hatte gerade so schiss dass ich es doch verhau warum hast du mein sprechen als text auf dem stream weil ich untertitel raussende tatsächlich ich sende untertitel mit dem stream mit die funktionieren noch nicht zu 100 prozent also manchmal stürzt einfach das obs plug-in ab das ist ein bisschen schade aber also im großen und ganzen klappt das mehr oder weniger also sollte jemand irgendwie probleme mit dem hören haben kann man halt jetzt hier die untertitel aktivieren und ja sagen wir mal man kann so halbwegs dem folgen was ich sage genau ja kann man aber auch ausschalten über das kleine cc icon auf twitch also ähnlich wie bei youtube auch die sind nicht fest im stream oder so eingebrannt diesen 100 prozent optional aber ich glaube wenn sie da sind sind sie erst mal bei jedem aktiviert werden das erste mal auf einen stream mit untertiteln geht das gebe ich zu ist vielleicht ein bisschen verwirrend okay cool aber wir haben ein checkpoint wir haben 65 prozent und bald haben wir eine todesrate von 2 pro prozent und warum was die dinge was bist du explodiert warte also das geräusch ist schon mal großartig aber warum der papa ja ach so der explodiert wenn er darunter fällt ja okay das ergibt sind okay ich lasse dich mal stehen das ist ja voll angenehm hier gerade was hat mich gerade getötet die schwacherkennung läuft überraschend gut ja manchmal stürzt sie halt einfach ab dann hat man ewige zeit lang keine untertitel warum weiß ich leider nicht dafür braucht man vielleicht die papageien das ergibt sinn dass man den rotz hier aus dem weg räumt verstehe warte mal fliegt hier ein hai durch die gegend fliegen hier haie der ist so schnell dass man es kaum sieht aber ja da fliegt ein hai darf die dinge hier nicht berühren das ist das hat ja super funktioniert das ging ja ganz großartig dankeschön okay warte mal kann ich dich also ich will das eigentlich gar nicht ausprobieren aber ach so ja gut ich kriege ich nicht so weg wie ich das gerne hätte und man kann ja versuchen sich das leben ein klein wenig leichter zu machen ja so nicht das war der falsche winkel für lebenserleichterung nee das macht er nicht mehr gut gut wenn ich profi mini golfer nein also ich habe mir die golf gespielt ein paar mal aber ich war nie besonders gut aus dem breath of the wild da war ich in ordnung glaube ich ich glaube das habe ich ganz gut hinbekommen in dem einen kurs aber das war auch kein mini golf mehr das war schon großes golf also sehr sehr großes golf so okay das ist eine kanone die warum ist hier eine kanone und was habe ich mit dieser kanone zu tun ich glaube es ist berechtigt jetzt hier ein bisschen angst zu haben es geht nämlich auch nicht weiter ich muss in dieses blaue licht laufen jetzt auf der couch und der medical was und der medical detective schauen wie läuft das rebranding und so ja es geht voran also was tatsächlich immer noch fehlt sind die panels hier und und am stream die habe ich noch nicht angepasst aber ansonsten bin ich tatsächlich immer noch fleißig dabei dinge zu bauen dinge zu designen und mir texte zu überlegen und eine der nächsten sachen die online geht ist der watt channel auf youtube oder der channel ist schon da der link ist auch schon hier in den in den links in der info drin ich könnte ja schon mal ein abo da lassen aber es dauert noch bis ein video kommt vermute ich mal und genau das ja ja also so rebranding technisch ist eigentlich sind die panels hier unten so dass das größte das noch fehlt momentan zumindest was man sofort sichtbar hat nein stoppt nicht nicht dieser youtube channel nein 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 der der stirbt anton der stirbt scheiße das passt nicht der wird komplett aufgelöst gibt neun wie gesagt in der info ist er verlinkt also tatsächlich ne und am stream dieser kleine infokasten wo mein text drin steht und rechts die drei links sind oder so dann bist du gespannt ja der der youtube channel wird nur für die wort sein also ich werde die da hochladen statt die hier zu behalten errungenschaft freigeschaltet hold my rock ok cool da hinten ende oh mein gott leute ja ist es sich ich sehe ein ende genau ja der channel dient tatsächlich nur dazu die watts zu speichern dauerhaft weil zum einen gehen die auf twitch ja irgendwann verloren nein nein ah zum anderen was ich bin wieder oh gott ok cool ich bin wieder hier ja gut aber der weg dahin war nicht so schwer und auf youtube kann man sie auch in deutlich besserer qualität hochladen und vielleicht kommt auch irgendwann mal jemand von youtube hierher das ist so ein bisschen die überlegung dazu so ok das ist in ordnung das war der high oder das war der high scheiße bin ich immer auf rekord oder nehme ich den twitch fort ich bin auf record ah oh mein gott okay cool sie bringen mich nicht um das ist gut zu wissen aber ich nehme in deutlich deutlich höherer qualität noch mal auf sowohl audio als auch video und sollte ich mal was schneiden wollen habe ich quasi tatsächlich sechs audiospuren zur verfügung was ihr hier hört ist halt alles kombiniert aber ich habe zum beispiel musik games und stimme effekte aus obs oder so habe ich alles noch mal extra und kann das dann unter umständen möglicherweise auch noch mal zusammen mischen so wie ich es brauche und 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 okay was ich tatsächlich auch noch gerne hätte wäre noch eine dritte aufnahme also quasi ein dritter encoding prozess also eigentlich noch zwei mehr einer der gameplay und einer der kamera noch mal gezielt extra aufnimmt das wäre ganz cool wenn man dann tatsächlich noch mal irgendwie was schneiden muss oder so dann wenn man man kennt ja wenn man so dieser dieser klassische gesicht zoom sage ich jetzt mal den könnte man dann halt viel viel sag mal besser machen weil höhere quali dann also kamera halt in 1080p aber eher dass das gibt mein rechner leider gerade nicht her nachdem er jetzt schon ab und zu ein bisschen ruckelt und ich noch keine ahnung habe warum er das tut wir hatten der scheiß vogel überlebt gerade will ich dir mal zeigen wie ich das eingestellt habe den letzten aufnahmen waren ohne ton im grunde genommen ist es gar nicht mal so schwer was du halt tun musst oder was heißt muss ich habe es bei mir sehr sehr komplex ich habe sogar extra eine kleine tabelle aufgesetzt damit ich noch weiß welcher sound dann wo rauskommt und wurde bei mir auf mixer liegt und so weiter und so fort absolut großartig scheiß high was ich halt habe ist jede quelle einzeln gut ich habe es go xlr das kümmert sich um den broadcast mix das ist was ihr jetzt hier hört exklusive mikrofon läuft inzwischen extra das habe ich noch mal sag mal das habe ich extra eingebunden aber ansonsten ist halt alles einem channel zugewiesen auch entsprechend benannt damit man dann später nicht nur einfach channel 123 in den audio tracks stehen hat und der rest ist im grunde genommen gar nicht so anders als sonst auch also man muss halt eigentlich nur dafür sorgen dass dann das zeug in den ausgewählten audio kanälen auch so auftaucht wie es sein soll oder wie man es wünscht also ich glaube dass a und o ist tatsächlich das was du halt in ausgabe glaube ich heißt das in ob es ich glaube ist der ausgabe tab und ich meine im audio tab auch was du da drin eingestellt hast und da muss man im grunde genommen ein bisschen rum spielen aber zeigen kann ich dir das ist sollte nicht das große problem sein okay diese roten kreise zeigen tatsächlich an wo die dinge einschlagen das ist gut das heißt ich höpfe jetzt hier sag mal das alter warum auch man ja diese roten kreise zeigen an wo die dinge einschlagen ja super genau bei mir toll und nun was für eine alternative neben sterben hatte ich denn jetzt noch okay hier ist der high noch gar nicht der ist hier die haie sind aber echt fies die sind nämlich verdammt schnell man sieht ich kaum da muss man schon ein bisschen aufpassen wegen dir überlebt nein wegen mir überlegst du dir das game zu holen ich bitte darum es kostet nur vier euro cloud escape auf steam von andreas baum deutscher entwickler übrigens solo entwickler promo code er steam hat leider keine promo codes sobald ich hier auf twitch auf 1000 followern oder so bin glaube ich kann ich mich für einen greater code bei steam bei bei steam bei epic bewerben ich glaube das waren 1000 follows oder so die man dafür braucht das wäre tatsächlich auch eine sache die ich vorhabe dann zu tun aber erst mal so weit kommen nein die schießen ja auf mich was bist du warum bist du warum bist du schneller als ich oh gott noch so ein ding ah jawbreaker achievement ja und jetzt es bringt ja nichts was mache ich hier warum gut zu lang ausprobiert ich wollte wissen was die dinger tun aber es gab nur ein achievement und dann nichts mehr gut ich habe nichts gegen achievements überhaupt nicht aber ich hatte jetzt irgendwie mit mehr gerechnet sagen wir es mal so okay ist aber das zum beispiel auch noch so eine sache die ich plane wo kommt der hoch der ist links von mir oder er für genau das wo du jetzt fragst anton dass es dann irgendwann mal so eine art lower third gibt die einem sagt was ist das für ein spiel auf welchen plattform gibt es das wann wird es released und ein paar links in den chat packt zu den jeweiligen stores sofern verfügbar und ich meine das kann man komplett automatisieren oder was heißt komplett automatisieren so dass ich einen button drücken kann und gut ist das muss ich aber auch noch bauen 1000 follower ein ziel in acht jahren und bei dir bei mir drei wochen ja schön wär's ich bin jetzt bei 870 ich streame inzwischen seit ich glaube vier jahren ich habe bald jubiläum aber tatsächlich halt auch dank so doofer pausen wie es halt jetzt war immer wieder dann mit zwei umbenennungen dazwischen drin ab da und getaway war ja auch schon nachdem ich angefangen hatte zu streamen dass ich mich darum benannt habe nur da war es halt noch nicht so wild weil da kannten mich als weiß ich nicht 30 leute wenn überhaupt aber es ist ja kann ich hier hochklettern oder was ist das hier ich weiß es nicht aber nie bis bis zu den 1000 dauert tatsächlich wahrscheinlich noch aus dem grund halt auch in richtung youtube ausweiten das ganze weil da wird man gefunden hier oft wird schnell ich bedenke ich habe ja keine nische also doch ich habe eine nische aber eine nische die halt keine wirkliche kategorie ist wo leute so so unbedingt direkt reinschauen im gegensatz zu beispielsweise zu einem fps ach shit also um den channel hier jetzt ein bisschen vorwärts zu bringen muss ich tatsächlich auf andere plattformen ausweichen weil twitch hat einfach viel zu wenig entdeckungsmöglichkeiten gerade wenn du in so einer nische bist wie ich jetzt ne ich will ja hauptsächlich indies streamen und indies sind ja nicht mal nicht mal ein genre direkt sondern eher so eine kategorie für spiele was ein genre definiert aber das ist irgendwie noch mal so extra das ist eher so ein zusatzding und das macht schon gar nicht so leicht ich glaube es gibt nicht mal ein indie tag also doch gibt es aber jetzt mal ganz ehrlich wer sucht auf twitch gezielt nach tags das ist immer in verbindung mit mit irgendeiner festen kategorie ne so so wow ach ja gut nach twitch bist du seit drei jahren dabei wenn man nur alle drei wochen im durchschnitt streamen kann kommt da nicht viel ja das ist richtig das ist richtig keine verbreitung auf anderen plattformen obwohl du merkst dass twitch stream dir wirklich spaß macht es ist auch super ja es ist absolut super ich glaube wenn ich jetzt einfach nur so privat für mich spielen würde und so ne dingens hätte ich ganz ganz viele spiele bisher einfach wieder angefasst noch sonst was dann hätte ich niemals souls gespielt nie das spiel hier hätte ich mir niemals zugetraut vielleicht hätte ich nicht mal so wirklich meine das ist jetzt vielleicht arg krass ausgedrückt meine liebe für indie games entdeckt das ist kacke was gerade da passiert ist aber ja ne ja privat macht weniger spaß als im stream findest du ja nicht unbedingt kommt immer so ein bisschen auf spiel drauf an aber ne gerade so sowas hier glaube ich ja dann ne machst es halt privat und dann kannst du sagen wow ich bin in 121 toten durchgekommen was wir jetzt nicht schaffen werden aber ne es ist halt auch kein kein wirkliches achievement dann vorhanden ne es kann ja jeder behaupten auch so ein so ein ding da das halt auch so ne sache das hier ist so ein so ein klassisches spiel glaube ich das einfach zum zum stream oder zum aufnehmen oder so geboren ist sag ich jetzt mal hi easy hallöchen wieso die namensänderung die namensänderung deswegen also wenn du es genau wissen willst schau in den stream von letzter woche da hoppala erzähle ich tatsächlich ganz ganz viel zu den plänen die ich habe sag aber gar nicht mal viel zur namensänderung ich glaube ich hatte das mal irgendwo angeschnitten frag mich nicht mehr wo neulich auf twitter habe ich es auch nochmal erklärt Problem war dass ich mich mit mit up down getaway nicht mehr wohl gefühlt hatte also tatsächlich in dem sinne sogar dass ich mich nie wirklich damit identifiziert habe ähm was ist natürlich bei dem namen so wie ich ihn jetzt habe viel viel leichter fällt weil hallo das ist mein name und ähm ich hatte vor allem auch das gefühl dass mich der name einschränkt ähm nicht unbedingt in der art von äh von content den ich mache aber der name war halt einfach scheiße kompliziert ähm shit ne also es war halt auch ein kunstwort ähm war an sich schön dass es halt einmalig war dass ich wirklich die einzige person bin die das genutzt hat aber das habe ich jetzt mit meiner kombi denke ich auch also zumindest habe ich nichts in der richtung gefunden als ich recherchiert hatte ähm ja und schlussendlich nicht so wirklich mehr identifiziert mit dem namen also eigentlich tatsächlich nie so wirklich und halt äh auch einfach nicht mehr wohl wohl damit gefühlt ähm und jetzt der neue name ne ich glaube es gibt kaum den namen der einem mehr möglichkeiten lässt als dein spitzname plus ein macht dazu weil ich kann halt jetzt quasi wirklich alles machen ähm ne ich hab halt nicht irgendwie benni macht äh oder oder benni oder in die benni oder sowas ne habe ich auch überlegt so so in die richtung zu gehen aber das ist dann die sache sollte ich dann doch mal irgendwann nochmal ein bisschen am konzept feilen oder so dann bin ich halt schon wieder durch den namen allein irgendwie eingeschränkt und äh jetzt habe ich halt eine Milliarde Kombination aus Dingen die Anton hier gerade tatsächlich ganz äh effektiv präsentiert und mir damit Arbeit abnimmt und ja das ist so so grundlegend das es ist nicht mehr das gleiche seit Up Don't Get Away zu Up Don't Fade Away wurde Pipo Sad ja warum habe ich kein Pipo Sad was stimmt nicht mit mir ah ja ich bin tot das stimmt nicht mit mir scheiße hab ich schon high easy gesagt ich glaube ja bist du gerade wieder aufgewacht hast du deinen Schlafrhythmus schon wieder komplett zerstört obwohl ich glaube ja von dem was ich so mitbekommen habe also Schlafrhythmus in Anführungszeichen du warst schon längst wach du warst schon längst wach sicher okay gut du hast schon längst Dinge gemacht Dinge machen das immer hervorragend also wie es dir jetzt fräher fräher macht bedenke je einfacher der Name desto leichter können dich Nutzer auch wiederfinden und identifizieren das einzige was du dir jetzt bei Benny merken musst ist mit einem i und nicht mit einem y so okay ja scheiße und den Rest kriegt man dann schon hin Hexer aus so du warst wach seit mittags ja okay das dann ja quasi naja wohl wann bin ich heute aufgewacht ich habe keine Ahnung ich glaube es war so 10 rum irgendwie sowas erstmal schön ausschlafen so hi ja nicht da runter okay puh okay ach ich bin hier wie bin ich denn da vorhin weitergekommen ich verstehe es nicht Streamhaus Benny macht Indie Freya macht Story Hexer macht Rage ey Story ist ja nicht ausgeschlossen und Rage mache ich auch gerade das hier ist ein Rage Game ne du siehst das Problem mit Indie als Kategorisierung du hast halt kein festes Genre wie keine Ahnung Shooter oh Gott nein nein shit ähm Jump'n'Run keine Ahnung ne das ist äh das ist äh ja alles etwas schwierig zu kategorisieren hier Channel Name in YouTube macht einfach auch gut ja ich mach den Content Anton macht den Verkauf und Hexer macht das Marketing ja aber dann will ich jedes Jahr ne Rentite Zuwechsel von 250% Minimum sehen absolutes Minimum alles was darunter ist kannst du knicken was ist eigentlich hier drüben kann ich da hin ja tatsächlich kann ich bringt das was oder das ist jetzt nur Deko oh da ist was ich hab was entdeckt vielleicht ist das ein Secret wie konnte ich so lange an dem Secret vorbeilaufen ja ja so okay schön schön ich trau mich hier nicht wirklich zu hüpfen ich hab Angst dass hier irgendwo die Collision aufhört das ist ah okay oh The Crew wer sind diese Leute das ist tatsächlich ein Secret das sind garantiert Leute die irgendwie in der Entwicklung vor diesem Spiel beteiligt waren Kickstarter ne ne das ist in dem Game Jam entstanden tatsächlich das ist mal irgendwann spontan in dem Game Jam entstanden und wurde dann weiterentwickelt und bis zum Steam Release und es kommt auch tatsächlich noch Zeug aber ja irgendeine Art von Supporter oder so vielleicht Patreon ich weiß es nicht ich wüsste nicht dass da ein Patreon existiert aber cool nice finde ich super und das ganze in dem Secret und was passiert wenn ich hier drauf drücke sollte ich jetzt sterben ist das sowas von wert ja das war jetzt okay cool wir sind in der Kanzel es bringt uns gerade gar nichts aber wir sind in der Kanzel das ist etwas okay ja nice cool sehr cool so hi Tobi Hallöchen wie es mir geht ja die Woche war durchwachsen weil Schlaf kaputt ähm aber jetzt in dem Moment tatsächlich super ich sehe das Ende dieses Spiels vor allem und wir haben vorhin großartiges Spiel gespielt Leute holt euch St. Hazel's Hospital das Spiel ist einfach wunderbar es ist ein Traum von einem Traum von einem Spiel weil es einfach auch herrlich dämlich ist also wirklich herrlichst dämlich Scheiße was mache ich denn mit den Dingern hier ich weiß es nicht wie komme ich denn da weiter fuck vielleicht muss ich ein bisschen beobachten aber ich kann nicht beobachten weil da überall auf mich wird geschossen verdammt es äh es funktioniert nicht okay das wichtigste ist dass der Vogel hier runter fliegt weil der wenn nach explodiert fliege ich wieder irgendwo durch die Gegend da habe ich gar keinen bock drauf so dir geht es gut sehr schön sehr schön okay aber finde ich gut dass der Vogel dann einfach weg fliegt wenn man gerade am spawn davon steht gut mitgedacht so so jetzt mal ein bisschen entspannt angehen und hopp und hopp und hopp und hopp hier haben wir auch noch ein bisschen was was haben wir denn hier da nichts was ich brauchen kann okay quasi eine Sackgasse aber was mache ich denn jetzt hier ich weiß es schlichtweg nicht wie komme ich denn hier weiter ich glaube da hinten hinter diesem kreisel ding war rechts ein weg an dem turm vorbei wenn ich das gerade richtig gesehen habe Hexer mach dir das Bett gehen du bist durch für heute ja glaube ich dir glaube ich dir schlaf gut das wäre cool wenn ich jetzt mit dem Vogel den Hai erledigt hätte das wäre richtig gut oh ne oh ne es ruckelt schon wieder so aber wir haben nur noch 15% ne ich vermute mal wir haben auch noch einen Checkpoint vor uns also ich weiß es nicht aber Kanonen aus dem Nichts die einen wegballern ey was für eine verfluchte Kacke scheiße scheiße so ich wollte nicht vom Jufvogel durch die Gegend ge-eatet werden das war jetzt nicht das was ich vorhatte scheiße ok passt Vogel weg Ei weg wenn ihr hier so ich glaube die Blur ok so ich kann doch mal Musik wechseln ja Track 1 wunderbar das passt nämlich jetzt sehr sehr gut hier zu diesem Teil hier hinten wie ich finde ja shit ok so ich weiß gar nicht warum ich mich hier mit den Papageien immer so bemüht habe ich kann auch einfach an den vorbeilaufen hier ist glücklicherweise nicht so massive Präzision gefragt wie vorhin es geht hier alles ziemlich locker ziemlich easy so so lass mich mal gucken man kann da hinten einfach dä dä ich habe seit jetzt etwas gegen Kanarienvögel oder Papageien oder alle Vögel die in irgendeiner Art und Weise exotisch sind aha sollte ich jemals wieder einen Zoo besuchen dann werde ich ganz ganz großen einen riesigen Bogen um irgendwelche Vogelgehege machen und und um Hai Becken scheiße ich werde gerade schon wieder übermütig jetzt will ich zu viel zu schnell weil ich mich hier jetzt gerade zu sicher fühle so da hätte ich eigentlich auch nochmal ganz kurz auf den Hai warten sollen wenn ich ehrlich bin warum ist denn die Zeit oben jetzt eigentlich gelb achso das war Pause wegen wegen Dingens ja verstehe ich dachte gerade schon wir haben irgendein Limit überschritten oder so okay was habe ich jetzt eigentlich getan das hier einfach das ganze hier so schön nach unten ist ist ähm ich habe keine Ahnung ich glaube das waren doch diese grünen Dinger man musste diese grünen Dinger so nacheinander weg machen bis hier der Turm gesunken ist ha ja eigentlich nicht so schwer ja ja komm weiter oh Gott wirklich ok was oh 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 wir leben das Schiff geht unter wir müssen jetzt nur noch mit Fischen spielen Hain äh Hain und hüpfen hier kommt doch auch einer hoch oder ne ok oh nein kann ich da nicht irgendwie abkürzen das Ende ist so nah und so weit weg hehehehe es ist es ist es ah oh Gott Präzisionsübung das ging vorhin schon nicht gut ok ich traue mich nicht wirklich hier oben rum zu laufen ne hu 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 ja ich habe da so Schiss ne aber der Weg hier her wäre jetzt leichter weil das Schiff ist weg ok jetzt muss ich irgendwie hier dran vorbei glaube ich ohne es zu berühren ich versuche mal wirklich sehr 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 langsam hier dran vorbeizugehen ok vielleicht doch einen Schritt schneller aber nur einen kleinen ohne hier irgendwo runter zu rutschen danke gute Hitboxen und hopp so gleiches Thema hier genug Abstand waren sowohl vom Rand als auch vom Dynamit gucken ob hier ein Fisch kommt eher unwahrscheinlich ok was ist das ist das ein Aufzug oder ist das Deko oder ist das einfach nur anders damit man quasi zu sehen bekommt du musst nach rechts wenn das ist zusammenbricht ne ok fester Grund Leute wir sind so nah so nah wenn ich erstmal kacke war alles umsonst ey was bin ich froh dass wir das nicht im Hard Mode spielen vielen lieben Dank für diese Entscheidung vorhin ja next try es ist einfacher wir haben kein Piratenschiff mehr scheiße ok norten hopp ah oh Gott fast ist Dynamit gelaufen oh danke für den Lock dankeschön so ey so nah und doch so weit weg aber das ist eigentlich ganz cool dass man hier so ne das ist das dämliche Piratenschiff ist jetzt weg was den Weg hier deutlich einfacher und entspannter macht weil man hat jetzt hier keinen Zeitdruck mehr das Ding hier dreht sich zwar weiterhin aber das ist ja das ist in Ordnung so damit kann man leben ne das ist super hier lang da lang warte mal also gibt es hier auch wieder irgendwelche Secrets oder so ne leider nicht ok mit dem Fallen hier ist super schön finde ich top das hier ist eigentlich der schwierigste Teil bin ich ganz ehrlich weil ich das hier so unglaublich schlecht einschätzen kann das ist wie ein Hund der nicht weiß wie stark er tatsächlich ist so ok soweit so gut pfff ok wir sind wieder da wo wir waren da da ok da muss man nicht hoch ne wir müssen hier rüber oh Gott was zum ey ich ahne Schreckliches das sieht so ein bisschen aus wie da geschehen noch tausend Sachen die furchtbar sind bin ich mutig warte ok soweit so gut ich bleib mal hier außen ich hab keinen Bock dass mir jetzt die Hütte hier um die Ohren fliegt ne da kann eigentlich nichts passieren oder eigentlich ey da kommt jetzt noch irgendwas irgendwas passiert jetzt noch irgendwas furchtbares irgendwas kommt noch von irgendwo her gefallen oder ah wer seid ihr? warum seid ihr? vor allem das warum ne 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 geht weg ne 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 geht weg ah ich hab ne 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 Jas!!! Charakter skin freigelassen das ist der Hammer ... äääääääääääääääähäääääääähhh und ein Achievement zielorientiert te oh Alles Lug und Betrug. Guckt euch das an. Oh. Wow, das... Okay, das nenne ich mal ein Ende. Testsubjekt Nummer 51 hat den Evo-Bewusstseinstest nicht bestanden. Vielen Dank für das Spiel. Ein Spiel von Andreas Baum. Danke, Andreas Baum, fürs Entwickeln. Danke für die coolen Dev-Vlogs auf YouTube. Durch die bin ich darauf aufmerksam geworden. Hat Spaß gemacht. Ich freue mich aufs nächste Level. Das kommt. Oder die zweite Welt. Oder was auch immer das dann sein wird. Ich freue mich drauf. Und ich glaube, dann werden wir das Spiel auch nochmal spielen. Wäre jetzt so meine spontane Vermutung. Was das angeht. So. Beenden. Wer selbst spielen will. 3,99 Euro auf Steam. Kostet nicht viel. Und es macht tatsächlich erstaunlich viel Spaß. Und es hat viel, viel mehr Achievements, als wir jetzt haben. Wir haben drei Stück. Und zwei davon waren quasi Pflicht. Kann man nicht umgehen. Eins davon war eine Konsequenz dessen, dass wir von der Kanone getroffen wurden. So. Ja gut. Aber dann ist jetzt eh fast zwei. Dann war ich jetzt acht Stunden live. Holy moly. Dann wechseln wir tatsächlich jetzt mal hier ins Outro. Ja. Wer letzte Woche aufgepasst hat, weiß, dass diese Szene das Ende bedeutet für diesen Stream. Und jetzt schaue ich mal, ob wir noch irgendjemanden haben, den wir raiden können. Hm. Weiß jemand, ob Pat noch länger wach ist? Weil dann würde ich euch zu Head schicken. Der macht Schach. So. Der macht Schach. Da kann ich auch einen Resub lassen. Das ist sehr schön. Das hefte ich mal eben ganz kurz an, dass das nicht weg geht. Ähm. Ja. Dann gehen wir mal darüber, oder? Würde ich mal sagen. Wunderschön. Wunderbar. Ach so. Äh. Ja. Das hier habt ihr heute dagelassen. Ganz, ganz großes Dankeschön dafür. Ne. Ganz, ganz großes Dankeschön. Für die drei Raids. Den Cheer. Die drei Subs. Und äh. Ja, das war's. Tatsächlich. Dann fängt das Rad schon wieder von vorne an. Hat Spaß gemacht. War super. Hey. Und wir haben zwei Games durch. Das heißt, wir haben unser monatliches Ziel von drei erreicht. Und es ist gerade mal Mitte des Monats. Das ist. Ne. Ich habe euch gesagt. Das schaffen wir. So. Pi mal Daumen immer, ne. Gut. Sehr schön. Leute. Ne. Wie gesagt. Danke fürs dabei sein. Danke fürs lange dabei sein. Tatsächlich. Es ist zwei Uhr morgens. Selten, dass ich so spät noch wach war. Und äh. Ne. Danke für das, was da steht. Was da gerade durchrotiert. Und wir sehen uns gleich bei Hat. Würde ich sagen. So. Jetzt muss ich meine Endeszene und alles probieren. Inzwischen habe ich nämlich etwas, was nach dieser Szene noch kommt. Und äh. Das ist auch ganz cool. Ähm. Ihr werdet es wahrscheinlich gleich sehen. Ähm. Das hat dann auch angekündigt wird, sobald ich den Rage starte, ne. Also. Ne. Haut rein. Bleibt gesund. Und äh. Bis. Ja. Wahrscheinlich Freitag. Ich glaube. Morgen eher nicht. Ähm. Oder heute. Wahrscheinlich Freitag, ne. Also. Ciao, ciao Leute. Bye, bye. Schlaf gut. Bis. Schlaf gut. Tschülnha. 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 Vielen Dank. Vielen Dank.